Ruth Cardello, das Erbe des Milliardärs, ins Deutsche von Constanze Ruia, gelesen von Sabina Godetz. Der Tod war für Stefan normalerweise kein Grund zum Feiern, doch dieser hatte seinen ganz besonderen Reiz. Ist für heute Abend alles vorbereitet? fragte Stefan Andrade, ohne von seinem Laptop aufzuschauen, in den er gerade einen letzten Satz tippte. Er hatte die Präsentation bereits vor über einer Stunde fertiggestellt, war jedoch noch lange nicht zufrieden. Also nichts Ungewöhnliches. Er hatte seine Familie nicht vor dem finanziellen Ruin bewahrt, weil er irgendetwas halbherzig erledigte. Wenn du mit alles meinst, dass meine Tasche fertig gepackt unter dem Schreibtisch steht, falls bei mir die Wehen einsetzen, während ich deine Reisepläne zum dritten Mal kontrolliere, dann ja, antwortete seine Sekretärin seufzend. Er machte es sich mit ihrem hochschwangeren Bauch auf seinem weißen Maxalto-Sofa bequem und legte ihre geschwollenen Füße auf eines der Kissen. Gut, sagte er abwesend, hörte mit dem Tippen auf und rieb sich gedankenverloren mit einer Hand über den Nacken, während ihre Worte langsam bei ihm ankamen. Maddy, du solltest heute wirklich nicht hier sein. Du bist im Mutterschutz. Ich hätte die Reise doch auch selbst organisieren können. Du warst viel zu sehr damit beschäftigt, deine Mitarbeiter anzuschnauzen. Ich dachte, ich helfe dir lieber, bevor es hier zum Aufstand kommt. Wenn ich nicht wüsste, wie wichtig dir der Auftrag ist, hätte ich Onkel Vic angerufen und ihn gebeten einzugreifen. Nicht nötig. Dein Mann hat mich heute Morgen bereits zweimal angerufen, erwiderte Stefan. Diese Neuigkeit zauberte ein Lächeln auf das Gesicht der dunkelhaarigen Frau. Was alles andere als ein Kunststück war. Madison d'Argenson hatte generell, ja fast schon chronisch gute Laune. Das gehörte zu ihrem ganz besonderen Charme. Zum Glück war sie mindestens genauso effizient und detailorientiert, sonst wäre sie nicht Stefans Sekretärin geworden, sondern in der Poststelle der Firma gelandet. Er sollte sich lieber auf seine Restauranteröffnung konzentrieren, als sich um mich zu sorgen. Das Baby kommt schließlich nicht vor nächster Woche. Was hat er gesagt? Die übliche Drohung. Wenn ich dich in deinem Zustand weiter so hart arbeiten lasse, wird er meine nächsten Tortellini vergiften. Seine Cousine lachte auf, doch Stefan war nicht nach Lachen zumute. Ihre gute Laune prallte an ihm ab und erinnerte ihn schmerzhaft daran, wie sehr er sich verändert hatte. Obwohl er nur sechs Jahre älter war als Maddie, fühlte er sich in ihrer Anwesenheit uralt. Ihr Enthusiasmus konnte sehr ermüdend sein. Unverfroren nahm sie das Leben in beide Hände und schüttelte es, bis sie bekam, was sie wollte. Als Belohnung dafür bekamen die Menschen um sie herum das süßeste Lächeln geschenkt, das die Welt jemals gesehen hatte. Ein Lächeln, das jeden Restwiderstand unweigerlich zunichte machte. Nach ihrem Studienjahr in Südfrankreich war Maddie mit einem unbekannten französischen Koch im Schlepptau zurückgekehrt. Stefan war damals nicht der Einzige gewesen, der seine Bedenken laut geäußert hatte. Auf dem Papier war Richard d'Argenson alles andere als eine beeindruckende Persönlichkeit. Und Maddies Reaktion? Sie trommelte ihre gesamte Familie zusammen, von ihren Brüdern bis hin zu ihren Cousins, und informierte alle kurzerhand, dass Richard gekommen war, um zu bleiben, und sie ihn früher oder später schon in ihre Herzen schließen würden. Weniger als ein Jahr später waren sie verheiratet und erwarteten kurz danach ihr erstes Kind. Richard hatte Steffens Respekt mit der Tatsache verdient, dass er keine finanzielle Hilfe für seine Restaurants annahm, und Maddie erlaubte, weiter bei Andrade Global zu arbeiten. Selbst als frisch gebackener Ehemann ließ sich Richard vom Beschützerinstinkt der Andrade-Männer gegenüber ihren Frauen nicht beeindrucken. Er war ihr treu ergeben, ohne sie kontrollieren zu wollen, und er passte genau so in die Familie, wie es Maddie vorausgesagt hatte. Vor allem beeindruckte er damit, dass er sich von Maddies Mutter in die traditionelle italienische Küche einführen ließ, um jeden Sonntag im Hause ihrer Eltern mehrere Generationen des Clans zu bekochen. Wie konnte man diesen Mann nicht mögen? Selbst wenn er mit Vergiftungen drohte. Normalerweise reagierte Steffen amüsiert, doch heute war er zu angespannt. Von dem Auftrag hing zu viel ab, als dass er sich Ablenkungen erlauben konnte. In weniger als 24 Stunden würde er dem chinesischen Handelsminister sein Angebot unterbreiten. Wenn alles gut ging, würde Andrade Global danach international erfolgreich sein und Dominic Corizzi vor dem finanziellen Abgrund stehen. Maddie stellte ihre Füße wieder auf den Boden und sagte, Ich habe diesmal einen guten Grund, dich zu stören. Mit einer Sanftheit, die ihm niemand außerhalb seiner Familie zutrauen würde, trat Steffen zu seiner kleinen Cousine und half ihr beim Aufstehen. Du solltest wirklich nach Hause gehen, Maddie. Was auch immer es ist, es kann warten, bis ich wieder zurück bin. Ja, der Auftrag war ihm wichtig. Genau genommen konnte er an nichts anderes mehr denken, seit er zum ersten Mal gehört hatte, dass Dominic dem Minister ein Angebot vorlegen wollte. Doch Maddie gehörte zur Familie. Und für einen Andrade bedeutete die Familie alles. Maddie legte die Hand auf den Ärmel seines Jacketts. Nein, diesmal nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. Um mich? Stolz warf Steffen den Kopf in den Nacken. Ja, um dich. Verliere dich nicht in China, Steffen. Ich habe nicht vor, zu verlieren. An ihrem Zusammenzucken bemerkte er, dass sein Ton ein wenig zu barsch war, was sie jedoch nicht davon abhielt, weiterzureden. Das meine ich nicht, und das weißt du. Ihre Stimme klang nun besorgt. Gehst du aus den richtigen Gründen nach Peking? fragte sie. Warum tat sie ihm das jetzt an? Er schaute auf seine Uhr. In 45 Minuten sollte das Flugzeug starten. Sein Privatjet würde zwar nicht ohne ihn abheben, doch um rechtzeitig bei den geplanten Meetings zu sein, musste er so schnell wie möglich los. Wenn Andrade Global diesen Auftrag bekommt... Was, Steffen? Was ändert sich dann? Du hast den Verlust deines Vaters bereits mehr als genug wieder wettgemacht. Mein Vater hat nichts verloren. Es wurde ihm gestohlen. Sie kannte die Tatsachen. Und in China geht es einzig und allein darum, Dominik dafür bluten zu lassen? Genau. Dominik muss dafür bezahlen, was er meinem Vater angetan hat. Was er uns allen angetan hat. Die Isola Santos ist nur noch ein Schatten dessen, was sie einmal war. Ich habe Dominik mehrmals Geld geboten. Doch diesmal werde ich nicht betteln. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird er jede beliebige Summe akzeptieren. Schließlich muss er seine Anwälte bezahlen, um das Chaos wieder in Ordnung zu bringen, das ich ihm hinterlassen werde. Es fühlte sich gut an, das endlich laut auszusprechen. Nach all den Jahren hatte sich Dominik endlich verkalkuliert und sich dadurch verwundbar gemacht. Um ein funktionsfähiges Netzwerk in China zu etablieren, hatte er einflussreiche Investoren aus der ganzen Welt angeheuert und so sein persönliches Vermögen aufs Spiel gesetzt. Seinen Investoren würde es sicherlich nicht gefallen, wenn Stefan der chinesischen Regierung den gleichen Service für ein Drittel des Preises anbot und ihr dazu ermöglichte, alle gewünschten Zugriffsbeschränkungen beliebig umzusetzen. Stefan war es egal, was nach dem Kauf mit der Software geschah. Für ihn galt einzig und allein, seinen Rivalen aus dem Markt zu werfen. Du musst das nicht tun, sagte Maddy eindringlich. Oh doch, das muss ich. Es war genauso schwierig wie einfach. Er legte ihr die Hand sanft auf den Rücken und führte sie zur Tür. Du machst dir zu viele Sorgen, Maddy. Ich werde vor dem Wochenende zurück sein. Sag dem Knirps da drin einfach, dass er oder sie noch ein wenig auf mich warten soll. Maddy ließ sich nicht abwimmeln. Stefan, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Er schaute sie beunruhigt an. Ist was mit dem Baby? Maddy legte die Hände schützend auf ihren runden Bauch. Nein, dem Baby geht es gut. Ich wollte dir sagen, dass Nicole vorhin angerufen hat. Sie hat mich gefragt, ob du im Büro bist und ob sie dich kurz sehen kann. Nicole? Nicole Corisi. Komisch, dass sie dich gerade heute treffen will, oder? Ja, komisch, wiederholte er geistesabwesend. Seine Gedanken rasten. Was wollte Dominics kleine Schwester von ihm? Er war äußerst vorsichtig gewesen und hatte seinen geplanten Kuh streng geheim gehalten. Nur seine engsten Vertrauten wussten, was er vorhatte, und die Hälfte von ihnen war bereits in China, um seine Präsentation vorzubereiten. Waren etwa Informationen an die Chorisis durchgesickert? Wollte Nicole ihn anbetteln, ihren Bruder zu verschonen? Ich hoffe, du hast dir klargemacht, dass ich heute keinen Termin mehr frei habe, sagte er. Maddy klopfte mit dem Finger gegen ihr Kinn. Ihr Vater ist vor kurzem gestorben. Ich konnte sie einfach nicht abwimmeln. Hat ihr beiden nicht mal befreundet? Vielleicht braucht sie jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten kann. Vor seinem geistigen Auge tauchten Bilder von Nicole auf. Wie sie schüchtern auf Lucidas Balkon auf Coney Island im Abendlicht mit ihm tanzte. Ihr langes, schwarzes Haar, das auf ihr hautenges, rotes Kleid und das atemberaubende Dekolleté fiel. Ihre grauen Augen. Und wie sie ihn anblitzten, jedes Mal, wenn er ihr etwas ins Ohr flüsterte. Nachdem er ihr monatelang den Hof gemacht hatte, hatte sie endlich einem Date zugestimmt. Während er zunächst noch über ihre fehlende Selbstironie und ihre konservative Kleidung gespottet hatte, hatte genau dies später ein fast unbändiges Verlangen in ihm ausgelöst. Doch ohne ihren üblichen grauen Hosenanzug hatte sie einfach gefährlich ausgesehen. Sie hatte sich mädchenhaft und unerfahren bewegt, was sie nicht weniger begehrenswert gemacht hatte. Er hatte noch nie eine Frau so sehr gewollt wie Nicole an diesem Abend. Auch seitdem hatte er ein solches Verlangen nie wieder gespürt. Wenn der Abend in üblicher Weise geendet hätte, wäre sie wahrscheinlich nur eine seiner unzähligen Eroberungen gewesen. Doch genau an diesem Abend war bekannt gegeben worden, dass Dominic seinem Vater ein Übernahmeangebot für ihre Firma unterbreitet hatte. Das hatte den Abend beendet, bevor er richtig begonnen hatte. Sie war sofort gegangen und hatte ihn mit einem Gefühl der Unvollständigkeit zurückgelassen. Nein, sie waren nie Freunde gewesen. An jedem anderen Tag hätte er sie empfangen, allein um zu sehen, ob sie ihm nur durch ihren eindringlichen Blick immer noch den Atem rauben konnte. Er hätte die Tage oder Wochen der Qual genüsslich hingenommen, die danach nötig gewesen wären, um sie wieder aus seinem Gedächtnis zu verbannen. Ja, an jedem anderen Tag hätte sie ihm gern ihr Herz ausschütten können. Doch nicht heute. Nicht am Tag, an dem er nach China flog, um sich an ihrem Bruder zu rächen. Es tut mir wirklich leid wegen ihres Vaters, aber ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin, um sie zu trösten, erklärte er. Willst du nicht wissen, was sie von dir will? Dafür habe ich heute keine Zeit. Stefan schaute erneut auf seine Uhr. Mein Flug geht in einer Stunde. Ruf sie an und sag ihr, dass ich sie nicht empfangen werde. Doch Maddy rührte sich nicht. Stattdessen schenkte sie ihm ihr berühmtes Lächeln, das jeden Widerstand unweigerlich zunichte machte, und sagte, das wäre ein wenig peinlich. Sie steht nämlich direkt vor der Tür. Schockiert fuhr Stefan auf und stützte sich wütend auf seinem Schreibtisch ab. Er wollte seinen Frust herauslassen, doch der Zustand seiner Cousine hielt ihn davon ab. Er konnte Maddy später immer noch sagen, dass sie sich gefälligst an seiner Anweisungen zu halten hatte. Sie wusste ganz genau, dass er Nicole nicht sehen wollte. Bring es schnell hinter dich und mach dich auf den Weg. Zwei Minuten. Ich gebe ihr zwei Minuten. Maddys Lächeln wurde breiter. Sie wusste genau, was er dachte, und hatte keinen Funken Angst vor ihm. Sie drehte sich um, ging zur Tür und rief ihm über die Schulter zu. Oh, und Stefan. Sie ist im wahren Leben noch hübscher als auf dem Foto, das du in deiner Schreibtischschublade versteckst. Er ist jetzt bereit, sie zu empfangen, sagte die hochschwangere Frau mit einem belustigten Unterton und hielt Nicole die Tür zu Steffans Büro auf, die andere Hand auf ihrem runden Bauch. Danke, erwiderte Nicole steif, blickte entschlossen auf, zögerte jedoch einen langen Moment, bevor sie durch die Tür trat. Die Worte, die sie immer wieder in ihrem Kopf geprobt hatte, waren wie weggeblasen. Er wird diesem Plan niemals zustimmen. Ich verschwende hier nur meine Zeit. Alles in Ordnung? fragte die Frau und schaute Nicole besorgt an. Du musst das nicht tun. Sie dachte an den dringenden Appell von Thomas Brogers, dem langjährigen Anwalt und Freund ihres Vaters. Doch, muss ich, hatte sie ihm geantwortet. Alles hing jetzt von Steffans Zustimmung zu ihrer absonderlichen Bitte ab. Sie durfte einfach nicht scheitern. Es geht mir gut, sagte Nicole, während sie mit aller Kraft versuchte, die Tränen zu unterdrücken, die ihr in die Augen schossen. Nein, schrie ihr Verstand. Mir geht es nicht gut. Nichts ist in Ordnung. Es ist schon lange Zeit nichts mehr in Ordnung. Und wenn das hier nicht klappt, dann wird nie wieder etwas in Ordnung sein. Es geht mich zwar nichts an, aber sie sollten wissen, dass ich hier draußen bin, falls sie mich brauchen. Oh Gott, bin ich so erbärmlich, dass sich sogar eine schwangere Frau um mich sorgt? Nicole nahm einen tiefen Atemzug und zwang sich dazu, Steffans Büro zu betreten. Steffen Andrade, verwöhntes Unternehmersöhnchen, gerissener Geschäftsmann und Besitzer von so vielen Computersoftwarefirmen, dass niemand so genau wusste, ob er eine Monopolstellung in der Branche inne hatte, lehnte sich auf seinem schicken Bürostuhl zurück und faltete grinsend die Hände auf dem Tisch. Das Licht fiel durch das riesige Fenster hinter ihm ins Zimmer. Und sein Gesicht lag im Schatten, sodass jegliche Emotionen in seinen Augen verborgen blieben. Die Skyline von Manhattan wirkte wie eine zerklüftete Felswand im Hintergrund. Genauso brutal und unerbittlich wie der Mann vor ihr, der es nicht einmal nötig hatte, aufzustehen, um sie zu begrüßen. Was für andere vielleicht eine Unachtsamkeit oder leichte Missachtung der Etikette war, bedeutete von diesem Mann, der sich mit seiner traditionellen Erziehung bei jeder Gelegenheit brüstete, einen Schlag ins Gesicht. Dass er immer noch umwerfend aussah, machte die Sache nicht gerade leichter. Wenn das Leben fair wäre, würde Stefan ein paar Kilo mehr um die Hüften und Geheimratsecken haben. Doch Stefan war knapp 1,90 groß und eine verführerische Mischung aus seiner skandinavischen Mutter und seinem italienischen Vater. Volles blondes Haar, Augen so blau, dass sie einen selbst vom anderen Ende des Zimmers durchdringlich anblitzten und ein muskulöser Körperbau, für den andere sich jeden Tag stundenlang im Fitnessstudio abrackern mussten. Doch das Leben ist nun einmal nicht fair und sie musste sein gutes Aussehen heute genauso ignorieren, wie sie es vor sieben Jahren getan hatte. Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst, sagte Nicole mit zittriger Stimme. An seinem Gesichtsausdruck bemerkte sie, dass er es nicht aus freien Stücken getan hatte. Doch sie würde sich nicht umdrehen und wegrennen, nur weil er sie ansah, als hätte er einen Fleck auf seinem überteuerten Teppich entdeckt. Mein Flug geht in einer Stunde. Was willst du, Nicole? Seine Stimme ließ erahnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie von ihm bekam, was sie wollte, fast bei Null lag. Behutsam setzte sich Nicole auf den weißen Stuhl vor Steffans Schreibtisch. Sie strich die Falten ihres blauen Hosenanzugs glatt und schlug die Beine übereinander, in der Hoffnung, nicht so ängstlich auszusehen, wie sie sich fühlte. Kannst du nicht wenigstens versuchen, dich wie ein zivilisierter Mann zu verhalten, Steffen? Der erschöpfte Mann, der sie nun von Kopf bis Fuß musterte, hatte nicht mehr viel mit dem sonnengebräunten Weiberhelden gemein, der damals mehrere Monate lang jeden Tag in die Firma seines Vaters gekommen war, um sie um ein Date zu bitten. Sie hatte ihn jedes Mal abgewiesen. Und er hatte sie jedes Mal angelächelt, als würde ihre Ablehnung sie nun noch attraktiver machen. Jetzt lächelte Steffen nicht. Er stand auf und trat vor seinen Glasschreibtisch. Wir wissen beide, dass du nicht hier bist, um zu plaudern. Ist dein Bruder schon so tief gesunken, dass er dich vorschicken muss? Sein Deal muss mehr in Gefahr sein, als ich dachte. Nicole hielt sich an ihrer Handtasche fest, die auf ihrem Schoß lag. Dominik hat mich nicht vorgeschickt. Steffen lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor seiner breiten Brust. Trotz seines teuren, maßgeschneiderten Anzugs und der Seidenkrawatte sah er alles andere als zahm aus. Er hatte sich vom sicheren Bankrott seiner Firma zu den Titelseiten der Finanzmagazine hochgearbeitet. Und diese Erfahrung hatte ihn hart gemacht. Ja, klar, spöttelte er. Es ist mir egal, was er von mir denkt. Ich brauche deine Hilfe, sagte sie. Er runzelte die Stirn und dachte einen Moment über ihre Äußerung nach. Du brauchst Hilfe und wendest dich an mich? Wie rührend. Kannst du dich daran erinnern, dass wir seit Jahren nicht mehr miteinander reden? Und was das Thema unseres letzten Gesprächs war? Du weißt, dass ich mit dem Übernahmeangebot nichts zu tun hatte. Er zuckte mit den Schultern und gab ihr damit zu verstehen, dass er sich dessen nicht so sicher war. Steffen, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Bruder. Ich hasse ihn. Und hätte ich gewusst, dass er eure Insel kaufen... Stehlen, fuhr Steffen dazwischen. Wenn ich gewusst hätte, was er vorhatte, hätte ich versucht, ihn davon abzuhalten. Das würde ich jetzt auch behaupten. Was willst du von mir hören, Steffen? Ich bin zu ihm gegangen, als es passierte. Er wollte mir nicht zuhören. Ich habe versucht, mich bei deiner Familie zu entschuldigen. Was willst du noch von mir? Die Frage ist doch wohl eher, was du von mir willst. Nicole ließ ihre Gefühle nicht heraus, die sich in ihr zusammenbrauten. Er hatte nicht gefragt, was sie damals von ihm gewollt hatte. Wovon sie unzählige einsame Nächte geträumt hatte. Er hatte genau wie sie kein Interesse daran, diese zwischenzeitliche Gefühlsverwirrung wieder aufleben zu lassen. Nein, heute ging es um etwas anderes. Um das Einzige, was ihr überhaupt noch etwas bedeutete. Mein Vater hat mir sein Unternehmen hinterlassen, Dominic jedoch für ein Jahr zum CEO ernannt. Steffen lachte laut auf. Ein Geniestreich. Dominic hat das Unternehmen deines Vaters jahrelang sabotiert. Gute Idee, den Spieß jetzt umzudrehen. Weißt du, was Dominic mit der Firma tun wird, sobald er an der Spitze steht? Er wird jedes einzelne Vorstandsmitglied feuern und seine eigenen Leute ins Boot holen. Und? Das darf ich nicht zulassen. Weil du die Kontrolle behalten willst. Was für einen Unterschied macht das? Er würde ihr sowieso nicht glauben. Er hatte sich schon vor langer Zeit seine Meinung über sie gebildet. Ich will von dir wissen, ob du die Vergangenheit eine Zeit lang ruhen lassen kannst, um mir zu helfen. Er musste das Nein nicht aussprechen. Es war in seinen eiskalten Augen und den versteiften Schultern zu erkennen. Ich werde dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt, fügte sie schnell hinzu und spielte somit ihren letzten Trumpf aus. Er stieß sich interessiert vom Tisch ab. Dann lass mal hören. Es würde die Sanierung des Unternehmens verzögern. Doch wenn Stefan ihr seine Hilfe verweigerte, würde sie sowieso alles verlieren. Ich besitze das Patent in einer neuen Konvertierungssoftware. Ich würde es dir überschreiben. Er beugte sich zu ihr vor. So nah, dass sie den dezenten Duft seines Aftershave riechen konnte. So nah, dass sie außer ihm nichts anderes mehr wahrnahm. Wie enttäuschend, sagte er. Was? Sie rutschte nervös auf dem Stuhl hin und her. Unter ihrem Blazer und der Seidenbluse reagierte ihr Körper höchst unanständig auf seine Nähe. Sie durfte jetzt einfach nicht daran denken, wie seine Lippen über ihren Hals und ihre Brüste streichen würden, die sich bereits gegen den Stoff ihrer Bluse aufrichteten und sich nach seiner Berührung sehnten. Sie blickte ihm in die Augen und sah, dass er sie genau beobachtete und seine Wirkung auf sie genoss. Eine Wirkung, die sie beide weder leugnen noch aussprechen konnten. Sie zwang sich, ihr Begehren zu unterdrücken. Hatte sie nicht vor Jahren schmerzhaft erfahren müssen, welche verheerenden emotionalen Konsequenzen es hatte, sich einer Laune hinzugeben? Auch wenn es nur für einen Abend war? Ihn zu verlieren hätte niemals so wehgetan, wenn sie sich an diesem einen Tag nicht eingeredet hätte, dass er vielleicht doch einen Platz in ihrem Leben haben könnte. Dein Angebot. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es etwas Persönlicher ausfallen würde, erwiderte er. Einer seiner Mundwinkel verzog sich dabei nach oben. Bleib ruhig. Atme. Stefan würde sich sofort auf jede Schwäche stürzen. Nicht, dass sie sich noch nie, bis ins kleinste Detail, vorgestellt hatte, wie er sich auf sie stürzte. Doch nicht hier. Nicht jetzt. Da muss ich dich leider enttäuschen. Etwas Persönlicheres wirst du nicht kriegen. Wie schade. Ich wäre beinahe in Versuchung geraten. Sein anzügliches Lächeln löste eine Reaktion in ihr aus, die sie nur allzu gut kannte. Wem willst du etwas vormachen? Du würdest mir hechelnd zu Füßen liegen, spottete sie und bereute ihre Worte, noch bevor sie sie ausgesprochen hatte. Seine Augen blitzten so intensiv auf, dass Nicole wegschauen musste, bevor sie alle guten Manieren vergaß und sich dieser Anziehungskraft hingab. Er legte die Hände auf die Armlehnen ihres Stuhls und ließ ihr somit kein Entkommen. Genau das hat mich immer an dir fasziniert. Wer bist du wirklich? Das kühle Miststück, das über ihren toten Vater nur spricht, wenn es ums Erbe geht? Oder die gerissene Verführerin, die sich kein Abenteuer entgehen lässt? Was würdest du tun, wenn ich dich beim Wort nehme? Seine Worte lösten genau die Reaktion aus, die er sich erhofft hatte. Sie drehte den Kopf wieder zu ihm und war ihm plötzlich noch näher. Zu nah. Vielleicht wollte er sie wirklich. Doch er hatte in den letzten Jahren viele Frauen gewollt. Die Klatschpresse war voller Fotos, auf den er irgendeine Erbin oder ein Filmsternchen am Arm hatte. Keine von ihnen konnte sein Interesse lange halten und Nicole durfte das Risiko nicht eingehen, ihn ein zweites Mal zu verlieren. Er beugte sich noch weiter vor. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, ruderte sie zurück. Genau aus dem gleichen Grund, aus dem ich mich zwingen, musste ich nicht zu berühren. Da ist etwas zwischen uns, etwas, was wir schon vor Jahren hätten herausfinden sollen. Das kann ich nicht zulassen. Ihre Stimme war heiser. Ich auch nicht, keine Sorge. Er richtete sich auf. Geh zu deinem Bruder und sag ihm, dass ich meine Pläne nicht ablasen werde, egal wie verlockend sein Angebot ist. Nicht mal für eine Nacht mit dir. Und die Wahrheit zeigt ihr hässliches Gesicht. Er wollte sie nicht. Er wollte nur wissen, wie nah sie ihn an sich heranlassen würde. Nicole ballte wütend die Hände zu fäusten. Ich werde nie verstehen, warum du und mein Bruder nicht die besten Freunde seid. Du bist ein genauso großes Arschloch wie er. Vorsicht. Du lässt deine Maske fallen. Wie willst du Dominik erklären, dass du mit mir schlafen musstest, um deinen Willen durchzusetzen? Nicole stand mit herausgestreckter Brust auf. Das ist alles nur ein Spiel für dich, oder? Du willst herausfinden, ob du mich herumkriegen kannst. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, auch wenn sie mit aller Macht verbergen wollte, wie sehr seine Stichelein ihr etwas ausmachten. Was soll's? Warum soll ich es länger verheimlichen? Sie würde in ein paar Sekunden sowieso diesen Raum verlassen, und ihn danach nie wiedersehen. Weißt du was? Du hast gewonnen. Eine Träne lief ihr über die Wange. Ich war eine Idiotin, zu glauben, dass in dir auch nur ein Funken Menschlichkeit steckt. Sie drehte sich um und ging zur Tür. Nicole, sagte er sanft. Sie drehte sich um, die Augen mit eiskalter Ruhe auf ihn gerichtet. Er wollte ihr jetzt nicht wirklich vorspielen, dass ihre Gefühle ihm etwas bedeuteten, oder? Oder wollte er ihr nur noch einen letzten Schlag ins Gesicht versetzen, bevor sie sein Büro verließ? Was, Stefan? Hast du dir noch eine Beleidigung ausgedacht? Glaubst du wirklich, dass ich nach dieser Woche einen Scheißdreck darauf gebe, was du von mir hältst? Langsam, als würde er die Worte herauszwängen, sagte er, Du hättest nicht herkommen sollen. Das habe ich inzwischen auch gemerkt, danke, erwiderte sie, wandte sich um und stolperte über ihre eigenen Füße. Verdammt, kann ich mich nicht wenigstens so lange zusammenreißen, bis ich hier raus bin? Er griff nach ihrem Arm und stellte sich ihr in den Weg, bis sie ihn anschaute. Wenn sie es nicht besser gewusst hätte, hätte sie geglaubt, dass er besorgt um sie war. Was hast du erwartet, als du hergekommen bist? Hast du geglaubt, dass die alten Gefühle wieder hochkommen und ich alles andere vergesse? Es überraschte sie nicht, dass seine Worte barsch klangen. Als sie ihn ansah, war ihre Wut verflogen. Er hatte recht. Was hatte sie erwartet? Nein, es ist ziemlich offensichtlich, dass deine Gefühle für mich nicht mehr da sind. Ich wäre nicht hier, wenn meine Anwälte eine andere Möglichkeit gesehen hätten. Eine Möglichkeit wofür? Nicole blickte ihm in die Augen. Das Testament anzufechten. Vor einem Jahr hast du Corise Limited ein Übernahmeangebot gemacht. Mein Vater hat den Kauf in die Wege geleitet, ihn jedoch nie unter Dach und Fach gebracht. Das Angebot ist also immer noch gültig und stellt damit das einzige Schlupfloch da, das meine Anwälte finden konnten. Seine Hände verkrampften sich. Also geht es doch ums Geld. Nicole zuckte traurig mit den Schultern. Was für ein Unterschied macht das? Du hilfst mir sowieso nicht. Seine Gesichtszüge verhärteten sich und seine blauen Augen blickten sie enttäuscht an. Nein, wies sie sich selbst zurecht. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt dafür, darauf zu hoffen, dass er sie genauso vermisst hatte wie sie ihn. So funktioniert das Leben nicht. Ihres zumindest. Was haben sich deine Anwälte ausgedacht? fragte er. Was habe ich schon zu verlieren? dachte sie. Wenn du Corizzi Limited kaufst und mir danach wieder verkaufst, wäre das Unternehmen nicht mehr an die Bedingungen des Testaments gebunden, erklärte sie dann. Er schüttelte den Kopf, als hätte er nicht richtig gehört. Kaufen? Ein 30 Millionen Dollar Unternehmen kaufen? Für dich? Wenn es auch nur einen winzigen Hoffnungsschimmer gab, durfte sie jetzt nicht aufgeben. Nur auf dem Papier. Es würde dich nichts kosten. Nichts außer meinem Ansehen, weil mein Vorstand und meine Investoren mich für vollkommen unzurechnungsfähig erklären würden. Er hatte nicht Nein gesagt. Noch nicht. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Niemand würde an dir zweifeln, wenn... Wenn? Sie sprach schnell und erläuterte ihren Plan, bevor sie die Chance hatte, ihre eigene Unzurechnungsfähigkeit anzuzweifeln und zu fliehen. Wären wir beide verlobt, dann würde dich niemand in Frage stellen. Wenn Familien sich zusammentun, dann fusionieren auch ihre Unternehmen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wenn wir die Verlobung dann auflösen, kannst du mir das Unternehmen für den gleichen Preis überschreiben und hättest keinen Cent verloren. Seine Miene wurde undurchdringlich. Du hast also an alles gedacht. Doch warum in aller Welt sollte ich das tun? Das Patent! Stefan, es ist absolut vielversprechend. Es könnte dir Millionen bringen. Für einen Moment sah es so aus, als würde er ihren Vorschlag in Erwägung ziehen. Doch dann erwiderte er, Selbst wenn ich dir helfen wollte. Niemand würde mir die Sache abkaufen. Niemand würde ernsthaft glauben, dass wir verlobt sind. Doch, wenn du ihnen sagst, dass wir uns bisher immer heimlich getroffen haben. Nein. Verlobungen sind heutzutage kein großes Ding mehr. Sag den Leuten, dass ich schwanger bin. Sie werden dir glauben. Meine Familie würde durchdrehen, wenn sie wüsste, dass wir uns heimlich treffen. Ganz zu schweigen davon, dass wir uns verloben. Nur weil du schwanger bist. Nein. Musste er so angewidert klingen? Ein Klopfen ertönte. Maddie streckte den Kopf zur Tür herein. Stefan, mein Wagen ist da. Ich fahre jetzt nach Hause. Stefan schaute auf seine Uhr. Maddie, kannst du bitte noch kurz nachfragen, ob meine Limo auf dem Weg ist? Sie sollte bereits vor zehn Minuten hier sein. Die Zeit drängt. Maddie schaute zwischen Stefan und Nicole hin und her. Geht klar? Sie schloss zögernd die Tür. Gedanken verloren, blickte Stefan seiner Sekretärin hinterher. Stefan, sagte Nicole. Hm? Lass meinen Arm los. Er ließ seine Hand sinken. Ich hasse dich nicht, Nicole. Wenn du mich um eine Referenz oder von mir aus auch um einen Kredit bitten würdest, dann könnte ich dir vielleicht helfen. Aber das ist einfach zu viel. Verstehe, sagte sie. Warte die Fassung und trat einen Schritt zurück. Sein Handy vibrierte in seiner Hemdtasche. Mein Wagen ist da. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich kann nicht. Du musst dich mit dem Testament deines Vaters wohl oder übel abfinden. Das ist ja noch schlechter gelaufen als erwartet, dachte Nicole, als sie den Aufzug verließ und die Eingangshalle von Stefans Bürogebäude betrat. Das Klackern ihrer Louis Vuitton-Pumps weckte die Aufmerksamkeit der Sicherheitsmänner hinter dem Empfangstresen. Sie schauten beide gleichzeitig auf und dann sofort wieder weg. Gab es eine Eissorte, die diesen Tag einigermaßen erträglich machen konnte? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem wollte es Nicole am Abend mit ein oder zwei Bechern ausprobieren. Ihre Veranlagung, nicht zuzunehmen, war Fluch und Segen zugleich. Als Teenager war sie so schnell gewachsen, dass sie mit ihren ellenlangen Armen und Beinen jahrelang wie eine unbeholfene Vogelscheuche aussah. Keine, die Männer eines zweiten Blickes würdigten. Mit dem Alter waren ihre Gesichtszüge etwas weicher geworden. Doch die Kurven, die sie sich so sehr erhofft hatte, waren ausgeblieben. Es macht keinen Sinn, aufreizende Kleider zu kaufen, wenn man nicht die nötige Ausstattung dafür hat. Doch das fehlende Interesse der Männer hatte sie nie gestört. Sie hatte sich in ihr Studium gestürzt und mehrere Praktika absolviert, um ihr größtes Ziel zu erreichen. Die Rettung des Familienunternehmens. Ein Ziel, das noch nie so weit entfernt schien wie an diesem Tag. Dominik würde es nicht interessieren, dass das Top-Management von Corise Limited dem Unternehmen seit fast 20 Jahren treu ergeben war. Das Privatunternehmen hatte die Wirtschaftskrise und mehrere Sabotageversuche nur aufgrund der unerschütterlichen Loyalität und Integrität dieser Männer und Frauen überstanden. Sie waren mehr als nur langjährige Angestellte. Sie waren die einzige Familie, die Nicole jemals gehabt hatte. Und sie hatte sie im Stich gelassen. Sind Sie okay? fragte Steffens Sekretärin, als sie durch das Foyer lief. Obwohl sie schwanger war, oder vielleicht gerade deswegen, erregte sie die Aufmerksamkeit der Wachleute sofort. Nicole beneidete die Frau um ihr natürliches Selbstbewusstsein. Ihr pflaumenfarbenes Rüschenkleid betonte ihren Babybauch auf beeindruckende Weise und zelebrierte förmlich ihre Schwangerschaft. Ja, es geht mir gut, antwortete Nicole automatisch. Den Eindruck machen Sie mir aber nicht gerade, beharrte die Frau. Obwohl sie nicht die gleiche Farbe hatten, erinnerten Nicole die dunkelbraunen Augen der Frau an Steffens. Er hatte keine Schwester. War sie seine Cousine? Victor Andrade hatte sich immer dafür eingesetzt, Familienmitglieder in seinem Unternehmen zu beschäftigen. Vielleicht hatte Stefan diese Tradition fortgesetzt. Maddie, richtig? Lieb, dass sie sich um mich sorgen, aber ich habe eine wirklich harte Woche hinter mir und möchte lieber nicht darüber reden. Gott sei Dank, ihre Limousine wartete am Straßenrand auf sie. Nicole verabschiedete sich und trat durch die Glastür. Maddie folgte ihr auf die Straße, als wollte sie noch etwas sagen. Nicole sah, wie sie sie einzuholen versuchte und blieb widerwillig stehen, um auf sie zu warten. Wollten sie nicht schon vor ein paar Minuten nach Hause fahren? Ich habe Stefan meine Limousine überlassen. Maddie zog eine Grimasse. Sagen sie es ihm ja nicht. Diese Reise ist sehr wichtig für ihn, also dachte ich, dass ich mir einfach einen anderen Wagen bestelle. Aber bitte sag mir jetzt nicht, dass ich dich mitnehmen soll. Oh Gott, du wirst zur Hölle fahren, wenn du so über eine schwangere Frau denkst. Nicole schaute sich um, als erwartete sie, dass eine zweite Limousine auf wundersame Art und Weise auftauchen würde. Ich fühle mich nicht so gut. Maddie legte eine Hand auf den Rücken, um ihn zu stützen. Verdammt! Nicole winkte ihre Limousine heran. Der Fahrer stieg aus und öffnete die hintere Tür. Warum setzen sie sich nicht kurz hin? Soll ich für sie den Limousinen Service rufen? Maddie setzte sich auf den Rücksitz und sagte, nicht nicht nötig mir wird es gleich besser gehen ich bin einfach nur müde es tut gut einen Moment zu sitzen obwohl sie nichts anderes wollte als loszufahren und die gesamte Andrade Familie hinter sich zu lassen stieg Nicole ein und setzte sich der Frau gegenüber fühlen sie sich unwohl? Maddie verdrehte die Augen in einer Woche ist der Geburtstermin und ich siehe aus wie ein aufgeblasener Gummiball es gibt keinen Zentimeter an meinem Körper der sich nicht unwohl fühlt ein Moment lang herrschte eine unangenehme Stille zwischen ihnen Maddie zuckte zusammen oje was ich muss falsch am Schreibtisch gesessen haben mein Rücken bringt mich noch um wie konnte Stefan Maddie in dieser Phase der Schwangerschaft noch arbeiten lassen war überhaupt noch ein Funken von dem Mann übrig in den sie sich vor so vielen Jahren verliebt hatte hat es ihn überhaupt gegeben oder hatte sie etwas in ihn hinein projiziert was unter seinem machthungrigen äußeren gar nicht existierte die arme Maddie hatte verdient besser behandelt zu werden sind sie sicher dass ich niemanden für sie anrufen soll was ist mit ihrer familie an sie wollte nicht unhöflich sein doch sie konnte mit dieser Frau jetzt nicht über den Mann reden den sie mit aller Kraft aus ihrem Gedächtnis streichen wollte selbst wenn es um ihren Bruder geht gerade wenn es um meinen Bruder geht erwiderte Nicole und starrte aus dem Fenster das muss ziemlich schwer für sie sein wie bitte antwortete Nicole und beobachtete weiter die Menschen auf der Straße nicht am Leben ihres Bruders teilzuhaben ich glaube nicht dass ich das könnte ihre Worte wurden durch einen neuen Krampf unterbrochen sind sie okay seit sie ein junges Mädchen war hatte ihre Familie nur aus ihr und ihrem Vater bestanden sie wusste nicht wie man mit schwangeren Frauen umgeht und Maddie wurde immer bleicher das war kein gutes Zeichen es zwickt nur ein bisschen das hatte ich vor ein paar Tagen schon mal es waren Senkwehen keine Sorge das geht vorbei und selbst wenn es die genügend Zeit es ist schließlich mein erstes Kind Nicoles Magen schnürte sich so fest zusammen dass sie sich fast übergeben musste sie atmete tief durch und sagte wen sie haben wen ich wünschte es wäre so doch wie die meisten Frauen die zum ersten Mal gebären werde ich den Geburtstermin sicherlich weit überschreiten sagte Maddie überzeugter als Nicole es der Situation für angemessen hielt Nicole klopfte an das Trennfenster Jeff ins Krankenhaus schnell ich bin mir sicher meinte Maddie das Trennfenster wurde heruntergefahren haben haben sie krankenhaus gesagt ja die wehen haben anscheinend eingesetzt wie weit ist es das lennox hill ist auf der 77th street glaube ich das ist zwar nicht weit aber der verkehr ist die hölle können sie ihn umfahren keine chance irgendwo muss ein unfall passiert sein es geht keinen meter voran Nicole atmete zitternd ein und wieder aus immer wieder bis er schwindelig wurde atmen sie durch Nicole ich habe keine wehen beruhigte Maddie sie doch kurz darauf jaulte sie auf und verlor einen groß teil ihrer zuversicht zumindest glaube ich das nicht Nicole konnte keinen klaren gedanken fassen sie können sie können Maddie hob eine augenbraue sie können ihr baby nicht hier bekommen ich kenne mich mit Babys nicht aus beendete Nicole resigniert ihren Satz Maddie lehnte sich im Sitz zurück und streichelte ihren Bauch doch sie schien nicht mehr so entspannt zu sein wie zuvor ich bin sicher dass das nichts zu bedeuten hat Richard und ich sind beim letzten Mal vollkommen grundlos in Panik verfallen ich habe alle möglichen Vorbereitungskurse besucht meine Fruchtblase ist auch noch nicht geplatzt uns geht's gut Nicole holte ihr Handy aus der Tasche und suchte im Internet was sie über Anzeichen für eine kurz bevorstehende Geburt finden konnte Maddie lachte glauben sie dafür gibt es eine App doch ihr lachen wurde von einem weiteren schmerzensschrei unterbrochen sie brauchen einen kranken wagen Maddie wischte sich den schweiß von der stirn und lenkte ein vielleicht haben sie recht damit hatte Nicole nicht gerechnet was soll das heißen ich habe recht sie haben mir doch gerade noch gesagt dass es ihnen gut geht Maddie schaute auf den Sitz zwischen ihren Beinen ich glaube meine Fruchtblase ist gerade geplatzt sind sie sicher ihre Fruchtblase der Verkehr war erneut zum stehen gekommen weit und breit war kein Krankenhaus in Sicht nicht gut nicht gut nicht gut Nicole deren Kehle sich immer mehr zuschnürte schnappte keuchend nach Luft Maddie griff nach Nicoles Arm und riss sie mit einem Ruck neben sich auf den Sitz das süße Mädchen von eben war nicht mehr wieder zu erkennen sie biss die Zähne zusammen hören sie mir gut zu einer von uns muss jetzt die Ruhe bewahren und das werde sicherlich nicht ich sein sie müssen sich zusammenreißen was muss man einer gebärenden Frau raten kurze atemzüge Nicole atmete ein paar mal tief ein und wieder aus als sie sich einigermaßen beruhigt hatte konnte sie wieder einen klaren gedanken fassen sie haben recht es tut mir leid ich hatte nur noch nie etwas mit schwangeren zu tun Maddie durchwühlte ihre handtasche nach ihrem handy und rief ihren man an risha sie hielt inne und schrie auf als ein weiterer schmerz sie durchfuhr als er vorbei war sagte sie es ist soweit komm ins krankenhaus lennox das war zwar nicht geplant aber es ist das nächste ja wir sind auf dem weg zumindest versuchen wir es wir stecken im stau fest Jeff können sie den stau nicht irgendwie umfahren schrie nicole ihren fahrer erregt an keine chance gab er zurück können wir keinen rettungshubschrauber rufen fragte nicole verzweifelt nach einer lösung suchend kein landeplatz ruhig zu atmen war fast unmöglich geworden oh gott oh gott was machen wir denn jetzt notarzt nicole machte sich an ihrem handy zu schaffen und ließ es zweimal fallen bevor sie es schließlich schaffte den notruf abzugeben sie schaltete die freisprechfunktion ein jeff musste mithören denn sie selbst war kurz davor in ohnmacht zu fallen notruf wie kann ich ihnen helfen meldete sich ein mann nicole schnappte nach luft und sagte wir bekommen ein baby ich meine maddie bekommt ein baby in wo genau sind sie nicole suchte verzweifelt nach einem straßenschild wir sind auf der west 58 ecke fifth avenue in einer schwarzen limousine der verkehr steht still sie müssen sofort einen krankenwagen schicken okay ma'am ein paar blocks weiter ist ein krankenwagen verfügbar ich werde ihn sofort zu ihnen schicken fahren sie an die seite und warten sie auf ihn maddie schrie in welchem abstand kommen die wehen wollte er wissen nicole schaute maddie an die sich inzwischen auf den rücksitz gelegt hatte und vor sich hin hechelte maddie in welchem abstand kommen die wehen tränen liefen über maddies wangen und sie stieß erneut einen schrei aus oh gott keine ahnung sie hat starke schmerzen ist es normal dass sie so starke schmerzen hat ma'am beruhigen sie sich ein baby zu bekommen ist ganz natürlich aber es kann extrem schmerzhaft sein sie müssen die mutter fragen in welchen abständen die wehen kommen als der schmerz nach ließ antwortete maddie endlich auf die frage sehr kurz ein paar minuten wenn überhaupt ein paar minuten rief nicole in den hörer vielleicht sogar weniger ma'am sie müssen sich jetzt gut vorbereiten vorbereiten fragte nicole und spürte wie sich die zeit in ihrem schock zustand immer mehr verlangsamte das baby könnte kommen bevor der krankenwagen da ist sofern niemand anderer im wagen ist müssen sie der mutter helfen nicole warf dem jungen fahrer einen hektischen blick zu doch dieser schüttelte energisch den kopf und erwiderte schau schau mich nicht so an ich werde ohnmächtig wenn ich blut sehe ich glaube nicht dass ich das kann sagte nicole und spürte erneut panik in sich aufsteigen sie hatte noch nie jemandem ein pflaster verpasst und jetzt sollte sie bei einer geburt helfen maddie sagte etwas in ihr handy und schaltete die freisprecheinrichtung ein nicole das ist richard er möchte ihnen etwas sagen nicole nicole sind sie da ja sagte nicole während ihre hände so sehr zitterten dass sie beinahe das handy fallen ließ sie haben gerade die zwei wichtigsten menschen in meinem leben in ihrem wagen bitte kümmern sie sich gut um sie richards liebe für seine hatte eine beruhigende wirkung auf nicole hin und wieder gibt das leben einem die chance sich zu beweisen entweder man stellt sich der herausforderung oder man bereut die verpasste chance sein leben lang dies ist einer dieser momente ich muss aufhören zu hyperventilieren bevor ich noch in ohnmacht falle ich muss beweisen dass ich eine starke frau bin und endlich aufhören nur an mich zu denken das wäre der frischer beiden wird es gut gehen versprach nicole und war über die überzeugung in ihrer stimme selbst überrascht ma'am unterbrach sie der man am telefon können sie sich in ihrem wagen die hände waschen nicole schüttelte sich aus ihrer lethargie und stellte sich der situation die limousine hat eine minibar ich habe desinfektionsmittel und wasserflaschen waschen sie sich unter nicole wusch sich schnell die hände griff nach frischen handtüchern aus der bar und kniete sich neben maddie um ihr aus der unterwäsche zu helfen was sie dann sah ließ sie beinahe rückwärts auf den boden des fahrzeugs fallen ich glaube ich sehe den kopf des babies die wehen kamen immer häufiger und wurden immer stärker nicole legte das telefon auf den Sitz gefühlte stunden die tatsächlich nur ein paar minuten waren befolgte maddie die hinweise des mannes am telefon nicole legte maddie in eine bequemere position kniete sich vor sie und bereitete sich darauf vor das köpfchen des babies zu stützen alles passierte unsagbar schnell zunächst kam der kopf heraus dann drehte sich das baby auf die seite und kurz darauf schlüpfte ein glitschiges kleines wesen in nicoles wartende hände sie nahm ein sauberes handtuch und wischte das gesicht und den mund des babies ab sie umwickelte es mit einem weiteren handtuch und legte es mit dem kopf nach unten auf maddies brust das baby nahm seinen ersten tiefen atemzug und gab ein leises wimmern von sich nicole wischte sich ihre zitternden hände ab und legte wie geht es gut sie spürte die tränen kaum die ihr über die wangen liefen der krankenwagen ist jetzt auf der 6th avenue sie müssen die sirene jeden moment hören kam die stimme des mannes aus dem telefon maddie betrachtete staunend das baby eine männliche stimme war zu hören richard war immer noch in der leitung maddie nicole dem baby geht es gut richard können sie es schreien hören sagte nicole und maddie sie hat immer noch schmerzen aber sie lächelt selig ist es ein mädchen oder ein junge nicole bemerkte dass sie es nicht wusste und lachte auf keine ahnung ich habe nicht nachgeschaut sollte ich mir deswegen etwa sorgen machen fragte richard nicole schüttelte den kopf nein ich habe mich einfach nur auf den ersten atemzug konzentriert maddie schaute auf und sagte mit erschöpfter stimme sagen sie ihm dass es ein junger ist es ist ein richard schrie auf und klang dabei als würde er ein paar tränen herunterschlucken ich habe es gehört die party ist vorbei ladies der krankenwagen ist hier rief der fahrer maddie lächelte müde dieser mann hat eindeutig eine ohrfeige verdient nicole lächelte sie erleichtert an wird erledigt kurz darauf stiegen mehrere sanitäter in die limousine und schoben nicole beiseite um mutter und kind zu untersuchen nicole stieg aus dem wagen aus eine traube von menschen hatte sich auf dem bürgersteig versammelt und mutmaßte lautstark darüber was in der limousine wohl vor sich ging einige zeigten auf nicole sie versteckte sich hinter dem kranken wagen als sie die erste handy kamera auf sich gerichtet sah ihr fahrer umrundete die motorhaube und gab nicole ihr telefon der mann in der einsatzzentrale sagt dass sie gute arbeit geleistet haben ich kann es immer noch nicht glauben jeff ich habe soeben ein baby entbunden das haben sie gott se dank haben sie mehr als eine limousine sonst müsste ich sie diesen sommer in meinem mercury herum kutschieren wenn sie das wieder sauber kriegen wollen müssen sie sich jemand anderen suchen das hat man davon wenn man zustimmt dass der 22 jährige sohn seines eigentlichen fahrers dessen urlaubs vertretung übernimmt im gegensatz zu arnold der sich stets diskret im hintergrund hielt und ihr jeden wunsch nehmen ich werde auf dem rückweg neben ihnen fahren dann lassen wir den wagen reinigen abgemacht hört sich gut an ich habe soeben ein baby entbunden obwohl sie diese erfahrung nicht unbedingt ein zweites mal machen wollte und die details lieber für sich behielt war der moment als sie ein neues leben in den händen gehalten hatte einer der erstaunlichsten ihres lebens gewesen hätte sie Freunde gehabt dann hätte sie diese sofort angerufen um ihre euphorie über diese wundersame geburt zu teilen doch als korisi war es nicht leicht freunde zu gewinnen geschweige denn sie zu behalten nur die enge beziehung zu den leitenden angestellten von korisi limited hatte sie bis ins erwachsenen alter aufrechterhalten können doch sie war nun mal nicht mehr das kleine mädchen das einfach in ihre büros stürmen konnte um ihnen von ihren abenteuern zu erzählen sie hatten den kontakt zu nicole zwar aufrecht erhalten als sie zum college gegangen war und danach in zahllosen software firmen in und um new york gearbeitet hatte doch sie waren längst nicht mehr teil ihres täglichen lebens trotzdem war nicole immer noch dankbar für ihre bedingungslose treue als alle anderen menschen in ihrem lernt hatte hatte sie ihren geringen einfluss auf ihren vater ausgenutzt um die arbeitsbedingungen dieser männer und frauen zu verbessern überraschenderweise hatte sie oft bekommen was sie wollte nicht weil es das beste für das unternehmen war und schon gar nicht weil ihr vater ihre meinung wert schätzte sondern einfach nur weil ihr vater wusste dass sie ihn so lange bedrängen würde bis er irgendwann aufdrängen wollte doch wenn er ihr nachgab bekam auch er was er wollte er musste ihre anwesenheit nicht länger ertragen dafür setzte er nur allzu gerne ein paar ihrer maßnahmen um das wissen darum schmerzte sie immer noch doch immerhin hatten die menschen die sie liebte kinderbetreuung und flexible arbeitszeiten erhalten sie würde für diese leute alles tun auch wenn das bedeutete sich von der einst das herz gebrochen hatte stephen um hilfe zu bitten war eine wahnwitzige idee gewesen doch george und die anderen vorstandsmitglieder hatten ihr in den letzten wochen vor dem tod ihres vaters immer zur seite gestanden sie hatten sie ins krankenhaus begleitet und sie sogar zu hause besucht als ihr vater an einem weiteren herzanfall schließlich gestorben war diese menschen hatten sie getröstet während ihr eigener bruder lieber zu irgendwelchen verhandlungen nach peking geflogen war als der beerdigung seines vaters beizuwohnen sie waren alles was sie noch hatte ma'am fragte ein sanitäter der anscheinend schon länger um ihre aufmerksamkeit bat tut mir leid ja fragte nicole und schüttelte ihre gedanken von sich ab fahren sie mit uns im krankenwagen nicole hatte kaum ihren mund geöffnet um zu verneinen als maddie ihren kopf hob das baby in decken eingehüllt dem arm haltend und die hand nach ihr aus streckte bitte kommen sie schwach und legte den kopf zurück auf das kissen besorgt schorte nicole zum sanitäter der sie schnell beruhigte sie ist einfach nur müde ich muss aber wissen ob sie mitkommen oder hinter uns herfahren nicole beugte sich vor und drückte maddies hand ich komme mit ich lasse sie nicht allein keine sorge steffen lehnte sich in seinem speziell angefertigten Sitz seines privatschets zurück und versuchte die augen zu schließen er musste ausgeruht sein wenn er in peking in form sein wollte dominic würde nicht lange auf sich warten lassen also musste steffen sich beim chinesischen handelsminister und dessen beirat beweisen bevor dominic in die verhandlungen eingreifen konnte sein halbes team war bereit seit fast einem monat in peking um die grundlagen zu schaffen und die beziehungen zu pflegen die diesen coup erst möglich machen würden rache erfordert kein glück sondern geduld wie eine schlange die zum angriff ansetzt hatte stefan jahrelang gewartet dass dominic endlich einen fehler beging jetzt war es soweit an schlaf war nicht zu denken stefan schaute sich in der kleinen kabine seines jets um für corisi verhältnisse war er nicht sehr groß doch dafür umso schneller er konnte praktisch jeden ort in der welt doppelt so schnell erreichen wie sein aufgeblasener rivale als stefan erneut die augen schloss sah er wieder nicole vor sich er musste sich diesmal nicht mit einem alten foto quälen sie hatte sich auch so in sein gedächtnis eingebrannt nicole in einem atemberaubenden roten kleid nicole in einem marine blauen hosen anzug nicole die vor ihn zusammenbrach als er ihr sagte dass sie ihr nicht helfen würde mit anfang zwanzig war sie ein hübsches mädchen gewesen doch die frau die er heute gesehen hatte glich mit ihren ellen langen beinen schon fast einem model ihre makellosen gesichtszüge und ihre ungewöhnlichen grauen augen gehörten auf die titelseite einer mode zeitschrift doch das interessierte sie nicht während die meisten frauen ihre natürliche schönheit ausnutzten um in kniffligen situationen die oberhand zu bekommen versteckte nicole sich lieber unter ihrer konservativen kleidung und und verdammte nacken knurrten er war immer noch genauso verführerisch wie damals als er jede mögliche entschuldigung vorgebracht hatte um sie in ihrem büro in der firma seines vaters besuchen zu können er entblößte einen hals der nur so danach schrie mit küssen bedeckt zu werden stefan drehte sich auf die seite und knüllte das kissen unter seinem kopf zusammen er musste aufhören an sie zu denken er musste sich auf den grund für diesen flug konzentrieren dominik würde endlich für das bezahlen was er ihm angetan hatte auch wenn er dabei schamlos ausnutzte dass sein rivale die verhandlungen unterbrochen hatte um der testaments eröffnung seines vaters beizuwohnen es war moralisch verwerflich doch es ging immerhin um dominik dass er nicht an der beerdigung teilnahm bewies seine gleichgültigkeit dominik war nur in die staaten zurückgekehrt um das geld einzuheimsen das er von seinem vater erben würde ein mann wie dominik kriegte niemals genug er musste alles besitzen wäre dominik an seiner stelle gewesen hätte er zweifellos das gleiche getan es gefiel ihm dass es eigentlich eine typische korisi eigenschaft war vorteile aus dem unglück anderer zu ziehen die familie korisi war skrupellos und dabei nicht nur auf die vernichtung ihrer konkurrenten versessen sondern genauso daran interessiert sich gegenseitig das leben schwer zu machen steffen musste dominik eigentlich dankbar für seinen geschäftlichen erfolg sein victor andrade war zu konservativ gewesen um mit der fortschreitenden globalisierung des marktes mithalten zu können er hatte an langfristige geschäftsbeziehungen und an seinen guten ruf geglaubt seine gutmütigkeit hatte seinen untergang bedeutet indem er konkurrenten half anstatt sie aufzukaufen hat er sich anfällig für kredithaie gemacht jetzt basierte das geschäft von andrade global auf den grundsätzen die steffen von dominik gelernt hatte moral ist subjektiv nimm ohne zu fragen greif den stärkeren an schluck den schwächeren häufe so viel geld an dass du dich niemals entschuldigen musst und bezahl deine leute gut damit sie den schaden beheben den du hinterlässt das war das rezept das steffen zum milliardär gemacht hatte doch geld und macht waren nicht alles nicole verdammt es ging hier nicht um sie sondern um die insel seiner familie und darum eine alte rechnung zu begleichen und nicole sie konnte unmöglich so unschuldig sein wie sie es vorgab ihr timing verriet dass sie etwas mit der sache zu tun hatte sie hatte sich in das unternehmen ihres vaters geschleust bevor dominik es aufkaufen konnte und jetzt war sie genau an dem tag zu ihm gekommen als er ihren bruder fertig machen wollte sie hatte ihm zwar nur ein geschäft vorgeschlagen doch es war klar dass die vorgetäuschte verlobung nur dazu dienen sollte ihn abzulenken musste sie denn dabei unbedingt so aufrichtig aussehen so traurig über seine absage so unglaublich sexy wenn sie ihn mit ihrem kühlen blick anschaute wenn sie ihn wenigstens angemacht und damit ihr wahres ich gezeigt hätte dann würde er jetzt vielleicht nicht jedes mal eine erektion bekommen wenn er daran dachte wie sie ihr hahr löste ihre bluse aufknüpfte und sich ihre verdammte unnahbarkeit von ihm weggüssen ließ sie war nichts besonderes er kannte unzählige schöne frauen sie war lediglich eine herausforderung für ihn die nur dadurch so interessant geworden war weil er sie schon so lange wollte steffen stand auf ging auf die andere seite des ganges und holte seinen laptop er würde während des fluges sowieso kein Auge zumachen können und er würde sich auch ganz bestimmt nicht in diesem hormongesteuerten stumpf sensolen nur weil er sie wiedergesehen hatte nicole hatte vor sieben jahren genauso wenig zu seinem leben gehört wie jetzt sex würde die dinge nur verkomplizieren selbst heißer orgasmus bist du nicht mehr kannst sex er er öffnete seinen laptop und starrte eine weile auf den bildschirm bevor er ihn resignierend wieder zuklappte eine vorgetäuschte Verlobung um das testament ihres vaters zu umgehen verrückt man kauft kein unternehmen und verkauft es dann ohne profit wieder zurück wie konnte sie nur eine sekunde lang daran glauben dass er ihr angebot annehmen würde wie verzweifelt musste sie sein trotzdem es war die richtige entscheidung gewesen sie abzuweisen die einzige entscheidung er lehnte sich zurück und stöhnte leise auf als er an die träne auf ihrer wange dachte deren anblick sich wie ein schwert in seine brust gebohrt hatte war es möglich dass der Tod ihres vaters sie so sehr aus der Fassung gebracht hatte warum musste sie dominik so dringend davon abhalten eine zeitlang die firma ihres vaters zu übernehmen und die schmerzhafteste frage wird der große dominik ihr unternehmen retten können wenn sein eigenes imperium um ihn herum zusammen bricht ist das mein problem nein ist es nicht steffen legte den laptop neben sich auf den sitz und lehnte sich erneut zurück er bedeckte seine augen mit einem arm das wird ein langer flog als meddy auf einer trage aus dem krankenwagen gerollt wurde wartete ihr besorgter ehemann bereits auf sie ergriff ihre hand und schämte und schämte nicht für die tränen die ihm über die wangen liefen ein sanitäter bat ihn zur seite zu gehen doch richard ließ es sich nicht nehmen seine frau und die stirn seines sohnes zu küssen er berührte das baby noch einmal als wollte er sicher gehen dass es ihm wirklich gut ging und ließ die sanitäter meddy dann in die notaufnahme schieben ohne ihre hand dabei los zu lassen nicole stieg allein aus dem kranken wagen und war immer noch verstört nach dem was sie gerade erlebt hatte sie wollte die beiden nicht stören wusste aber auch nicht was sie als nächstes tun sollte sollte sie bleiben sollte sie gehen wie verhält man sich in einer solchen Situation eine ältere Krankenschwester berührte sie im Arm und fragte möchten sie sich vielleicht waschen nicole schaute auf die blutflecken auf ihrer hose flecken die selbst der dunkle stoff ihrer kleidung nicht kaschieren konnte sie hatte sich so sehr auf die mutter und ihr baby konzentriert dass sie gar nicht gemerkt hatte wie das blut auf ihrer ärmel gespritzt war ja bitte ich habe gar nicht gewusst dass neugeborene so viel dreck machen die schwester lachte und führte nicole in einen kleinen raum in dem sie sich waschen und einen kittel überziehen konnte die mutter hatte großes glück dass sie an ort und stelle waren ich habe gehört sie haben ihre erste geburt mit bravour gemeistert nicole schrubbte ihre arme unter dem wasserhahn ab und war froh dass sie ihre erfahrung mit jemandem teilen konnte ich hatte entsetzliche angst sagte sie und bemerkte erst als sie es aussprach wie viel wahrheit in diesen worten steckte die schwester wandte sich ab als nicole sich umzog redete jedoch unbeirrt weiter mut bedeutet nicht dass man keine angst hat mut bedeutet zu tun was getan werden muss obwohl man angst hat nicole trat zu ihr das sprichwort muss ich mir merken da ist was wahres dran sind sie so weit fragte die schwester und öffnete die tür des kleinen zimmers nicht wirklich wollte nicole erwidern blieb jedoch still sie wusste nicht was sie wollte sie hatte ihren teil erledigt es war Zeit das Krankenhaus durch einen Seitenausgang zu verlassen und nach hause zu fahren sie hatte maddie zwar geholfen aber sie gehörte nicht hierher zu steffans familie je eher sie ging desto besser doch anstatt ihre gedanken zu äußern nickte sie und folgte der schwester hinaus nicole rief ihren fahrer an der ihr versicherte dass er ein neues fahrzeug besorgt hatte es jedoch noch eine weile dauern könnte nicole ging daraufhin ins Wartezimmer um der erdrückenden luftfeuchtigkeit zu entkommen die an diesem abend auf den straßen von new york herrschte platz zu nehmen war eine willkommene erleichterung kurze zeit später kam eine ältere frau auf sie zu und sprach sie mit italienischem akzent an nicole ja nicole stand auf und fühlte sich ausgelaugt jetzt da das adrenalin nicht mehr durch ihre adern strömte sie fühlte sich schmutzig und müde von jemandem in diesem zustand gesehen zu werden war das allerletzte was sie wollte mein name ist elisa andrade ich bin maddys mutter richard sagte mir dass sie hier sind und ich wollte mich bei ihnen bedanken na toll warum konnte es nicht wenigstens jemand sein der meinen vater gekannt hatte jemand dem ich ein falsches lächeln schenken und vor dem ich dann schleunigst davon laufen konnte warum musste es jemand sein den ich schon immer mal treffen wollte schön sie kennenzulernen gratulation zu ihrem neuen enkel nicole schüttelte die hand der frau und ließ sich von ihr auf beide wangen küssen er ließ für eine hübsche frau mit kastanienbraunen haaren und einer hüfte die ihre liebe zu üppigen pasta gerichten offenbarte ihre weichen gesichtszüge waren von professionell gestylten locken umgeben das einfache blumenkleid dem subtile eleganz aus nicole sah an sich herunter und war froh dass sie sich wenigstens hatte waschen können in ihrem op kittel sah sie zumindest nicht mehr so aus wie ein komparse in einem horrorstreifen wie geht es ihnen fragte die frau ehrlich besorgt nicole blickte zur seite und wusste nicht was sie antworten sollte maddie hat die ganze arbeit geleistet ich bin einfach nur froh dass es beiden gut geht ein großer dunkelhaariger mann in einem einfachen grauen fioravanti anzu kam auf sie zu sein haar war kurz und konservativ nach hinten gekämmt seine strengen gesichtszüge weichten ein wenig auf als er die beiden frauen erblickte die du hast sie gefunden rief er und umarmte nicole so überschwänglich dass ihre füße vom boden abhoben er ließ lachte alessandro lass sie herunter nicole dieser ziemlich überschwängliche typ ist mein ehemann wieder auf dem boden angekommen strich nicole nervös ihren hosenanzug glatt mit einem charmanten lächeln wandte er sich von nicole ab um seine frau zu umarmen tesoro es ist unglaublich ich habe gerade das baby gesehen er ist wunderschön und er hat meine haare richard will ihn laurent nennen doch ich habe ihm vorgeschlagen ihn joseph zu nennen nach meinem vater joseph das ist doch auch ein schöner französischer name nicht wahr er löste sich von seiner frau ließ jedoch eine hand auf ihrer hüfte liegen er ließ schüttelte amüsiert den kopf entschuldigen sie bitte sein benehmen doch der erste enkel wird jeden tag geboren wir sind ihnen so unglaublich dankbar sie zeigte mit dem finger auf ihren mann und du lässt ihn gefällig selbst entscheiden wie er seinen sohn nennen will richard ist franzose wenn er ihn laurent nennen will dann müssen wir das akzeptieren ich werde nicht zulassen dass die leute meinen enkel larry nennen joe hingegen ist ein solider name was meinen sie nicole larry oder joe nicole faltete ihre hände und antwortete leise ich mag beide sie schaute über die schulter durch die große fenster front und hoffte inständig ihre limousine zu erblicken ich kann immer noch nicht fassen dass maddie nicht gleich heute morgen ins krankenhaus gefahren ist als sie zum ersten mal diese schmerzen hatte ich habe ihr gesagt dass sie es nicht auf die leichte Schulter nehmen soll doch Kinder wissen ja immer alles besser als ihre mütter sagte elise nicole trat unsicher von einem bein auf das andere sie versuchte krampfhaft nicht an ihre eigene mutter zu denken es war 15 jahre her seit ihre mutter sie verlassen hatte ein tag der sich für immer in ihr gedächtnis eingebrannt hatte allein die erwähnung einer mutter löste einen sturm von fragen in ihr aus die sie nie würde beantworten können war sie gegangen weil sie es wollte oder wurde sie uns weggenommen und wenn sie dad aus freiem willen verlassen hatte warum hat sie uns dann nicht mitgenommen warum hat sie sich nicht von uns verabschiedet und die schmerzhafteste frage von allen wenn sie geblieben wäre würde sie heute noch leben sie müssen erschöpft sein meinte elise die sah dass Nicole sagte alessandro sag unserem fahrer dass er sie nach hause bringen soll nein nein entgegnete Nicole schnell mein wagen muss jeden moment hier sein trotzdem danke für das angebot wir müssen steffen unbedingt anrufen und ihm sagen dass er sich eine wunderbare frau ausgesucht hat sie sind eine wahre heldin sagte alessandro nicole drehte sich der magen um steffen und ich werden nicht er ließ wies ihren man zurecht du solltest doch nichts sagen der große man zuckte mit den schultern als würde es keinen unterschied mehr machen si si maddie hat uns gebeten nichts zu sagen aber es ist doch nun wirklich kein geheimnis mehr warum sollte steffen verheimlichen dass er diese frau heiratet wenn wir sie schon längst in unser herz geschlossen haben woher zum teufel wusste maddie sie musste ihr gespräch in steffens büro belauscht haben das war nicht gut vielleicht will er den richtigen zeitpunkt abwarten um es uns zu sagen erwiderte elise alessandro ließ sich nicht beeindrucken und was hat maddie das lange warten gebracht sie hat ihr baby in einer limousine zur welt gebracht auf den straßen von new york me dio steffen hat glück dass es allen gut geht er hätte bei ihr bleiben sollen elise warf eine hand in die luft er ist diese woche nicht ganz er selbst du weißt doch wie sehr ihm diese schreckliche corrisi familie die nerven raubt beide bemerkten sofort ihren faux pas und schauten nicole besorgt an ich wollte nicht begann elise ich verstehe schon gab nicole zurück wenn man einen vater hat dessen skrupellosigkeit in der geschäftswelt legendär war und einen bruder der genau in seine fußstapfen trat ist man es gewohnt seinen eigenen nachnamen in verbindung mit obszionitäten zu hören peinlicher stille in fünf vier drei ich bitte sie vielmals um verzeihung ich habe nicht nachgedacht die augen der älteren frau füllten sich mit tränen nicoles handy vibrierte in ihrer handtasche schon gut es macht mir nichts aus aber ich muss jetzt wirklich los mein wagen ist da alessandro überreichte ihr eine plastiktüte mit ihrer verschmutzten kleidung die sie eigentlich wegwerfen wollte es dann jedoch vergessen hatte sie nahm die tüte und vermied es dem paar in die augen zu schauen er ließ die tüte nicht los bis sie ihn schließlich doch ansah so wirft ihnen die sünden ihres vaters oder ihres bruders vor sagen sie stefan das er muss sie nicht vor uns beschützen das werde ich erklärte nicole wohlwissend dass sie es niemals tun würde mich beschützen nicole war sich ziemlich sicher dass stefan ganz andere dinge im sinn hatte sie schmiss die tüte in einen abfall eimer vor der eingangstür und stieg ohne zu drehen in ihre limousine erschöpft ließ sie sich in den sitz fallen schlüpfte aus ihren high heels und legte die füße auf den gegenüberliegenden sitz jeff ihr fahrer wandte sich um und fragte geht es ihnen gut warum fragt mich das heute bloß jeder lafte nicole ihn an ist das nicht offensichtlich war in jeffs gesichtsausdruck zu lesen bevor er sich wieder umdrehte und den wagen startete nicole holte einen taschenspiegel hervor und bereute es noch im selben moment ihre haare standen zu berge sie glättete ein paar strähnen doch ohne gummiband konnte sie bei dem chaos auf ihrem kopf nicht viel ausrichten sie erwischte jeff dabei wie er sie im rückspiegel beobachtete bringen sie mich einfach nur nach hause ihr schroffer ton sollte eigentlich eine warnung sein doch jeff blieb davon unbeeindruckt er drehte sich um und starrte sie herausfordernd an jeff hatte seine ganz eigenen vorstellungen davon wie man einen chauffeur zu behandeln hatte er war unverschämt doch sein vater arnold hatte ihr unmögliches verhalten als teenagerin jahrelang ertragen ohne auch nur einen ton zu sagen das mindeste was sie tun konnte war seinen sohn für ein paar wochen zu tolerieren fügte sie hinzu zufrieden drehte jeff sich um und legte seinen gurt an als er auf die hauptstraße fuhr sagte er ich habe sie noch nie mit offenen haaren gesehen sie schloss die augen und seufzte müssen wir unbedingt darüber reden ich weiß dass ich schrecklich aussehe eigentlich sind sie ziemlich sexy wer hätte das gedacht nicole wusste nicht was schlimmer war dass ihr fahrer ihr aussehen kommentierte oder dass er schockiert darüber war dass sie sexy aussah sexy hm nicole drückte auf den knopf um das trennfenster hochzufahren doch ihr mund verzog sich zu einem widerwilligen lächeln wofür gebe ich so viel geld für stylisten und designer kleidung aus wenn ich meinen finger einfach nur in eine steckdose stecken und dabei einen kartoffelsack tragen männer sind schon eigenartige wesen eine stunde später als nicole sich unter der dusche den tag mit heißem wasser abspülte schaute sie auf ihren flachen bauch und fragte sich ob sie jemals ein leben in sich tragen würde und wenn würde sie jemand nach der geburt im krankenhaus besuchen wie jämmerlich dass alle leute die ihr etwas bedeuteten auf ihrer gehaltsliste standen wusste maddie eigentlich zu schätzen was sie hatte eltern die sie liebten ein ehemann der um sie weinte wie es wohl wäre eine andrade zu sein oder eine d'argent son wie maddie teil einer großen familie die sich über alles liebte und die jedes neue familienmitglied mit nicole dachte nicht das erste mal darüber nach vor siebeneinhalb jahren als sie ein praktikum bei der inzwischen aufgelösten firma andrade solutions gemacht hatte hatte sie bereits einen einblick in diese welt bekommen victor andrade stephens vater der von ihrem streben beeindruckt war das leiten einer software firma aus dem ff zu lernen hatte sie unter seine fittiche genommen anders als alle anderen menschen die sie getroffen hatte hatte sich victor vom einfluss ihrer familie in der software branche weder einschüchtern noch beeindrucken lassen zu beginn hatten sie mehr zeit damit verbracht über seine familie zu sprechen als über ihre aufgaben irgendwer plante immer eine hochzeit oder bekam ein baby streitigkeiten unter den andrades waren zwar viktors geschichten waren spannend und wie aus einer anderen welt märchen von einem wundervollen leben von dem nicole schon immer geträumt hatte schon bald war nicole ihm auf schritt und tritt durch die firma gefolgt er ließ sie an wichtigen meetings teilnehmen und führte mit ihr nachbesprechungen durch bei denen er sie oft für ihre erfrischende perspektive lobte obwohl gerüchte die runde machten dass ihre loyalität einzig und allein ihrem vater galt hatte er dieses thema offen mit ihr besprochen und ihre wahren absichten erkannt nicole wollte das unternehmen ihres vaters zwar einmal übernehmen doch sie hatte nicht vor die welt zu erobern sie bewunderte wie viktor sein personal wert schätzte und seine familie in das unternehmen einbrachte wo er nur konnte sie war es nicht gewohnt dass entscheidungen darauf basierten was das beste für alle war nicht nur für das portemonnaie viktors wertschätzung ihr gegenüber hatte ihr die türen zum rest der familie geöffnet seine frau kathrin hatte nicole eines tages zum mittagessen eingeladen und es so genossen dass sie sich von da an einmal pro woche trafen kathrin war eine große sinnliche blondine die die gleichen stahlblauen augen hatte wie stephen allein dafür hätte sie sie eigentlich hassen sollen doch ihre warmherzige persönlichkeit zerstreute sofort jeden anflug von eifersucht obwohl sie nicht für das unternehmen arbeitete kannte sie jeden einzelnen mitarbeiter persönlich und ihre meinung wurde hoch geschätzt ihre vorschläge wurden sogar häufig diskutiert und in die firmen politik aufgenommen sie vergötterte ihren mann und ihren sohn doch das hieß nicht dass sie immer einer meinung mit ihnen war kathrin und victor dabei zuzusehen wie sie wegen stephen stritten war für nicole so fremd als würde sie außerirdische durch ein fernrohr beobachten sie gerieten häufig aneinander manchmal lautstark doch ihre wut kam und ging wie ein unwetter auf hoher see ansichten wurden vertreten kompromisse wurden vereinbart doch niemand wurde verletzt kein schlechter nachgeschmack blieb zurück die andrades hatten keine angst sich gegenseitig verbal anzugreifen weil sie der liebe vertrauten die sie miteinander verband das konnte sie von ihrer eigenen familie leider nicht behaupten die corrisis waren brutal nachtragend herrschsüchtig und unerbittlich das anhäufen von reichtum war das einzige was sie interessierte die andrades hingegen hatten nicole eine vollkommen neue perspektive geboten corrisi limited konnte erfolgreich sein und seine mitarbeiter trotzdem wertschätzen in ihrer fantasie war ihre zukünftige familie liebevoll und selbstlos sie hatte sich fest vorgenommen dass ihre eigenen kinder niemals die einsamkeit und verlassenheit spüren würden die sie erlitten hatte das alles hatte sie victor erzählt und er hatte sie verstanden wie nie jemand zuvor sie verstanden hatte er hatte sie eher wie eine tochter als wie eine angestellte behandelt und genau aus diesem Grund hatte sie auch nie verstanden warum victor die besuche seines sohnes in ihrem büro so missbilligte der junge steffen extrem erfolgreich wenn man erfolg daran misst wie braun gebrannt man ist und wie häufig man es auf die titelseiten der klatschblätter schafft er hatte einen großteil seiner zeit an der westküste mit seinen hollywood freunden dem drehen von dokumentarfilmen und mit frauen verbracht die war er nur sporadisch gekommen um seinen vater zu besuchen und wohltätigkeits veranstaltungen für irgendwelche umweltprobleme zu organisieren die in diesem monat gerade in aller munde waren oder wie sein vater zu sagen pflegte sein leben zu verschwenden anstatt erwachsen zu werden und das familienunternehmen zu unterstützen im gegensatz zu seinem vater war nicole jedoch überzeugt dass steffen nun perfekt war nichts schien ihn zu beunruhigen er trug stets freizeitkleidung und hatte eine präsenz die man selbst erlebt haben musste um sie beschreiben zu können frauen drängten sich gegenseitig beiseite um einen blick auf ihn erhaschen zu können männer beneideten ihn um seine fähigkeit seinen reichtum und seinen einfluss als etwas selbstverständliches anzusehen nicole liebte seinen idealismus seine überzeugung die welt retten zu können immer wenn sie seine einladungen zum abendessen ausgeschlagen hatte hatte er sich auf den rand ihres schreibtisch gesetzt und ihr über sein neuestes projekt erzählt seine leidenschaft für die rettung von korallen riffen oder die berechnung des schmelzfortschritts von diesem oder jenem gletscher war einfach inspirierend und unglaublich sexy steffens beharrlichkeit hatte ihr geschmeichelt doch er wechselte seine freundinnen wie andere männer ihrer hemden sie waren lediglich accessoires die er zu einer veranstaltung anlegte um sie vor der nächsten wieder abzulegen nicole schlug seine avancen aus den gleichen gründen aus aus denen sie keine lotterielose kaufte unerwartet wundervolle dinge passierten ihr einfach nicht das war noch nie so und sie glaubte nicht daran dass es jemals geschehen würde und genau deswegen verfluchte sie sich immer noch selbst dass sie das eine mal ja gesagt hatte denn in diesem moment hatte sie sich selbst eingestanden dass sie mehr als nur eine harmlose schwärmerei für ihn empfand und damit ihrer Familie eine weitere gelegenheit gegeben sie zu verletzen nicole trocknete sich ab schlüpfte in ihr langes baumwollnachthemd und tapste zu ihrem Bett sie ließ es nicht oft zu an diesen Tag zu denken doch heute Abend fragte sie sich wie ihr Leben wohl verlaufen wäre wenn Dominik an diesem Abend nicht die Übernahme von Andrade Solutions verkündet hätte sie würde niemals vergessen wie Stefan sie angesehen hatte als ihm das eine Mal keine Abfuhr erteilt hatte in seinen blauen Augen war ein Feuer aufgeblitzt auf das ihr Körper unweigerlich reagiert hatte von einem Mann wie Stefan gewollt zu werden hatte selbst ihr jungfräuliches Herz nicht unberührt gelassen er hatte sich zu ihr vorgebeugt die Augenbrauen gehoben und gescherzt dass Frauen wie sie es anscheinend lieben Achterbahn zu fahren Frauen wie ich hatte sie geantwortet und sich davor gesträubt was er ihr antworten würde er hatte sie mit den Fingerspitzen leicht am Revers ihres Bläsers berührt was ihr unweigerlich einen kalten Schauer über den Rücken gejagt hatte und gefragt trägst du dein Haar eigentlich nie offen gönnst du dir nie ein wenig Spaß das Wort Spaß klang aus seinem Mund positiv erotisch nein sie hatte nie Spaß doch je mehr er darüber sprach desto dringender wollte sie das ändern natürlich habe ich Spaß hatte sie sich nach Atem ringend verteidigt lügnerin hatte er an ihren lippen geflüstert nur weil ich nicht mit dir ausgehe heißt das noch lange nicht dass ich überhaupt nicht ausgehe ihr kommentar zauberte ein verführerisches lächeln auf seine lippen ach wirklich er hatte ihren nackten hals mit seinem handrücken gestreichelt mit wem sie war unfähig gewesen in dieser situation einen klaren gedanken zu fassen männern hatte sie geantwortet er hatte laut aufgelacht da bin ich aber froh sonst hätte ich hier noch meine zeit verschwendet er war aufgestanden und hatte sie direkt heraus gefordert komm morgen mit mir nach coney island wir fahren achterbahn wir gehen am strand spazieren und wenn du es einen tag ohne deine ganzen männer aushalten kannst dann lade ich dich danach sogar zum abendessen ein sie hatte den atem angehalten sie wollte nicht sehen was in seinen augen geschrieben stand willst du mich auf den arm nehmen oder meinst du es ernst er hatte sich vorgebeugt und sanft ihre lippen geküsst sag ja und ich werde dir zeigen wie ernst ich es meine daraufhin hatte sie alle guten vorsätze in den wind geschrieben und ja gesagt sein gesicht hatte sich vor erregung gerötet soll ich dich gegen zehn abholen nein hatte nicole schnell erwidert wir treffen uns vor dem büro gebäude angst dass dein vater unser date nicht gut heißen wird dieser gedanke schien ihn zu amüsieren so ähnlich hatte nicole mit einem kurzen lächeln zugegeben gottseidank hatte stephen ihre antwort hingenommen und zugestimmt ihr date hatte sich so lebhaft in ihr gedächtnis eingebrannt dass alle treffen mit männern danach davon überschattet wurden als sie hand in hand mit diesem man am strand spazieren gegangen war und er bei jeder gelegenheit einen kuss stahl hatte es sich angefühlt wie in einem traum eine wundervolle leidenschaftliche welt in der alles möglich war egal ob er über seine pläne für seine nächste umwelt umweltdokumentation sein reichtum war für ihn ein hilfsmittel um einflussreiche personen zu gewinnen die seine initiativen unterstützten er war genau das was er immer werden wollte auf der tanzfläche im lucidas hatte sie sich dann die wahrheit eingestanden ich liebe diesen man das abendessen war ein einziges qualvolles vorspiel gewesen ein kuss eine geheime berührung ein verlangen das immer stärker wurde bis keiner von ihnen mehr leugnen konnte wo dieser abend enden sollte bis steffans telefon geklingelt hatte und sie ihm dabei zusehen konnte wie er sich von einem auf den anderen moment in einen fremden verwandelte dominik hatte sein übernahmegebot für andrade solutions öffentlich gemacht hast du davon gewusst hatte steffen sie angeschrien wusstest du es ist das der grund warum du meinem vater auf schritt und tritt gefolgt bist damit du deinem bruder alles brühwarm berichten kannst vielleicht hätte sie sich verteidigen sollen wenn sie ihm erklärt hätte dass sie keinen kontakt mehr zu ihrem bruder hatte hätte steffen sie vielleicht nicht abgewiesen doch je schweigsamer sie wurde desto wütender wurde er er warf ihr beleidigungen an den kopf auf die sie ihm keine widerworte gab sobald er seine stimme erhob machte nicole dicht registrierte weder seine worte noch die lange taxifahrt nach hause es war nicht seine schuld er hatte jedes recht wütend auf sie zu sein er war zum opfer ihrer familie geworden nichts gutes kam dabei heraus wenn man sich mit einem korisi abgab früher hätte nicole schwören können dass dominic sie mit seinen taten nur beschützen wollte doch nein dominic hatte das familienunternehmen der andrades nur gekauft und zerschlagen weil er die nötigen mittel dazu hatte und seinen reichtum so nur noch weiter vermehren konnte die andrade privatinsel hatte er aus reiner bosheit dazu gekauft ohne zu zögern hatte er damit begonnen einen wahnwitzigen wohnkomplex auf der insel zu errichten der kurz danach in jeder architektur zeitschrift zu bewundern war und damit jede chance zunichte gemacht dass nicole die wogen zwischen sich und dem andrade clan jemals wieder glätten konnte victor hatte ihre entschuldigung angenommen doch nicole hatte sich machtlos und ohnmächtig gefühlt als sie die trauer in seinen augen gesehen hatte sie hatte ihn nie wieder besucht obwohl er sie unbedingt wiedersehen wollte sie konnte die schuldgefühle und den zorn nicht ertragen den der anblick der andrades bei ihr auslöste der verlust dieser familie war einer der vielen gründe warum sie nie wieder ein wort mit ihrem bruder reden wollte was wäre passiert wenn das telefon an diesem abend nicht geklingelt hätte wäre stefan der mann gewesen an den sie ihre unschuld verloren hätte der mann für den es nichts als eine herausforderung war sie ins bett zu kriegen genau wie all die männer nach ihm die ihr nur nachgestellt hatten um vorteile aus ihrer verwandtschaft zu den korisi-männern zu ziehen und sie sofort zu verlassen wenn sie bemerkten dass sie damit keinen erfolg hatten war die verbindung die sie zu steffen spürte real gewesen oder nur das produkt ihrer überschwänglichen einbildung genau wie all die anderen fragen die sie quälten fand sie auch auf diese keine antwort sie wusste lediglich dass steffen sie nie wieder so ansehen würde wie an diesem abend im lucidas der steffen den sie geliebt hatte war nicht mehr da nicole schaltete das licht aus und lag reglos unter ihrer kühlen sommerbettdecke vielleicht sollte sie sich einen welpen oder eine katze anschaffen um diese einsamkeit zu verdrängen die energie von peking erfrischte steffen er schaute auf die vollen straßen unterhalb seines hotelzimmers und gingen gedanken zum letzten mal sein angebot durch der plan nahm immer mehr gestalt an der handelsminister prüfte bereits seinen vorschlag und besprach ihn mit seinen beratern seine quellen hatten ihm gemeldet dass dominiks abwesenheit in den letzten wochen das vertrauen des ministers in korisi enterprises stark erschüttert hatte steffen besaß zwar nicht dominiks einfluss doch er war zur richtigen zeit am richtigen ort und mit einem höchst verlockenden angebot er würde den minister und seine berater morgen nachmittag treffen dann sollte eine entscheidung fallen endlich konnte er dominik zeigen wie es sich anfühlt alles zu verlieren sein handy vibrierte eine sms es gibt gute neuigkeiten zu hause ruf an so schnell du kannst das würde er erst tun wenn er selbst gute neuigkeiten verkünden konnte und es sah so aus als würde das schon sehr bald der fall sein nur kurz rein und wieder raus nicole stand in der kurzen schlange von leuten die genau das gleiche tun wollten wie sie durch das fenster der entbindungs station schauen es ist doch normal das kind sehen zu wollen das du mit zur welt gebracht hast zumindest hatte sich nicole das am morgen eingeredet als sie den blazer ihres dunkelgrauen hosenanzugs zugeknöpft hatte im krankenhaus herrschte ein reges treiben doch nicole wurde sofort auf die station durchgewunken geld hat seine vorteile einer davon ist niemals in einer schlange warten zu müssen ihre limousine und ihre kleidung strahlten nun mal eher inhaber des krankenhauses als verwirrte frau die einen blick auf ein kind werfen will das sie eigentlich gar nicht sehen dürfte aus ihr name bitte nicole corrisi ich möchte das baby von medicine d'argenson in der entbindungsstation sehen gehören sie zur familie ihr herzschlag setzte einen moment aus nein es tut mir leid aber ich wurde angewiesen nur familien mitglieder hinein zu lassen ich hätte nicht herkommen sollen natürlich die frau schien besorgt möchten sie dass sich die mutter anrufe und sie bitte sie auf die liste zu setzen nicole trat einen schritt zurück nein nein nicht nötig es war sowieso eine blöde idee gewesen sie drehte sich um als eine schwester sich ihr in den weg stellte nicole entschuldigung kennen wir uns nicole suchte im gesicht der blondine einen hinweis darauf woher sie sie kennen könnte nein aber sie sehen genauso aus sie schüttelte herzlich nicoles hand mein name ist cimenta sind sie hier um das baby zu sehen nein ja ich meine ich wollte nur kurz nachschauen ob es dem kleinen gut geht aber da ich nicht zur familie gehöre fahre ich besser wieder nach hause die schwester sprach mit der frau hinter dem empfangstresen drucken sie einen besucherausweis aus diese Frau gehört praktisch zur dem onkel verlobt nicole machte den mund auf um sie zu korrigieren schwieg jedoch als die freundliche samantha ihr den ausweis ans revier klemmte ich wollte es ihnen eigentlich nicht sagen aber maddie und ich kennen uns schon seit ewig keiten sie erzählt mir alles und ich finde es unglaublich romantisch dass sie und steffen sich heimlich verlobt haben sie hätten es maddie jedoch nie erzählen dürfen da hätten sie gleich die presse informieren können wer ist ihr arzt mein arzt bitte lass sie nicht meinen was ich denke für das baby werden sie es hier bekommen es wäre doch wunderbar wenn maddie bei der geburt ihres babys genauso dabei sein könnte wie sie bei ihr nicole schluckte schwer ja wunderbar wohl eher unmöglich immerhin hatte sie seit über einem Jahr keinen sex mehr gehabt so viel zu steffans angst niemand würde ihnen glauben dass sie verlobt seien ich habe noch ein paar minuten pause ich hatte gehofft maddies eltern zu treffen doch die kann ich nachher auch noch sehen kommen sie lassen sie uns zu maddie gehen sagte samantha ich kann nicht ich ich habe heute morgen noch einen termin ich bin nur kurz hergekommen um das baby steffans verlobte zu spielen hatte noch besser geklungen als sie den menschen noch nicht direkt ins gesicht lügen musste dazu kam der umstand dass steffen von der ganzen sache nichts wusste es war wahrscheinlich das beste wenn sie verschwand bevor samantha nicole rief maddies mutter elise durch den flur jetzt gab es kein entkommen mehr sie küsste samantha herzlich auf beide wangen und begrüßte nicole auf die gleiche art und weise sie hielt nicoles hand fest als hätte sie angst dass sie entgleiten könnte ich bin so froh dass sie hier sind ich hatte schon angst dass ich sie gestern vergrault habe nicole war es nicht gewohnt dass man sich bei ihr entschuldigte geschweige denn eine entschuldigung anzunehmen keine sorge vergeben und vergessen sagte nicole leise elise es war offensichtlich von wem maddie ihren charme hatte ich hätte das nicht sagen dürfen vielen dank für ihr verständnis jetzt verstehe ich warum victor und kathrin so eine hohe meinung von ihnen haben sie sind gerade auf dem weg hierher sie haben mich gebeten sie heute abend zum essen zu uns einzuladen bitte sagen sie ja nicoles mund wurde trocken steffans eltern sind in new york wissen sie etwa dass sie sich verlobt haben alessandro kann vor seinem bruder nichts verheimlichen sie haben die beiden so glücklich gemacht ich glaube sie sind genauso auf sie gespannt wie auf ihren neuen groß neffen sie wandte sich an ihren mann und sagte alessandro kannst du uns bitte anmelden er musste genau so lange warten wie man es von jemandem erwartete der einen neuen flügel elise hakte sich schwungvoll bei ihr ein und nicole fragte sich wie meddys mutter wohl reagiert hätte wenn sie sich dieser liebevollen geste entzogen hätte nach außen hin war elise eine frau der leisen töne doch nicole war überzeugt dass sie wider worte nicht gewohnt war kommen sie mit uns samantha fragte elise samantha schaute auf ihre uhr und verzog die mundwinkel ich auch herzlich eingeladen ich habe heute eine doppelschicht aber sonst immer gerne sagen sie victor und katrin dass ich sie diese woche besuchen werde das werde ich auf wiedersehen erwiderte elise wandte sich zu nicole um und fragte haben sie den kleinen joseph schon gesehen noch nicht sie haben ihn also doch joseph genannt elise verdrehte amüsiert die augen und neigte den kopf in richtung ihres mannes sie konnten ihn nicht länger rumjammern hören alessandro schien diese bemerkung nicht zu stören er zuckte mit den schultern und erklärte wer wird wohl er in der schule gehänselt ein joe oder ein larry er stand so dicht bei ihr dass nicole befürchtete er würde sie erneut mit einer umarmung zerquetschen nicole erklären sie dieser frau bitte dass ich recht habe nicole antwortete während sie gemeinsam den flur zu den aufzügen entlang gingen ich schätze das hängt davon ab wo man lebt ich mag beide namen laurent ist in frankreich ein gängiger name sehr diplomatisch gab elise zurück nicole hütet sich eben sich in sachen einzumischen die sie nichts angehen sie ist ein cleveres mädchen willst du mir damit etwas sagen dass mich meine eigene familie wenn mein enkel in der grundschule verprügelt wird geht mich das sehr wohl etwas an beharrte alessandro er ließ sie los als sie den aufzug betraten sie ergriff die hand ihres mannes und beruhigte ihn durch diese berührung sofort ich hoffe sie erwarten nicht dass sie sich den namen ihrer kinder kinder selbst aussuchen dürfen nicole es sei denn es sind italienische andrade männer glucken über ihre kinder wie kleine hennen scherzte sie mama kiocha raunte alessandro seiner frau zu si alessandro du hast mich schon verstanden du weißt dass es wahr ist victor ist genauso zwei italienische mutter hennen die sich ständig in das leben ihrer kinder ein mischen wann werdet ihr beiden endlich erwachsen alessandro zuckte mit den schultern er hat das offensichtlich nicht eilig damit er blinzelte nicole zu während sie aus dem aufzug traten ich mag joe lieber sie können ihn von mir aus ja joe laurent nennen er ließ warf nicole einen blick zu der ihr zu verstehen gab siehst du deine zukunft nicole magen schnürte sich vor nervosität zusammen je mehr zeit sie mit den beiden verbrachte desto mehr erinnerte sie sich daran wie sie die familie geliebt hatte der gedanke daran dass alles abrupt enden würde sobald stephen es heraus fand war unerträglich bisher hatte sie zwar noch nicht gelogen doch sie hatte auch noch nichts unternommen um das missverständnis aufzuklären sie musste maddie unbedingt allein sehen wenn sie maddie ihre verwirrung erklärte konnte sie vielleicht ihre familie davon überzeugen dass sie sie nicht mit böser absicht in die irre geführt hatte der kleine joseph lag in maddies armen als sie ihr zimmer betraten zwischen den riesigen ballons und blumengestecken die überall im raum verteilt waren blieb kaum noch platz für besucher elise und alessandro nahmen den kleinen kurz auf den arm kopf ich hab noch nie ein baby auf dem arm gehabt maddie lachte lügnerin erst gestern haben sie ihn gehalten und ich schwöre ihnen heute ist es um einiges leichter vergessen sie nur nicht sein köpfchen zu stützen nicole nahm joseph behutsam auf den arm gestern hatte sie ihn noch mit panik betrachtet heute sah sie erst wie klein und zerbrechlich er war erstaunt hob sie einen seiner winzigen finger an er war wunderschön absolut wunderschön gottseidank war alles gut gegangen nicole merkte nicht dass sie weinte bis elise ihr ein taschentuch gab er ist so hübsch sagte sie die stolze mutter und großmutter pflichteten ihr bei elise küsste ihre tochter auf die wange dann vater und ich holen uns kurz einen kaffee nicole wird so lange bei dir bleiben wir sind gleich wieder da nachdem sie den raum verlassen hatten sagte maddie danke noch mal für gestern sie waren einfach unglaublich ach das war doch nichts meinte nicole unsicher und übergab joseph wieder seiner mutter maddie richtete die mütze des babies nein sie waren einfach wunderbar ich werde ihnen dafür ewig dankbar sein unfähig es noch eine sekunde länger für sich zu behalten stieß nicole hervor sie müssen damit aufhören den leuten zu sagen dass ich mit steffen verlobt bin es stimmt einfach nicht sie haben uns gestern falsch verstanden maddie lächelte wissend ich habe gar nichts falsch verstanden doch das haben sie ich habe steffen seit jahren nicht gesehen ich habe ihm gestern lediglich einen plan vorgeschlagen den er zu recht abgelehnt hat was sie gehört haben war teil dieses plans maddie schaute von ihrem baby auf nicole lieben sie meinen cousin nein wollte sie sagen doch als sie den mund öffnete um die lüge hervor zu bringen schaffte sie es nicht maddie kannte die wahrheit sie konnte also genauso gut ehrlich zu ihr sein das habe ich mal geglaubt doch jetzt weiß ich nicht mehr ob ich mag was aus ihm geworden ist maddie nickte zustimmt steffen braucht sie in seinem leben bevor er zu weit geht zu weit fragte nicole ich habe mich schon mehr eingemischt als ich sollte doch ich hasse es steffen so unglücklich zu sehen tante kathrin hat mir gesagt dass er nach ihrem verlust nie wieder der gleiche war nicole dachte an die isola santers ich glaube nicht dass mein verlust ihn so wütend gemacht hat wir hatten nur ein einziges date gab sie zurück würden sie mir einen gefallen tun fragte maddie sie voller vertrauen in der stimme ja nein hängt davon ab um was sie mich bitten geben sie das happy end noch nicht auf leicht zu sagen wenn man alles im leben hat nicoles kehle schnürte sich zusammen für die meisten menschen ist das leben kein märchen maddie nicht jeder bekommt was er will maddie schaute auf das baby in ihren armen doch wenn man bereit ist dafür zu kämpfen niemand muss erfahren dass sie nicht wirklich verlobt sind stefan wird außer sich sein vor wut lassen sie ihn ruhig wütend sein meinte maddie lass ihn ruhig wütend sein nicole hatte noch nie im leben kraftvollere worte gehört ihr ganzes leben hatte sie versucht den frieden zu wahren und was hatte es ihr gebracht den regeln zu folgen hatte ihr nicht die liebe ihres vaters eingebracht nicht ihre mutter zurückgebracht und schon gar nicht die beziehung zu ihrem bruder verbessert auch auf steffens vergebung konnte sie wegen ihrer verdammten zaghaftigkeit nicht hoffen nicole kaufte es maddie nicht ab dass er tief in seinem herzen noch gefühle für sie hegte doch sie hatte recht man musste für das kämpfen was man wollte sie hatte steffens abweisung zu einfach hingenommen lass ihn ruhig wütend sein auch wenn er es nicht will letzten endes wird er das unternehmen meines vaters retten nicole entschuldigte sich um einen anruf zu tätigen als sie außer hörweite war rief sie ihren anwalt an bereiten sie den kaufvertrag für corisi limited vor nein steffen hat noch nicht zugestimmt doch das wird er ich habe da einen plan steffen schaute bereits zum sechsten mal auf seine uhr seit dominic sich in peking mit dem handelsminister getroffen hatte sein eigenes treffen mit dem minister am morgen war gut verlaufen sehr gut sogar die verhandlungen waren einzig und allein davon abhängig gewesen wie viel kontrolle steffen der chinesischen regierung in bezug auf zensur und vertrieb überlassen würde und um dominic zu schlagen war steffen bereit gewesen jegliche kontrolle abzugeben sein anwalt und seine mine machte steffen augenblicklich nervös du siehst nicht gerade glücklich aus sagte steffen dominic hat soeben fünf prozent vom gewinn seines unternehmens angeboten um eine stiftung für frauen aus ländlichen gebieten zu finanzieren pure wut stieg in steffen hoch und das hat ihm den auftrag verschafft anscheinend der minister hat den vertrag sofort unterschrieben wahrscheinlich aus angst dass dominic seine meinung ändern könnte was wirst du jetzt tun gute frage wie sollte er bei dem zorn der in ihm brannte einen klaren gedanken fassen mit er er hätte wissen müssen dass sie dahinter steckte ich habe unterschätzt wie sehr sie bei dem deal mitmischen wollte sagte steffen und verfluchte sich selbst für seine fehleinschätzung das haben wir alle wenigstens hast du nicht viel verloren wenn du schnell handelst kannst du immer noch in den markt in nicht viel verloren fauchte steffen hast du eigentlich die leiseste ahnung welchen einfluss dominic nun international haben wird ganz zu schweigen von der finanziellen macht die er jetzt inne hat ich habe soeben die letzte chance vergeigte isola santos zurück zu bekommen robert hob eine hand um steffen zu beruhigen mach den boten nicht für die schlechte nachricht verantwortlich der bote war nicht das problem verdammt ich hätte es wissen müssen wie konnte ich so nah dran sein und dann alles vermasseln ich bin mir sicher dass du noch einen plan b hast gab sein anwalt zurück habe ich aber er sprach den satz nicht zu ende egal was heute passiert war er war noch nicht bereit so weit zu gehen ist das etwa illegal interessiert dich das wirklich steffen wies seine mitarbeiter mit einer handbewegung an ihre sachen zu packen und den raum zu verlassen robert blieb neben ihm stehen nicht wenn du dabei so viel geld verdienst dass du mich für deine verteidigung vor gericht bezahlen kannst steffen lachte laut auf robert sah einfach in allem eine gelegenheit ein gutes geschäft zu machen wenigstens machst du mir nichts vor nie steffen das weißt du lass uns von hier verschwinden bevor die presse auftaucht als robert das aufgebot von sicherheitsmännern sah die dominik umringten dominik verlässt das haus wohl nie ohne seine privat miliz oder er hat keine andere wahl ich bin nicht der einzige der in scheitern sehen will und die anderen sind bei weitem nicht so harmlos wie ich du bist der inbegriff der tugend das habe ich schon immer gewusst warum habe ich dich eigentlich mitgenommen weil ich der beste bin und du gewinnen wolltest ach ja stimmt und wie wieviel muss ich drauf zahlen damit du endlich den mund hältst mehr als du dir leisten kannst schau mal es sieht so aus als ob unser freund dominik in schwierigkeiten steckt robert hatte recht nur warum die szene am anderen ende der empfangshalle spitzte sich zu und dominik schien ausnahmsweise einmal nicht herr der lage zu sein das muss ich mir ansehen sagte steffen und ließ seinen freund stehen sei vorsichtig steffen steffen blickte über die schulter stellst du mir diesen rat auch in rechnung gab er scherzend zurück robert schüttelte den kopf steckte die hände in die hosentaschen und lächelte steffen schelmisch an nein der war umsonst aber wenn du ärger mit den chinesischen behörden kriegst dann wird es ziemlich teuer für dich steffen begab sich mitten ins ich weiß nicht wie du es immer wieder schaffst mit einem sieg davon zu kommen korisi ich dachte dieses mal hätte ich dich erledigt dominics muskeln spannten sich unter seinem maßgeschneiderten anzug steckst du etwa dahinter steffen fragte er mit bedrohlicher miene steffen spürte sofort die anspannung aller anwesenden er studierte jakes defensive haltung chunks trotziges gesicht und die tränen die abbys wangen herunterliefen ein boshaftes lächeln breitete sich auf seinem gesicht aus ich wünschte ich wäre verantwortlich für das was hier gerade vor sich geht aber anscheinend hast du dir dieses chaos wohl selbst zuzuschreiben für jemanden der gerade gewonnen hat siehst du ziemlich elend aus allein das war die reise wert dominic machte einen bedrohlichen schritt auf stefan zu doch sein freund jake ging entschieden dazwischen wir hatten uns schon gewundert wer uns in den rücken gefallen ist ich hätte wissen müssen dass sie es waren jake worten genauso eingebildet wie dominic war ein harter hund stefan bezweifelte dass dominic ohne ihn ein solch erfolgreicher geschäftsmann geworden wäre es war nicht leicht es vor ihnen geheim zu halten worten sagte stefan und um die stimmung noch ein wenig aufzuheizen fügte er hinzu sie wissen dass sie in meinem team willkommen sind wenn sie korisi enterprises jemals verlassen sollten ich gehe nirgendwo hin erwiderte jake bestimmt und stellte sich schulter an schulter neben dominic wie ein mann wie dominic eine solche loyalität verdient hatte leuchtete stefan nicht ein doch es lag wahrscheinlich eher an seinem dicken bankkonto als an seiner persönlichkeit wie rührend spottete stefan doch irgendetwas stimmte nicht dominic verheimlichte etwas stefan lenkte seine aufmerksamkeit auf die frauen im raum chang yajun einer der wenigen weiblichen milliardäre chinas stand wie eine kriegerin neben der kleinen lehrerin die anscheinend dominics neue freundin war er hätte ihre stiftung in sein eigenes angebot aufnehmen sollen hatte jedoch changs entschlossenheit unterschätzt ich kann nicht glauben dass sie diesen deal an land gezogen haben chang das war ein coup über den sie noch in den geschichtsbüchern schreiben werden sie sind herzlich zum abendessen eingeladen ich würde gerne mehr über die heutigen geschehnisse erfahren vorsicht stephen wasser kann selbst den tempel des drachenkönigs überfluten antwortete chang barsch und ließ keinen zweifel an ihrer meinung über stephen jetzt wo er den auftrag verloren hatte wurde er changs temperament bestimmt vermissen stephen drehte sich amüsiert zu abby und sagte in vertrautem ton das ist changs art zu sagen scher dich zum teufel abby dartley dominics neue eroberung war auf der ganzen welt gesprächsthema nummer eins niemand hatte je zuvor gesehen dass dominic eine frau in seine geschäfte mit einbezogen hatte die perfekte gelegenheit um dem ganzen ein wenig würze zu verleihen und zu sehen wie verwundbar dominic war wenn es um seine geliebte ging stephen trat so nah an sie heran dass er auf sie herab sehen konnte und lächelte sie mit geübtem charme an ist das die kleine lehrerin die dominic in die knie gezwungen hat abby ignorierte seine ausgestreckte hand ich weiß nicht welches spiel sie hier spielen aber ich werde nicht dabei mitmachen er musterte sie und verfehlte damit nicht sein ziel dominics zorn auf sich zu ziehen sie war hübsch aber er mochte große dünnere frauen lieber mit ein wenig mehr bis nicoles gesicht tauchte vor seinem inneren auge auf doch er schob es wütend beiseite sie war nicht teil seines lebens und selbst die erinnerung an sie hatte keinen platz mehr darin nichts desto trotz war dominics reaktion lächerlich er konnte einfach nicht widerstehen ihn weiter zu reizen weinen sie um dominic oder seinetwegen das knurren hinter ihm hätte ihn eigentlich warnen sollen doch er wollte es noch weiter treiben er hat frauen noch nie gut behandelt obwohl ich sagen muss dass mich vor ihnen noch keine seiner verflossenen groß beeindruckt hat sie hingegen scheinen für aufruhr zu sorgen ich würde gerne herausfinden ob sie den erzählungen der leute wirklich gerecht werden eine große hand legte sich auf steffens schulter und wirbelte ihn herum damit er die kraft von dominics faust in seinem gesicht spüren konnte steffen stolperte zurück fiel jedoch nicht sein lächeln wurde nur noch breiter als er merkte dass er recht gehabt hatte dominic hatte die kontrolle über die situation und über sich selbst verloren perfekt dominic blitzte abby zornig an du kannst jetzt aufhören ihm schöne augen zu machen er wollte gerade gehen abby spuckte aus ich habe ihm keine steffens höhnisches gelächter stoppte ihren dialog du wirst weich dominic und das wird es mir leichter machen dich zu erledigen dominic stemmte die hände in die hüften lach so viel du willst doch nach heute wird es um einiges schwieriger sein sich mit corrisi enterprises anzulegen wir sind eine nummer zu groß für dich steffen du kannst uns nichts mehr anhaben ach wirklich plan b hörte sich auf einmal gar nicht mehr so abwegig an sei dir da nicht so sicher dominic dominic packte ihn am revers seines jacketts und zog ihn zu sich bis sich ihre gesichter fast berührten dominics stimme war von tödlicher ruhe jeder schlag den du in der vergangenheit von mir einstecken musstest war lediglich eine logische konsequenz der miesen geschäftsfähigkeiten deiner familie gewesen in in zukunft werden sie jedoch etwas persönlicher sein er ließ die drohung wirken bevor er steffen mit einem kraftvollen schubs von sich stieß der in einige meter zurück warf raus hier steffen bevor es mir egal ist ob ich diesen deal mit einem mord vermassle wie konnte er es wagen die geschäftsfähigkeit seines vaters anzuzweifeln was konnte persönlicher sein als das lebenswerk eines mannes zu zerstören was gab es persönlich als die privatinsel seiner familie zu stehlen ein böser gedanke kam steffen den er niemals weiter verfolgt hätte wenn er nicht so aufgebracht gewesen wäre du willst es persönlich wie wärs wenn ich mit deiner schwester schlafe es war ihm inzwischen egal ob die verlobung mit Nicole nur vorgetäuscht wäre diese Nachricht würde Dominic so aus dem Gleichgewicht bringen dass er unachtsam werden würde er würde nicht wissen wie ihm geschah wenn die chinesische Regierung ihn aufgrund seiner virenverseuchten server am kragen packen und ihn samt seiner software aus dem land werfen würde er musste Nicole lediglich mitteilen dass er seine Meinung geändert hatte dass er ihr nur allzu gerne helfen würde oh ja das wird sogar sehr persönlich Dominic bei unserem nächsten treffen wirst du nicht mehr so selbst gefällig sein erklärte er Dominic nickte seinen sicherheitsleuten zu Stefan verneigte sich sarkastisch und verließ mit seinen Leuten das Foyer soll Dominic ruhig denken dass er gewonnen hat vor dem hotel angekommen entschied sich Stefan dazu allein in einer Limousine zu fahren er rief eine Nummer an die er eigentlich niemals wählen wollte es war ein wegwerf handy nicht zurück zu verfolgen mike ich habe es mir anders überlegt tu es er las den sicherheitscode von einem kleinen zettel ab den er immer in seinem portemonnaie aufbewahrte so das wäre erledigt Dominics schicksal ist besiegelt doch zu seiner überraschung durchfuhr ihn keine welle genug tun steffen legte auf und wählte die nummer seines vaters er konnte gute neuigkeiten jetzt gut gebrauchen nicole konnte die stimmen in der riesigen villa selbst durch die geschlossene tür zeigte zeigte auf den ausreißer könnten sie ihn bitte einfangen nicole schaute auf ihre schwarzen louboutin slingback pumps und ihren cremefarbenen hosenanzug und dann auf den jungen der so aussah als hätte er seine hände gerade in schlamm getaucht alle familien die sie kannte beschäftigten kindermädchen doch die andrades dachten gar nicht daran der junge blieb stehen und machte sich zum wettrennen bereit nur vier stufen unter ihr ihn einfangen fragte nicole unsicher was das wohl zu bedeuten hatte packen sie ihn umzingeln sie ihn nehmen sie ihn huckepack bringen sie ihn irgendwie ins badezimmer er hat keine lust sich vor dem essen die hände zu waschen der kleine junge streckte nicole die zunge heraus und sprintete los wats ab du kleiner stinker nicole schlüpfte aus ihren pümpfs und nahm die verfolgung auf sie jagte ihn an zwei geparkten autos vorbei doch er entwischte ihr und lief über die abgeschrägte rasenfläche die beiden rannten mit voller geschwindigkeit bis der kleine junge plötzlich stolperte und um nicht auf ihn zu treten und fiel ebenfalls die beiden rollten sich mehrere male durch das dichte sommergras bevor sie am ende des kleinen hügels zum stillstand kam der kleine junge sprang auf und schaute anklagend auf sie herunter sie sind beinahe über mich gerollt nicole versuchte keine miene zu verziehen tut mir leid er reckte das kinn ich werde mir meine Hände nicht mit tante elise seife waschen damit rieche ich immer wie ein mädchen also muss ich dich doch huckepack nehmen sagte nicole leise mehr zu sich selbst als zu ihm der junge neigte den kopf und dachte über ihre worte nach sie sind witzig verkündete er und reichte ihr eine seiner schmutzigen Hände nicole ergriff sie und ließ ihn im glauben dass er ihr aufhelfen durfte und sie sind schnell fügte er hinzu nicole lächelte wer hätte das gedacht sie ließ seine schmutzige kleine hand nicht los er würde ihr kein zweites mal entkommen lass uns zurück ins haus gehen deine mutter macht sich bestimmt schon sorgen ich werde nicht wie wär's wenn wir einfach eine etwas männlichere seife nehmen ich wette dass onkel alessandro auch nicht wie ein mädchen riechen will schlug nicole vor elise trat durch die hintertür des großen hauses und drohte ihrem neffen mit dem finger matteo komm sofort ins haus zurück sieh nur nicole hose ist deinetwegen ganz dreckig nicole schaute auf ihren kleinen gefangenen und hatte eine idee es ist nicht seine schuld ich bin den hügel herunter gelaufen und hingefallen matteo wollte mir nur aufhelfen elise nickte wissend na dann ist es ja gut dass du da warst matt jetzt wird sich aber gefälligst gewaschen matteo schaute sie mit flehenden augen an elise haben sie zufällig neutrale seife ich bin allergisch gegen parfümierte seifen fragte nicole elise hob skeptisch eine augenbraue doch nicole zuckte nur mit den schultern natürlich sagte sie folgen sie mir es tut mir leid wegen ihrer hose nicole entschuldigte sich matteo schon gut meinte nicole und sie meinte es auch so sie schaute auf die flecken auf ihrem linken knie und wusste dass ihr kleines abenteuer heute abend mit sicherheit das gesprächsthema nummer eins sein würde und das machte sie stolz sollen wir später um die wette laufen fragte matteo nicole bemerkte dass er nun eher ihre hand hielt als umgekehrt und ihr herz machte einen sprung darauf kannst du gift nehmen zusammen gingen sie in das überfüllte haus victor andrade tätschelte den arm seiner frau als nicole das haus betrat nicole erstarrte vor schreck und bemerkte kaum dass jemand matthäus hand aus ihrer nahm und ihn nach oben führte nicole sie sind gekommen sagte victor in einem herzlichen ton den sie bei ihrem vater nie vernommen hatte kathrin küsste sie auf beide wangen und umarmte sie wie eine mutter die ihr kind eine lange zeit nicht gesehen hat nicole trat zurück und stolperte beinahe kathrin packte sie im letzten moment am arm und stützte sie schön sie zu sehen nicole steffens vater trat auf sie zu und nicole versteifte sich bei dem gedanken an eine weitere peinliche umarmung er blieb jedoch kurz vor ihr stehen und berührte sanft ihre wange über sieben jahre hat es gedauert bis mein sohn endlich zur vernunft gekommen ist nicole konnte victor nicht in die augen schauen er war zu recht wütend auf mich ich victor ließ seine hand sinken sie haben nichts falsches getan nicole schrumpfte ein wenig in sich zusammen ohne es zu bemerken victor du schüchterst das arme mädchen ja ein sagte kathrin nicole machen sie sich nichts draus mein mann ist verärgert über sich selbst nicht über sie wir waren überglücklich als wir hörten dass sie und stefan sich wieder vertragen haben dann hakte sie sich bei nicole ein und fügte hinzu kommen sie nicole elise ist in der küche und redet schon den ganzen tag über sie sie wird begeistert sein dass sie gekommen sind nicole ließ sich zur küche führen zu ihrer überraschung stand elise selbst am herd in der großen küche waren mehrere öfen und herde auf einer kücheninsel verteilt jeder einzelne schien auf hochtouren zu laufen anscheinend hatte sie ihren schock nicht gut genug verborgen denn elise fragte sie kochen sie nicole erneut fühlte sich nicole wie eine außenseiterin sie schüttelte den kopf sie kannte niemanden der selbst kochte jeder hatte seinen privat kochen verursachte dreck und wurde in ihrem kleinen kreis von bekannten als zeitverschwendung angesehen haben sie nie zusammen mit ihrer mutter gekocht wollte elise wissen katrin sprang schnell dazwischen und sagte elise weißt du elise wurde rot und trat auf nicole zu wie ungeschickt von mir nicole sie müssen mich für eine schreckliche person halten immer sage ich in ihrer gegenwart das falsche obwohl ich doch nur will dass sie sich willkommen bei uns fühlen die ältere frau meinte es zweifellos ernst ich fühle mich willkommen keine sorge ich wäre nicht hier wenn ich ihre gesellschaft nicht genießen würde erwiderte nicole ist sie nicht genauso wie ich sie beschrieben habe sie ist genau das was teffen braucht erklärte katrin diesmal errötete nicole als ob sie spürte dass nicole es nicht mochte im zentrum der aufmerksamkeit zu stehen beantwortete elise die fragen die nicole nicht zu stellen wagte sie fragen sich warum wir keinen koch haben nicht wahr wir haben einen wenn alessandro und ich allein sind dann kümmert sich unser hauskoch um unser leibliches wohl für das sonntags essen ist Richard zuständig doch heute ist ein besonderer abend wenn die familie zusammen kommt dann ist das essen ein wichtiger teil davon finden sie nicht nicole zuckte hilflos mit den schultern das rezept für die soße stammt von meiner großmutter erzählte elise die fleisch bällchen von alessandros mutter katrin macht ihr norwegisches lefse brot das wir alle so sehr lieben wenn wir unser essen familien mitglieder in unserem herzen verstehen sie es machte keinen sinn sie anzulügen nicht wirklich aber es hört sich wunderbar an keine sorge nicole bevor ich victor traf wusste ich auch nicht wie man italienisches essen zubereitet elise hat mir alles beigebracht was ich wissen muss gab katrin zu nicole ging durch die küche und schaute in die verschiedenen töpfe und katrin fügte lächelnd hinzu sie können uns also entweder beim kochen helfen oder den abfasch machen mit weit aufgerissenen augen wirbelte nicole herum und elise lachte laut auf du bist unmöglich katrin natürlich haben wir dafür personal sie will sie nur ärgern doch nicole straffte die schultern und stellte sich der herausforderung sie hatte geholfen ein baby zur welt zu bringen verdammt noch mal wie schwer konnte kochen schon sein sie zog ihren bläser aus und krempelte die ärmel hoch ok womit soll ich anfangen katrin und elise tauschten einen bewundernden blick aus es fehlt nur noch der nacht tisch im sommer machen wie immer ein obst kross tata eine art kuchen victor und alessandro lieben ihn elise zeigte auf eine schüssel mit pirsichen und sie das obst schälen kümmere ich mich um den teig im kühlschrank sind blaubeeren die könnten sie vielleicht abwaschen nicole folgte pflichtbewusst ihren anweisungen und fragte also sind heute abend alle hier um den neuesten familienzuwachs zu feiern wie schade dass richard und meddy nicht dabei sind elise ging an ihr vorbei und klopfte ihr auf die schulter josephs geburt werden wir ende der woche feiern wenn er aus dem krankenhaus kommt und steffen wieder da ist heute geht es um jemand anderen nicole schaute von elise zu katrin und wagte nicht sich allzu große hoffnungen zu machen heute geht es um sie nicole willkommen zu hause nicole hatte sich noch nie in ihrem leben gleichzeitig so wunderbar und so schrecklich gefühlt während des geselligen abendessens bei dem drei generationen der andrades an einem tisch saßen klingelte plötzlich victors telefon er hielt eine hand hoch und dem raum wurde es ist steffen er hörte seinem sohn einen moment lang zu und sagte dann ja ich weiß die nachrichten sind voll von der meldung dass dominik die ausschreibung gewonnen hat doch es ist wahrscheinlich besser so steffen ich bin überrascht dass du überhaupt nach china geflogen bist warum lass es mich dir erklären nicole ist hier bei uns du solltest nach hause kommen und dich darauf konzentrieren was wirklich wichtig ist zornesröte stieg im gesicht des älteren mannes auf wovon ich rede ich rede von deinem törichten benehmen nicole gegenüber du hast sie in eine unmögliche situation gebracht indem du eure beziehung geheim gehalten hast das hat sie nicht verdient und auch mein zukünftiges enkelkind hat etwas besseres verdient victor schüttelte energisch den kopf als steffen ihm etwas erwiderte und warum wolltest du korise limited aufkaufen ohne uns ein wort davon zu erzählen wozu die ganze geheimniskrämerei victor ließ steffen kaum zeit zum antworten und fuhr fort du hast recht wir sprechen darüber wenn du wieder hier bist darauf kannst du gift nehmen trödel nicht in china herum dein neuer neffe wartet tier auf dich und sei froh dass alles so gut gelaufen ist denn sonst wärst du selbst in china nicht vor richard sicher gewesen maddie hat ihr baby bekommen kurz nachdem du abgeflogen bist gott sei dank war nicole bei ihr es wäre eigentlich deine aufgabe gewesen du hättest dafür sorgen müssen dass sie sicher nach hause kommt steffens antwort auf diese anschuldigungen beruhigten seinen vater ein wenig victor sprach mit wedelnder hand weiter ihr geht es gut allen geht es gut deine nicole hat sich rührend um maddie gekümmert ich bin zwar nicht begeistert über die art und weise aber ich bin froh dass du endlich zur vernunft gekommen bist und ihr endlich einen antrag gemacht hast nicole hielt den atem an das ist die erste gute idee die du seit langem hattest ich gebe sie dir dabei zuzuhören wie ein einflussreicher geschäftsmann von seinem vater wie ein zwölfjähriger zurechtgewiesen wurde war urkomisch doch nicole machte sich nichts vor steffen würde stinksauer auf sie sein sie nahm das handy und hielt es ans ohr sorgsam darauf bedacht nichts durch ihre miene zu verraten hi schatz sagte sie und kicherte nervös welchen teil von nein hast du eigentlich nicht verstanden ich vermisse dich auch schatz aber wir sind hier nicht unter uns deine ganze familie sitzt am tisch mit mir sei vorsichtig mit meiner familie nicole sehr vorsichtig ach keine sorge alle freuen sich riesig über die neu keiten offensichtlich er war so lange still dass nicole glaubte die verbindung sei unterbrochen worden als er sprach war jeglicher sarkasmus aus seiner stimme verschwunden hast du maddie wirklich geholfen ich hatte keine andere wahl sie hat sich dazu entschlossen deinen neffen auf dem rücksitz meiner limousine auf die welt zu bringen er klang erschüttert und es geht beiden wirklich gut die sorge um seine cousine rührte sie sehr gut sogar deine familie plant ende der woche eine feier für den kleinen joseph wirst du bis dahin zurück sein nicole klang nervöser als sie es beabsichtigt hatte etwa angst dass alle herausfinden was für eine gerissene lügnerin du bist nicht wirklich du scheinst dir deiner sache ziemlich sicher zu sein bin ich auch ich gehe nämlich davon aus dass du mir zumindest ein klein wenig dankbar bist sagte sie das bin ich auch nicole setzte sich auf ihren platz ach ja du wirst mir also helfen es ist das mindeste was ich unter den umständen tun kann oh steffen vielen dank warte das war zu einfach und es macht dir wirklich nichts aus dass alle denken ich meine wissen dass wir verlobt sind ein paar köpfe drehten sich fragend zu ihr um und erinnerten sie daran dass sie genau auf ihre worte aufpassen musste nein ich habe erkannt dass deine idee ein paar potenzielle vorteile hat sex nicole schluckte die frage gerade noch rechtzeitig herunter alle augen waren immer noch auf sie gerichtet ich weiß nicht was du meinst das wirst du noch herausfinden erwiderte er viel sagend nicole legte auf und gab das handy victor zurück er wird ende der woche zurück sein sagte sie du musst ziemlich glücklich sein meinte alessandro nicole nickte langsam nahm ihre gabel in die hand und stocherte in ihrem essen herum das plötzlich jeglichen reiz verloren hatte steffen war wieder teil ihres lebens ich hätte es nicht besser planen können nicole hatte zwar seine familie in die irre geführt doch sie war längst nicht so unschuldig wie sie vorgab steffen wusste zwar nicht wieso nicole und maddie in einer limousine gefahren waren war jedoch froh dass maddie ihr baby nicht alleine zur welt hatte bringen müssen doch das würde ihn nicht von seinen plänen abbringen nicole hatte dieses ereignis ausgenutzt um sich in seine familie einzuschleichen und die angebliche verlobung so glaubhafter zu machen es war ihr egal ob seine familie darunter litt wenn sie sich letztendlich wieder aus dem staub machen würde sie interessierte sich einzig und allein dafür die kontrolle über das unternehmen ihres vaters zu übernehmen ein eindeutiger beweis dafür dass sie genauso gierig und skrupellos war wie ihr bruder umso besser sonst würde ich mich nur schlecht dabei fühlen sie derartig auszunutzen ihre vorgetäuschte verlobung bedeutete dass sie sich in den nächsten monaten häufig sehen würden perfekt bei dem gedanken daran bekam er sofort eine erektion sie hatte ihn zwar beleidigt und versichert dass sie nur seine hilfe wollte doch das feuer in ihrem blick hatte sie verraten sie will das hier genauso sehr wie ich warum nicht die gelegenheit nutzen und sie ein für allemal aus seinem gedächtnis verbannen wenn er seine karten klug ausspielte konnte er zwei chorisis bald in dem wissen hinter sich lassen dass sie genau das bekommen hatten was sie verdienten nicole war anders als alle frauen die erkannte egal wie sehr er ihr schmeicheln oder wie viele geschenke er machen würde sie würde ihren schutzschild niemals herunternehmen um diese anscheinend unüberwindbare festung einzunehmen musste er sich eine gute strategie überlegen jeder hat eine schwäche ein geheimnis einen antrieb von dem man häufig nicht mal etwas ahnt etwas was unbewusst die täglichen entscheidungen für einen trifft wenn man dieses geheimnis heraus fand konnte man die leute fast immer dazu bringen genau das zu tun was man wollte ich muss ihres unbedingt herausfinden nicole liebte die routine von den konservativen hosenanzügen bis hin zum ordentlich aufgeräumten schreibtisch war sie ein gewohnheitstier wie dominik würde sie wahrscheinlich impulsiv handeln wenn sie eine situation nicht unter kontrolle hatte er er sie nur ein wenig aufrütteln dann würde sie von ganz allein in sein bett fallen und er wusste auch schon genau wie er das anstellen musste frisch geduscht und in einem grauen hosenanzug stand nicole im haus ihres vaters in den hemden und sprach in die gegensprechanlage seit über einem jahr hatten sie kein personal mehr beschäftigt ihr vater hatte nicht gewollt dass jemand wusste wie es um seine gesundheit stand d umzüge und lagerung wer d umzüge und lagerung nicole schaltete die überwachungskamera für die zufahrt ein der man am anderen ende der sprechanlage sah in der tat wie ein möbelpacker aus das logo auf seine uniform war das gleiche wie auf dem lkw hinter ihm tut mir leid sie müssen sich in der adresse geirrt haben man hat uns vorgewarnt dass sie das sagen würden miss korisi ihr verlobter hat uns geschickt entschuldigen sie bitte die umstände aber ab er meinte dass sie auch das sagen würden möchten sie dass er den termin mit ihrem anwalt absagt service inklusive bedrohung wie nett ich wusste gar nicht dass möbelpacker so diskussionsfreudig sind er hat uns für die botschaft extra bezahlt der man klang schon fast rechtfertigend ach was soll's hauptsache steffen hatte zugestimmt ihr zwei möbelpacker blieben an der türschwelle stehen als wollten sie den weißen marmorboden nicht beschmutzen und bestaunten mit weit aufgerissenen augen den alles andere als subtil zu schau gestellten reichtum ihres vaters er hatte ausschließlich antiquitäten und einzelstücke in seinem haus ausgestellt kommen sie rein was hat mein verlobter sonst noch gesagt zischte nicole die männer betraten vorsichtig das haus einer nahm seine mütze ab als wollte er der großen eingangshalle seinen respekt zollen er sagte dass sie vorerst nicht alles mitnehmen müssen was soll das denn heißen fragte sie genervt keine ahnung ma'am wir packen einfach das ein was sie uns sagen dazu hat er kein recht einer der männer zuckte vor ihrer wütenden stimme zurück und stieß dabei um ein haar eine 2000 jahre alte römische vase um vorsicht rief nicole automatisch die gehörte meinem vater doch dann hielt sie inne alles gehörte ihrem vater alles im haus diente lediglich dem schönen schein alles war nur show er hatte leute dafür bezahlt das ganze haus mit den seltensten und teuersten dingen auszustatten und damit verhindert dass es jemals zu einem zuhause werden konnte und die römische vase sie hatte sie nie angefasst weil er es ihr verboten hatte sie nahm sie in die hand und zertrümmerte sie vor ihren füßen auf dem Boden die scherben flogen in alle richtungen es fühlte sich gut an dann ging sie zu den kykladen figuren auf dem kamin sims und schmiss jeder einzelne nacheinander auf den Boden gefolgt von einem gerahmten Foto auf dem ihr Vater dem Präsidenten eines fernen Landes die Hand schüttelt es stand genau an der Stelle an der eigentlich das Foto stehen sollte auf dem sie als Kind auf dem Siegertreppchen bei einem Tanzwettbewerb zu sehen war doch die Bilder von ihr hatte er alle entsorgt sie waren nicht wertvoll genug um im Haus aufgestellt zu werden sind sie okay fragte mir geht's gut Nicole riss sich zusammen bevor sie nach der nächsten unbezahlbaren Figur greifen konnte die beiden Männer starrten sie ungläubig an das ist einer dieser Momente in denen man merkt dass ein verrückter im Raum ist nur leider bist es diesmal du selbst Nicole wischte die Hände an den Seiten ihres Kostüms ab und riss sich zusammen was sollen wir einpacken fragte einer der Männer nervös sie schaute sich um nichts es gibt hier nichts was ich mitnehmen will sie ging durch die Eingangstür hinaus Jeff ihr Fahrer ließ auf dem Weg zu Stephens Penthouse das Trennfenster herunter haben sie wirklich nichts mitgenommen wollte er wissen nichts nicht mal ein Kulturbeutel ich habe ihnen doch gesagt dass nichts im Haus war was ich haben wollte eine Zahnbürste wäre aber trotzdem ganz nützlich gewesen oder als sie ihn wütend anstarrte sagte er kleinlaut ich meine ja nur seine Worte drängten sich in ihr Bewusstsein eine Zahnbürste könnte ich tatsächlich gut gebrauchen sie lachte nicht weil die Situation lustig war sondern weil ihr Leben so sehr außer Kontrolle geraten war dass sie keinen blassen Schimmer hatte wie sie es wieder in Ordnung bringen sollte sie war nicht mal mehr in der Lage die einfachsten Entscheidungen zu treffen ich weiß wirklich nicht was ich tun soll gab sie zu haben sie nicht unsagbar viel Geld fragte Jeff nicole nicole zuckte nicole nicole zuckte nicole wöhnen übertrat seine grenzen doch er hatte recht ihr vater konnte sie nicht mehr aufhalten sie hatte die kontrolle über das unternehmen zwar noch nicht bekommen doch mit ihrem Scheck heft konnte sie tun und lassen was sie wollte sie könnte sich eine lebenslange ration zahnbürsten kaufen wenn ihr danach war es gab da nur ein Problem wo kauft man solche Dinge Jeff eine Zahnbürste? Sein überraschtes Nachhaken war nicht als Kompliment gemeint. In sofortiger Abwehrhaltung fauchte Nicole ihn an. Ich bin kein Idiot. Ich weiß, dass man sie in einer Apotheke oder im Drogeriemarkt kauft. Ich habe nur noch nie... Noch nie? Es war demütigend, die Wahrheit zuzugeben. Wir hatten immer alles vor Ort. Unser Personal hat die Sachen besorgt. Ich musste nie einkaufen gehen. Alles wurde direkt in unser Haus gebracht. Das erklärt einiges. Was soll das denn heißen? Mögen sie das, was sie tragen? Nicole schaute an sich herunter. Darüber habe ich noch nie wirklich nachgedacht. Ich habe mich immer so gekleidet, dass... Sie gut hineinpassen? Nicole erstarrte vor Wut. Was fällt Ihnen ein, über mich zu urteilen? Ich will Ihnen damit nur sagen, dass ich Sie verstehen kann. Jeff schien nicht im Geringsten von ihrer Wut beeindruckt zu sein. Ich bezweifle, dass Sie irgendetwas über mich wissen. Ihre Blicke trafen sich kurz im Rückspiegel. Ich weiß, dass Ihr Vater ein herrschsüchtiger und zorniger Mann war. Ich weiß, dass Ihre Mutter die Familie verlassen hat oder starb, als Sie 13 waren. Ihr Bruder hat sich mit Ihrem Vater deswegen so sehr zerstritten, dass auch er Sie verlassen und Ihren Vater bis zu dessen Tod bis aufs Blut bekämpft hat. Okay, das reicht. Mein Privatleben ist also nicht wirklich privat. Ich habe es verstanden. Was wollen Sie mir damit sagen? Konnte dieser Tag etwa noch schlimmer werden? Die Sympathie in Jeffs Blicken machte Nicole noch wütender. Sie sind nicht die einzige Person auf der Welt, die Misshandlungen oder Verluste ertragen musste. Sie sollten mit jemandem darüber reden. Meinen Sie damit einen Psychiater oder einen vorlauten Chauffeur? Er zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Vielleicht mit beiden. Ich kann nun mal nicht einfach hier sitzen und Ihnen dabei zuschauen, wie Sie durch die Hölle gehen und dabei auch noch behaupten, dass alles sei vollkommen normal. Ihr Vater hat Sie misshandelt und jetzt kommt der schwierige Teil. Nicole ermutigte ihn nicht, fortzufahren. Doch das war auch nicht nötig. Sie müssen herausfinden, wer Sie ohne ihn sind. Und was, wenn ich ohne ihn niemand bin? Und das tue ich, wenn ich mir meine eigene Zahnbürste kaufe? Es ist zumindest ein Anfang. Dann müssen wir etwas mit Ihren Klamotten machen. Sie sehen aus wie eine steinreiche Bibliothekarin. Wie unverschämt. Wow, Sie wissen wirklich, wie man das Selbstbewusstsein einer Frau stärkt. Die meisten Fahrer achten mehr auf die Straße als auf die Kleidung ihrer Chefin. Und was wollen Sie jetzt tun? Mich feuern? So gut bezahlen Sie nun auch wieder nicht. Ach nein? Nein, genauso wenig wie Ihr Vater. Lad doch noch mehr Schuld auf meine Schultern. Warum ist Ihr Vater dann bei uns geblieben? Weil er sie mag. Er sagt, Sie sind eine Blume inmitten eines Dornenbuschs und dass es nicht Ihre Schuld ist, dass Sie in diese Situation geraten sind. So sahen die Menschen sie also. Als hilfloses Opfer. Als jemanden, der gerettet werden muss. Kein Wunder, dass sie allein war. Ich will nicht länger diese Person sein, Jeff, sagte sie. Und merkte erst jetzt, wie sehr sie sich nach einer Veränderung in ihrem Leben sehnte. Sie sind jung. Sie sind schön. Sie sind reich. Was hält sie also auf? Ein großer Stein fiel ihr vom Herzen. Nichts konnte sie aufhalten. Absolut nichts. Also, wo geht man einkaufen, wenn man nicht mehr wie eine Bibliothekarin aussehen will? Mit ihrem Kreditlimit. Wo immer sie wollen. Erschöpft und beschwingt zugleich, ließ Nicole mehrere Einkaufstaschen auf dem Parkettboden in Stephens Penthouse fallen. In ihrem blauen Oscar de la Renta Kleid fühlte sie sich um Jahre jünger. Bisher hatte sie ihre knochigen Schultern immer bedeckt, weigerte sich jedoch, sich weiter hinter ihren Komplexen zu verstecken. Als sie das Gebäude betreten hatte, hatten sich mehrere Männer ein zweites Mal nach ihr umgeschaut. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, als sie sich fragte, ob Stephen wohl die gleiche Reaktion auf ihr neues Ich zeigen würde. Sie wandte sich zu Jeff um, der hinter den Paketen auf seinem Arm kaum zu sehen war. Glauben Sie an Happy Ends? fragte sie. Sie meinen glücklich und zufrieden, bis dass der Tod uns scheidet? So ähnlich. Das ist nicht die Realität, Nicole. Das Leben hört nicht auf, wenn das Buch zu Ende ist. Aber es gibt Menschen, die die große Liebe finden und ihr ganzes Leben lang zusammenbleiben. So eine Liebe ist doch möglich, oder? Meine Eltern sind seit 40 Jahren miteinander verheiratet. Das feiern sie diesen Sommer mit einem verlängerten Urlaub. Dad hat immer noch seine helle Freude am Sinn für Humor meiner Mutter. Also, ja, es ist möglich. Wie schaffen Sie das nur? Warum fragen Sie mich das, Nicole? Stephen und ich hatten auch mal eine solche besondere Verbindung. Und jetzt? Ich wünschte, dass wir es wieder hinkriegen können. Doch Männer blieben nie lange bei mir, Jeff. Warum ist das nur so? Was meinen Sie, ist der Grund dafür? Nicole zuckte hilflos mit den Schultern. Jeff stellte die Taschen ab. Hören Sie, ich kenne Ihre Männergeschichten nicht. Nicole wollte gerade ihren Mund öffnen, doch Jeff hob schnell eine Hand. Und ich will sie auch nicht hören. Doch nach allem, was ich über Stephen gehört habe, sollten Sie sich ihm nicht sofort an den Hals werfen. Er respektiert nichts, was leicht zu haben ist. Nicole kaute auf ihrer Unterlippe. Vielleicht ist er überhaupt nicht an mir interessiert. Er hat ihren Umzug in sein Penthouse veranlasst. Natürlich ist er interessiert. Seien Sie einfach nur vorsichtig. Stephens Penthouse war eine Enttäuschung. Das hochmoderne und makellose Apartment lag zwar direkt am Central Park und musste ihn mindestens 20 Millionen Dollar gekostet haben, doch es erinnerte Nicole an das Haus, dem sie gerade entkommen war. Wo waren die Fotos von Stephens Familie? Jeder Gegenstand war perfekt platziert. Doch sie hatte gehofft, in diesen vier Wänden etwas von dem alten Stephen zu finden. Fehlanzeige. Eine kurze Tour durch die anderen Zimmer änderte nichts an ihrem Empfinden. Sie ging zurück ins Wohnzimmer zu Jeff, der auf einer Couch saß, deren scharfe Kanten nicht gerade sehr bequem und einladend aussahen. Genau wie das Haus meines Vaters. Alles nur Show. Das Penthouse hat nur ein Schlafzimmer. Wo soll ich seiner Meinung nach bitte schlafen? fragte Nicole, eher zu sich selbst als zu ihrem Fahrer. Jeff verdrehte die Augen. Du glaubst also, ich werde es dir so leicht machen, Stephen? Du holst mich in dein Apartment, amüsierst dich ein paar Wochen mit mir und wirfst mich dann weg wie all die anderen Frauen, mit denen du ausgegangen bist? Da hast du dich aber gewaltig geschnitten. Sie ging zu seinem Büro und öffnete die Tür. Haben Sie die Nummer von dem Umzugsunternehmen noch, Jeff? Ich bin nämlich noch nicht fertig mit einkaufen. Offensichtlich hatte sie ihn nicht hereinkommen gehört. Sie stand auf einem kleinen Stuhl und versuchte mit dem Absatz eines Schuhs einen Nagel in die Wand zu schlagen. Ihre nackten Schultern, das offene Haar, das ihr über den Rücken fiel, und das olivgrüne Sommerkleid ließen ihn das Wasser im Mund zusammenlaufen. Es war unglaublich sexy und vor allem vollkommen unerwartet. Was hatte sie vor? Ihre schmalen Hüften bewegten sich rhythmisch zur Musik, die durch das gesamte Penthouse schallte. Er musste etwas sagen. Je länger er schwieg, desto mehr würde er daran denken, wie er ihr dieses süße Sommerkleid am schnellsten vom Leib reißen könnte. Er betrat das Zimmer und drehte die Musik leise. Sie zuckte zusammen und fiel beinahe vom Stuhl. Er bekam sie gerade noch rechtzeitig zu fassen, zog sie an sich und ließ ihre nackten Füße langsam auf den Boden gleiten. Er wollte sie loslassen, doch als sie zu ihm aufsah, blitzte eine Erinnerung in ihren Augen auf. Der Gedanke an eine andere Zeit, an einen anderen Ort, wo er sie genauso festgehalten hatte. Ich habe gedacht, du kommst erst morgen zurück, sagte sie außer Atem. Ich bin früher geflogen als erwartet. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich ein bisschen umgeräumt habe. Sie zeigte auf das Zimmer hinter sich, als hätte er beim Eintreten irgendetwas anderes als sie wahrgenommen. Er hatte sie mit offenem Haar und in einem Kleid nicht mehr gesehen, seit... Es stört mich überhaupt nicht, erwiderte er, während er die Hände auf ihre Hüften legte und sie noch näher an sich zog. Es war ihm egal, dass sie spürte, was ihre Nähe bei ihm auslöste. Ihr fehlender Widerstand war aufregend, obwohl er ein wenig enttäuscht war, dass die Jagd beendet war, bevor sie richtig begonnen hatte. Sie war bereits in seinen Armen. Ihre Nippel drückten durch den dünnen Stoff ihres Baumwollkleids und sehnten sich nach seiner Berührung. Die nächsten paar Wochen werden sehr anstrengend werden, aber mindestens genauso erregend. Er beugte sich vor, um ihre Lippen zu küssen. Doch sie drehte den Kopf zur Seite und sein Kuss landete auf ihrer Wange. Stirnrunzelnd zog er den Kopf zurück. Er war seit der dritten Klasse nicht mehr Opfer dieser Falle geworden, als sein erster großer Schwarm genauso auf seine Avancen reagiert hatte. Er hasste diese Spielchen. Sie entzog sich seiner Umarmung und trat einige Schritte zurück. Stefan, ich glaube, wir sollten ein paar grundsätzliche Dinge klären. Grundsätzliche Dinge? knurrte er. Ja, damit keiner verwirrt ist. Ich bin nicht verwirrt. Er trat näher. Sie trat einen Schritt zurück. Diese Abmachung ist rein geschäftlich. Das muss sie aber nicht sein. Ich bin nur hier, um die Firma meines Vaters zu retten. In ein paar Monaten werde ich wieder aus deinem Leben verschwunden sein. Dann sollten wir die Zeit umso mehr genießen. Da bin ich anderer Meinung. Und deswegen habe ich dein Büro auch in ein zweites Schlafzimmer verwandelt. Mein Büro? Er stapfte zur Tür des Raumes, in den er sonst niemanden hineinließ, und stieß sie auf. Seine schwarz-graue Büroeinrichtung war durch eine Mischung von weißem und lilafarbenem Kitsch ersetzt worden. An der Wand, wo sein Schreibtisch gewesen war, stand nun ein kleines Doppelbett. Sie hatte sogar die Wände weiß gestrichen und über den Sideboards mit einer Schablone Blumenmuster hinzugefügt. Was zum Teufel hast du mit meinen Sachen gemacht? schrie er. Nicole zuckte nicht einmal mit einer Wimper. Alles, was wichtig aussah, habe ich einpacken und in dein Hauptbüro schicken lassen. Der Rest ist eingelagert. Hast du mir nicht genau deswegen das Umzugsunternehmen geschickt? Damit ich es mir hier gemütlich mache? Ihre Unschuld klang ziemlich berechnend. Er hatte Nicole unterschätzt und fand es unglaublich sexy. Erregung schoss durch seine Adern und drängte das Blut aus seinem Kopf. Er wollte ihr Kleid hochheben und sie auf ihren weißen Seidenslip küssen, den er soeben entdeckt hatte. »Glaubst du wirklich, du wirst hier drin schlafen?« säuselte er. Doch anstatt so zu tun, als hätte sie ihn nicht gehört oder einige Schritte zurückzutreten, kam Nicole überraschenderweise direkt auf ihn zu. Sie blieb stehen, kurz bevor sich ihre Körper berührten. Sie war ihm so nah, dass er die Hitze ihrer Haut spürte. »Wenn du mit mir schlafen willst, Stefan, dann musst du mir schon mehr liefern als ausgelutschte Sprüche und Anzüglichkeiten. Und dass du dazu in der Lage bist, wage ich zu bezweifeln,« flüsterte sie ihm zu. Mit reiner Willenskraft hielt er sich davon ab, die letzten paar Zentimeter zu überwinden, die sie voneinander trennten. Ihre gegenseitige Anziehungskraft ließ die Zeit für einen Moment stillstehen, bis es nur noch sie beide auf der Welt gab. Sie hob eine Hand und sein ganzer Körper spannte sich in Erwartung ihrer Berührung an. Mein Gott, er wollte sie. Er war bereit, ihr alles zu versprechen, nur um sie ins Bett zu kriegen. Ihr verspieltes, abweisendes Tätscheln seiner Wange traf ihn vollkommen unvorbereitet. »Dazu müsste ich dich nämlich erst mal mögen,« sagte sie, schubste ihn rückwärts aus dem Zimmer und schloss die Tür. Nicole lehnte sich mit dem Rücken gegen die Tür und atmete zitternd durch. Sein schockierter Gesichtsausdruck war einfach unbezahlbar. Er bekam wahrscheinlich nicht oft einen Korb. Sein Ego konnte diesen Rückschlag gut gebrauchen. Würden sie es schaffen, wieder zueinander zu finden, wenn sie sich nur lange genug zierte? Oder würde er sein Interesse verlieren und sich sofort an die Nächste heranmachen? Ausnahmsweise ängstigte Nicole diese Unsicherheit nicht. Die schweren Zeiten, die Nicole in der letzten Zeit durchgemacht und gemeistert hatte, hatten sie stark gemacht. Trotz seiner anfänglichen Ablehnung hatte sie Steffen davon überzeugen können, ihr zu helfen. Korisi Limited und der Vorstand würden bald in Sicherheit sein. Sobald die Verträge unterschrieben waren, konnte sie das Unternehmen aus den roten Zahlen bringen und allen zeigen, dass sie nicht das hilflose, tragische Opfer war, für das sie alle hielten. Sie hatte gewonnen. Sie hatte endlich gewonnen. Dieses Selbstbewusstsein nutzte sie, um ihr Innerstes mit mehr Stärke zu betrachten. Ihre Vergangenheit war ein Teil von ihr. Doch sie würde sie nur beherrschen können, wenn sie es zuließ. Sie weigerte sich lediglich das Produkt der Dinge zu sein, die ihr bisher zugestoßen waren. Die Zeit war gekommen, endlich herauszufinden, was sie wollte. Und dafür zu kämpfen. Dies könnte bedeuten, ihre Liebe zu Steffen wiederzufinden, sofern er bereit für eine ernste Beziehung war. Oder ihn für immer aus ihren Gedanken zu verbannen. So oder so. Endlich übernahm Nicole die Kontrolle über ihr Leben. Nimm dich in acht, Stefan. Es geht um alles oder nichts. Und ich habe es satt, mich an die Spielregeln anderer zu halten. Am nächsten Morgen hatte Stefan schlechte Laune. Erst in den frühen Morgenstunden war er eingeschlafen. Stefan. Und es irritierte ihn sehr, dass Nicole das Penthouse bereits verlassen hatte. Noch mehr irritierte es ihn, dass es ihm etwas ausmachte. Stefan stapfte, nur mit einem Handtuch bekleidet von der Dusche, in sein Schlafzimmer. Er wählte einen Anzug aus, den sein Vater einen Anzug der Macht nennen würde. In weniger als einer Stunde, wenn er Nicole im Büro ihres Anwalts traf, würde er knietief in irgendwelchen rechtlichen Verhandlungen stecken. Als sein Telefon klingelte, wurde seine Laune noch schlechter. Dominik? Er muss wirklich verzweifelt sein. Als Stefan den Anruf annahm, dröhnten Beleidigungen an sein Ohr. Was zum Teufel machst du mit meiner Schwester, Stefan? Ich glaube nicht, dass du die schmutzigen Einzelheiten wissen willst. Dominik stieß einen wütenden Laut aus. Warum ist sie in deinem Apartment? Solltest du das Nicole nicht lieber selbst fragen? Ach, stimmt ja. Sie reagiert ja nicht auf deine Anrufe. Sie hasst dich genauso sehr wie ich. Das muss ganz schön hart für dich sein. Du bist noch niveauloser, als ich dachte, Stefan. Vielleicht. Aber zumindest entführe ich meine Frauen nicht. Oh ja, er hatte die Nachrichten gesehen. Die Presse hatte ihn zwar als unverbesserlichen Romantiker abgestempelt. Doch Stefan kannte die Wahrheit. Die kleine Lehrerin hatte gegen jemanden wie Dominik nicht die geringste Chance. Die Frau, die versucht hatte, ihm zu entkommen und gescheitert war, tat ihm leid. Nicole war anders. Sie nutzt mich genauso aus, wie ich sie ausnutze. Deine Schwester ist freiwillig in mein Penthouse gezogen, höhnte er. Lass sie aus deinem Rachefeldzug gegen mich raus. Du hörst dich ziemlich verzweifelt an, Dominik. Wie fühlt sich das an? Wart's ab. Es wird noch schlimmer kommen. Das kann ich leider nicht. Hast du's noch nicht gehört? Wir sind verlobt. Damit gehöre ich praktisch zur Familie, Dominik. Ich werde dich umbringen. Dann sei wenigstens ein Mann und hetz mir nicht deine Schlägertypen auf den Hals. Im Gegensatz zu dir verstecke ich mich wenigstens nicht hinter irgendwelchen Sicherheitsleuten. Doch ich schätze, dass jemand wie du, der Feinde sammelt wie andere Münzen, keine andere Wahl hat. Du wirst dieses Spiel nicht gewinnen, Stefan. Ich werde dich vernichten. Spricht man so mit seinem zukünftigen Schwager. Als Dominik zu einer neuen Bedrohung ansetzte, legte Stefan lachend auf. Er hatte Dominik genau dort, wo er ihn haben wollte. Wütend und abgelenkt. Wenn er wieder Zeit dafür finden würde, seine hochgelobte Software zu überprüfen, würde es zu spät sein. Stefan machte sich auf den Weg zu seinem Arbeitszimmer. Erinnerte sich daran, dass es nun ein Schlafzimmer war und fluchte laut. Normalerweise traf er den Nagel immer auf den Kopf, wenn es darum ging, Menschen zu durchschauen. Doch jedes Mal, wenn er glaubte zu wissen, was Nicole als nächstes tat, machte sie das genaue Gegenteil. Das Einzige, was er mit hundertprozentiger Sicherheit über sie wusste, war, dass sie seine Gedanken viel zu sehr vereinnahmte. Nicole tat so, als würde sie Stefan nicht bemerken, als er das Büro ihres Anwalts in der Upper East Side betrat. Sie blätterte geistesabwesend in einer Frauenzeitschrift, auf die sie sich nicht mehr konzentrieren konnte, seit er aus dem Fahrstuhl gekommen war. An der Art, wie die Sekretärin auf seine Ankunft reagierte, hätte man meinen können, dass ein Filmstar den Raum betreten hatte. Doch wer konnte es ihr schon verübeln? Mit seinem Aussehen gehörte er auf die Titelseite eines erotischen Männerkalenders. Er musste sich nicht mal ausziehen, um Frauen den Verstand zu rauben. Er übte eine animalische Anziehungskraft aus, der keine weibliche Libido widerstehen konnte. Nicole blätterte eine weitere Seite in der Zeitschrift um. Das war Steffans größtes Problem. Er erwartete von Frauen, dass sie ihm vor die Füße fielen. Nicole, sagte er, als er kurz vor ihr zum Stehen kam. Oh, Stefan, du bist hier. Gut. Ich habe der Sekretärin gesagt, dass ich auf dich warte, bevor wir reingehen. Ich dachte, wir würden zusammen herfahren. Armer Stefan. Er sah nicht gerade glücklich darüber aus, dass er stehen gelassen wurde. Nicole unterdrückte ein Lächeln. Ich hatte heute Morgen noch ein paar Dinge zu erledigen. Sie legte die Zeitschrift beiseite, stand auf und beobachtete hoffnungsvoll Steffans Reaktion. Sie hatte ein dunkelblaues Kleid ausgewählt, das für ein Geschäftstreffen angemessen war, jedoch gleichzeitig eindrucksvoll ihre schlanke Gestalt betonte und so viel Bein freiließ, dass sie sich sexy fühlte. Ein weiterer Vorteil, viel Geld zu besitzen, war, dass man mit nur einem Anruf einen Make-up-Artist bestellen konnte, der einem wichtige Tipps für subtile Akzente gab. Die Mühe hatte sich ausgezahlt. Steffen beugte sich zu ihr und flüsterte ihr ins Ohr. Du siehst einfach umwerfend aus, aber ich würde dich noch lieber ohne das Kleid sehen. Sie schaute ihn unter den langen Wimpern hervor an und neckte ihn. Hat dieser Spruch schon jemals bei einer Frau funktioniert? Er errötete vor Scham. Ja, sagte er abwehrend. Nicole brach in schallendes Gelächter aus, als sie den Ausdruck auf seinem Gesicht sah. Er teilte ihren Humor nicht. Nicoles Häme hielt nicht lange an. Steffen beugte sich näher zu ihr und sein heißer Atem kitzelte ihr Ohr. Das Kleid ist also nicht für mich? Du hast dir also nicht vorgestellt, wie sich meine Hände anfühlen würden, wenn ich... Seine Ansprache wurde durch Gavin Burke, Nicoles persönlichen Anwalt, unterbrochen, der hereinkam und sie begrüßte. Trotz der Unterbrechung dauerte es einen Moment, bis Nicole das Bild aus ihrem Kopf bekam, das Steffen in ihr entfacht hatte. Ihre Haut prickelte bei der Vorstellung, wie seine Hände unter ihrem Kleid nach oben glitten. Sie umfassten. Sie zu sich zogen. Sie betete, dass er die leichte Röte in ihrem Gesicht nicht bemerken würde. Gavin nahm ihre beiden Hände in seine. Er war einige Zentimeter kleiner als Steffen. Attraktiv. Jedoch eher auf die »Süßer Junge von nebenan zieht nach New York, um Wirtschaftsanwalt zu werden«, art und weise. Zwischen ihnen hatte es nie gefunkt. Doch Steffen wusste das nicht. Gavin küßte sie auf die Wange und trat einen Schritt zurück, ihre Hand immer noch festhaltend, um ihre Wandlung zu bestaunen. »Wow! Schau dich an! Du siehst gut aus!« Nicole bedankte sich mit einem breiten Lächeln. Gavin war immer gut zu ihr gewesen. Keine noch so banale Anfrage war zu klein für ihn. Er war erst Ende dreißig, doch er hatte ein Vermögen damit verdient, einflussreichen Menschen dabei zu helfen, Dokumente auf kreative Art und Weise auszulegen. Er hätte ihre Bekanntschaft ausnutzen können, um sich an die mächtigen Männer in ihrer Familie heranzumachen. Doch das hatte er nie nötig gehabt. Und genau aus diesem Grund vertraute sie ihm. »Es war Zeit für eine Veränderung«, sagte sie. Er hielt ihre Hände noch einen Moment länger fest. »Du warst schon immer hübsch, aber jetzt strahlst du ja richtig. Es ist so schön, dich lächeln zu sehen.« Nicole wurde rot bei dem Gedanken daran, welcher Kommentar genau sie zum Lächeln gebracht hatte. Steffen trat einen Schritt näher und sah alles andere als erfreut über ihr Gespräch aus. »Steffen Andrade«, sein Name klang wie eine Drohung. Er legte besitzergreifend eine Hand auf Nicoles Rücken. Gavin ließ Nicole los und reichte Steffen die Hand. »Gavin Birk. Bevor wir beginnen, möchte ich klarstellen, dass ich Nicoles Interessen vertrete. Vielleicht wollen sie lieber ihrer eigenen Leute den Vertrag anschauen lassen, bevor sie ihn unterzeichnen.« Steffen schüttelte seine Hand und Nicole hätte schwören können, dass Gavin dabei kurz zusammenzuckte. »Genau das habe ich vor«, erklärte Steffen. »Außerdem glaube ich, dass es besser unter uns bleibt, dass ihre Verlobung nur vorgetäuscht ist«, fügte Gavin hinzu. Als Antwort auf Steffens wütenden Blick sagte Nicole, »Ich habe Gavin die Wahrheit gesagt. Ich vertraue ihm.« »Offensichtlich«, erwiderte Steffen und versuchte gar nicht erst, sein Missfallen zu verbergen. Er nahm die Hand von ihrem Rücken. Sie und Gavin tauschten einen kurzen Blick aus und konnten sich gerade noch zurückhalten, loszukichern. Sie biss auf ihre Unterlippe und schüttelte den Kopf. Steffen nahm sich ein klein wenig zu ernst, doch es war keine gute Idee, ihn so auf die Palme zu bringen, dass er das Büro verließ, ohne die Papiere zu unterschreiben. Gavin führte sie zum Tisch, auf dem der Vertrag ausgebreitet lag. Nachdem sie sich gesetzt hatten, sagte er, »Es ist eigentlich alles klar. Dies ist mehr oder weniger ein vorehelicher Vertrag. Lesen Sie ihn durch. Steffen, Sie stimmen damit zu, dass Sie Nicole im Fall der Auflösung Ihrer Verlobung das Vorkaufsrecht für Corisi Limited zum gleichen Preis gewähren, für den Sie das Unternehmen gekauft haben. Weiterhin stimmen Sie zu, dass, solange Corisi Limited in Ihrem Besitz ist, Nicole Corisi CEO bleibt. Nicole, durch Unterzeichnung dieses Vertrags akzeptieren Sie endgültig Steffens Übernahmeangebot, dem Ihr Vater bereits zugestimmt hat. Das Unternehmen und alle erwirtschafteten Einnahmen gehören Steffen, bis Sie Ihre Verlobung auflösen oder heiraten. Durch eine Heirat erwerben Sie beide die Miteigentümerschaft an der Firma, ohne dass Geld von der einen an die andere Partei fließt. Sind Sie beide mit den Bedingungen einverstanden? Ein zaghaftes Klopfen an der Tür kündigte die Sekretärin des Anwalts an. »Mr. Burke, entschuldigen Sie bitte die Störung, aber da ist ein Mann, der hartnäckig darauf besteht, Miss Corisi unverzüglich zu sehen.« »Wer konnte das sein?« Nicole hielt den Atem an, bis die Sekretärin schließlich hinzufügte. »Sein Name ist George Miles. Ich habe ihm gesagt, dass Sie in einem Termin sind, doch er beharrt darauf, dass es sehr dringend sei.« Steffen drehte sich zu Nicole und fragte. »Miles, ist das nicht?« Nicole nickte. »Er ist Vice President Marketing bei Corise Limited.« »Hast du ihm gesagt, warum du hier bist?« »Nein.« Dann erinnerte sie sich an etwas. »Aber Thomas habe ich es erzählt.« Gavin schien die Unterbrechung nicht im Geringsten zu stören. »Schicken Sie ihn rein. Das wird bestimmt interessant.« George kam mit rotem Gesicht und verschwitzter Stirn ins Büro gestürmt, als hätte er die Treppen genommen. »Nicole, ist es schon zu spät? Hast du irgendetwas unterschrieben?« Nicole stand auf, um ihn zu begrüßen. »George, beruhige dich.« Das Letzte, was sie in diesem Monat gebrauchen konnte, war ein zweiter Herzanfall. »Hast du irgendetwas unterschrieben?« »Nein, noch nicht. Aber das werde ich.« Er wischte sich die Stirn ab. »Das musst du nicht tun.« Der Blick, den er Steffen zuwarf, ließ keinen Zweifel an seiner Meinung über ihn. »Als Thomas mir von deinen Plänen erzählte, wusste ich sofort, warum du das tust. Du hast Angst, dass dein Bruder uns alle feuert, wenn er die Firma übernimmt. Du glaubst, das sei der einzige Weg, um ihn davon abzuhalten.« »Es ist der einzige Weg,« dachte Nicole. »Aber das stimmt nicht,« beeilte sich George hinzuzufügen. »Ich habe über die Jahre gut investiert. Ein paar andere von uns genauso. Wenn wir unsere Ersparnisse zusammentun und du ein Darlehen aufnimmst, könnten wir Corisi Limited komplett aufkaufen.« »Ich kann euer Geld nicht annehmen,« flüsterte Nicole. Die Idee war sowieso sinnlos, da der einzige mögliche Käufer Stefan war. »Dann lass Dominik das Unternehmen eine Weile lang führen. Selbst wenn er uns alle feuert, wir kommen schon klar. Du musst das nicht tun.« »Mit das«, war eindeutig Stefan gemeint. »Ich kann dich nicht auch noch verlieren.« Sie wollte diese Worte nicht aussprechen. Doch die Wahrheit schoss so verzweifelt aus ihr hervor, dass es sofort still im Raum wurde. »Oh Gott, warum habe ich das gesagt?« Die Augen des älteren Mannes schauten sie mitfühlend an. »Darum geht es dir also, Nicole. Ich kenne dich, seit du fünf Jahre alt bist. Meine Frau scherzt immer noch, dass du mein uneheliches Kind bist, für das ich niemals Unterhalt zahlen musste. Glaubst du, du wärst nicht mehr bei uns willkommen, nur weil dein Bruder mich aus der Firma schmeißt?« »Genau das glaube ich.« Nicole ballte die Hände zu Fäusten und behielt ihre Gedanken für sich. George trat einen Schritt näher und berührte sie sanft am Arm. »Du musst niemandem mehr etwas beweisen. Wir wissen, wer du bist. Und nichts, und niemand kann das jemals ändern. Komm schon, komm mit mir, und wir werden gemeinsam eine andere Lösung finden. Nein.« Nicole suchte in Steffans Gesicht nach einem Hinweis darauf, was er dachte. Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte, aber sie war enttäuscht, als sie in seine ausdruckslosen Augen blickte. Am Anfang war es ihr nur darum gegangen, die Jobs der Leute zu retten, die sie seit ihrer Kindheit kannte. Doch inzwischen war alles viel komplizierter geworden. War sie verrückt, zu glauben, dass Steffen unter seiner harten Schale immer noch der Mann war, den sie damals kennengelernt hatte. Sie war gerührt, dass George und die anderen zu ihrer Rettung geeilt waren. Sie hatte es nie zu hoffen gewagt, dass sie ihnen genauso viel bedeutete wie sie ihr. Sie würde diesen Tag nicht vergessen. Heute war bewiesen worden, dass einige gute Dinge den Korisi-Fluch überstehen konnten. Wenn es wirklich nur darum ginge, die Jobs von George und den anderen zu retten, dann wäre sie mit George schnurstracks durch die Tür gegangen und hätte sein Angebot, eine andere Lösung zu finden, mit Kusshand angenommen. Doch irgendwann auf dem Weg hatte sie wieder zu hoffen begonnen. Sie konnte Steffen und seine Familie nicht verlassen. Noch nicht. Wenn sie es tun würde, dann würde sie wahrscheinlich keinen von ihnen je wiedersehen. Vor sieben Jahren wäre sie noch zum Haus ihres Vaters gerannt und hätte ihren Verlust als gegeben hingenommen. Doch dieses Mal wollte sie nicht so einfach aufgeben, auch wenn ihre vorgetäuschte Verlobung das Einzige war, was sie zusammenhielt. Ich habe keine Angst mehr zu kämpfen. Die alte Nicole hätte auf Nummer sicher gespielt. Sie hätte sich dem Testament ihres Vaters gefügt und gedacht, dass sie keine andere Wahl hatte. Sie hätte die oberflächliche Intimität akzeptiert, die Steffen ihr angeboten hatte und nur darauf gewartet, dass er sie wieder verließ. Nicht mehr. Wenn sie jetzt ihr Erbe verlieren würde, dann hätte sie wenigstens darum gekämpft. Wenn sie und Steffen sich nach ihrer vorgetäuschten Verlobung trennen würden, dann würde sie ihn mit erhobenem Kopf und in dem Wissen verlassen, dass sie stark genug gewesen war, von ihm zu verlangen, sie mit Respekt zu behandeln. Ihre Entscheidung war gefallen. Nicole umarmte George. Ich bin dir so unendlich dankbar, dass du heute hierher gekommen bist, George. Ich werde dir das nie vergessen, aber ich bin aus freien Stücken hier. Stefan und ich haben uns verliebt, als ich für seinen Vater gearbeitet habe und wir treffen uns schon eine ganze Weile heimlich. Sie ging zu Stefan, nahm seine Hand und lächelte ihn an, um George zu beweisen, dass sie ihre Zuneigung nicht nur spielte. Ich will Stefan heiraten. Ich liebe ihn. Bitte versuch wenigstens, dich für mich zu freuen. Stefan zog sie an sich und sie spürte, wie sein Herz heftig gegen seine Brust schlug. George sah erst Nicole, dann Stefan an. Nicht sicher, ob er ihnen glauben sollte. Bist du sicher? Nicole schlang die Arme um Steffans Hüfte und legte den Kopf auf seine Brust. Absolut sicher. Geh zurück und sag allen, dass sie herzlich zu unserer Verlobung eingeladen sind, damit wir alle zusammen feiern können. Gavin führte George aus seinem Büro. George blieb im Türrahmen stehen und sagte, Wenn du ihr wehtust, Stefan, wird dies das Letzte sein, was du jemals tun wirst. Stefan hielt Nicole fest umschlungen. Er fühlte sich, als ob er von einem LKW über die Autobahn geschleift worden wäre. Sie liebt mich? Nein, das konnte nicht sein. Ihre Verlobung war eine rein geschäftliche Angelegenheit. Das hatte sie ihm erst gestern Abend mehr als deutlich gemacht. Es war alles nur eine Lüge. Er wusste es. Doch warum hatte er den Atem angehalten und sich ein wenig wirr im Kopf gefühlt, als sie George gestanden hatte, dass sie ihn wirklich heiraten wollte? Ohne sie anzuschauen, stellte er ihr eine Frage, auf die er die Antwort eigentlich gar nicht hören wollte. Liebst du mich, Nicole? Nicole löste sich aus seiner Umarmung und er fühlte sich gleichzeitig erleichtert und enttäuscht. Ich musste ihm das sagen. Ich konnte nicht zulassen, dass er sich Sorgen um mich macht. Sie ging zum Tisch und unterschrieb ohne einen weiteren Kommentar den Vertrag. Kevin stand vor ihnen und beobachtete die beiden genau. Stefan trat ebenfalls vor und unterschrieb das Dokument. Das hätten wir, sagte Nicole. Vielen Dank, Kevin. Ich melde mich. Sie schüttelte ihm die Hand und gab ihm einen leichten Kuss auf die Wange. Dann wandte sie sich an Stefan. Wir sehen uns zu Hause. Stefans Magen schnürte sich schmerzhaft zusammen. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, tritte Nicole sich um und verließ das Büro. Er starrte ihr mit weit aufgerissenen Augen nach. Sie haben sie nicht verdient, sagte Gavin. Wahrere Worte waren niemals ausgesprochen worden. Senden Sie mir eine Ausfertigung des Vertrags in mein Büro, bat Stefan und ging ebenfalls hinaus. Vielleicht war der schlaue Herr Anwalt in Nicole verliebt. Vielleicht standen sie sich sogar so nahe, dass Nicole ihm ihre privaten Geheimnisse anvertraute. Doch zumindest würde sie heute Nacht nicht in seinem Haus schlafen. Als er auf die Straße trat, war Nicole bereits nicht mehr zu sehen. Er wollte ihr nachjagen, sie nach dem wahren Grund dafür fragen, warum sie so verbissen um das Unternehmen ihres Vaters kämpfte und sie dann so lange küssen, bis sie vergessen hatten, warum sie nicht zusammen sein konnten. Stattdessen fuhr er zu Tiffany's und kaufte ihr den größten und teuersten Diamanten, den er finden konnte. Wer hätte gedacht, dass eine angebrannte Soße so viel Rauch verursachen kann? Nicole hustete und wedelte mit einem Küchentuch unter dem Rauchmelder hin und her, der bereits zum zweiten Mal ausgelöst worden war. Obwohl sie nur Shorts und ein T-Shirt trug, schwitzte sie am ganzen Körper. Heute Abend wollte sie feiern. Sie hatte es geschafft. Der Vorstand der Firma ihres Vaters, nein, jetzt war es nur noch Corisi Limited, konnte sich entspannt zurücklehnen. Ihre Jobs waren gerettet. Ihre Ersatzfamilie würde nicht auseinanderbrechen, zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Und irgendwann würde ihr Bruder auch damit aufhören, sie mit Anrufen zu nerven, die sie sowieso nie annahm. Nachdem sie diesen Stress nun hinter sich gelassen hatte, konnte sich Nicole auf eine ähnlich dringende Aufgabe konzentrieren. Stefan. Wie bedankt man sich bei einem Mann, der soeben eine Softwarefirma für einen gekauft hat? Sie wusste nur, wie seine Familie es tun würde. Zuversichtlich, die richtige Geste gewählt zu haben, hatte Nicole die erste Einkaufsliste ihres Lebens erstellt und mit viel Glück jeden einzelnen Artikel im Supermarkt um die Ecke kaufen können. Doch sie hatte nicht damit gerechnet, wie schnell die Hitze aus dem Ofen die Klimaanlage nutzlos machen würde. Der Ofen. Das Hühnchen. Sie öffnete die Klappe und blickte einer bis zur Unkenntlichkeit geschwärzten Vorspeise in die Augen, die dicke Rauchschwaden in ihr Gesicht blies. Ihre Augen brannten und begannen zu tränen. Ein Familienrezept der Choresis? fragte Stefan über den Lärm des Rauchmelders hinweg. Nicole wirbelte erschrocken herum. Stefan lehnte am Türrahmen, das Jackett lässig über die Schulter geworfen. Witzig, laffte Nicole ihn an und wedelte verzweifelt mit den Händen vor ihrem Gesicht herum, um den Rauch zu verscheuchen. Sag mir lieber, wie ich den Rauch aus dem Ofen kriege. Stefan hängte sein Jackett über die Lehne eines Küchenstuhls und ging auf sie zu. Sie bewegte sich nicht. Wenige Zentimeter vor ihr blieb er stehen. Er beugte seinen Kopf vor, bis ihre Lippen sich fast berührten. Zunächst dachte Nicole, dass er sie wieder küssen würde. Doch dann griff er um sie herum und drückte auf ein paar Knöpfe am Ofen. Es hilft, wenn man ihn ausschaltet, murmelte er. Nicole wollte zurückweichen, doch ihre Beine berührten bereits den Ofen. Als sie sich zurücklehnte, berührte ihr Rücken kurzzeitig seine Hand. Sie sprang vor, als hätte sie sich verbrannt, und fand sich an seine Brust gedrückt wieder. Sein tiefer Atemzug verriet ihr, dass ihr Körperkontakt ihn genauso sehr aus dem Konzept gebracht hatte wie sie. Sie schlüpfte seitwärts an ihm vorbei und verfluchte sich dafür, dass sie sich nichts Hübscheres angezogen hatte, bevor er nach Hause gekommen war. Nichts klappte so, wie sie es geplant hatte. Im Internet steht, dass Hühnchen mit Pasta das einfachste Gericht überhaupt ist. Sie blies sich eine Strähne aus dem Gesicht. Die haben sie ja nicht mehr alle. Sein Kichern kam unerwartet und war das schönste Geräusch, das sie seit langem gehört hatte. Ich beschäftige einen Koch, Nicole. Ich weiß, sagte sie abwehrend. Ich wollte etwas kochen, um mich dafür zu bedanken, was du heute für mich getan hast. Er musterte sie für einen kurzen Moment und sagte schließlich, Maddy würde diese Story lieben. Ihre Regel ist, wenn sie für dich kocht, musst du es auch essen. Die ganze Familie war erleichtert, als sie einen Koch heiratete. Vor Richard haben wir ernsthaft überlegt, Aktien eines Unternehmens für Magenbitter zu erwerben. Obwohl der Abend nicht so verlaufen würde, wie sie es geplant hatte, lächelte sie, als er seine Cousine erwähnte. Wie kann es sein, dass sie trotz Elise und Katrin in ihrer Familie nicht kochen kann? Die beiden sind einfach fabelhafte Köchinnen. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber Maddie lässt sich nicht gerne Ratschläge erteilen. Sie tut immer nur, was sie will. Da können selbst Rezepte nichts ausrichten. Stefan zuckte mit den Schultern. Ich mag Maddie sehr, sagte Nicole spontan. Stefan schaute sie an, als würde er einen inneren Kampf ausfechten. Das glaube ich dir sogar. Nicole lehnte sich gegen die Arbeitsfläche. Deine Familie ist immer gut zu mir gewesen, Stefan. Wenn unsere Verlobung aufgelöst wird, werde ich dafür sorgen, dass ihr in der Öffentlichkeit gut dastehen werdet. Ich würde nie mit Absicht etwas tun, was deiner Familie schaden könnte. Ihre Worte hatten nicht den Effekt auf Stefan, den sie erwartet hatte. Seine Gesichtszüge verhärteten sich. Planst du jetzt schon das Ende? Bereust du etwa den Vertrag unterschrieben zu haben? Nein, du? Anstelle einer Antwort warf Stefan ihr eine kleine Schachtel zu. Nicole konnte sie gerade noch rechtzeitig auffangen. Als sie die Schachtel öffnete, kam ein 24-karätiger Diamant mit Smaragd-Schliff und Platinfassung zum Vorschein. Elegant und sündhaft teuer. Genau der Ring, den eine Kurisi seiner Meinung nach erwarten würde. Ein Stich durchfuhr ihr Herz. Sie nahm den Ring aus der Seidenschachtel und drehte ihn langsam zwischen ihren Fingern hin und her. Das bin nicht ich. Du magst ihn nicht, stellte Stefan ausdruckslos fest. Nicole verzog das Gesicht. Er ist okay. Du kannst ihn gerne zurückbringen und dir einen anderen aussuchen, gab er mürrisch zurück. Was sie suchte, würde sie nicht in der Schmuck Auslage bei Tiffanys finden. Seine Wahl des Ringes machte ihr schmerzhaft bewusst, dass er sie überhaupt nicht kannte. Sie schob den großen Diamanten auf ihren linken Ringfinger. Er ist wunderschön, Stefan, und es ist ja sowieso nur für eine kurze Zeit. Danke. Er atmete scharf aus. Die meisten Frauen würden diesen Ring vergöttern. Ich habe dir doch gesagt, dass ich ihn schön finde. Seine Frustration wuchs. Ich habe heute dreißig, nein, fünfunddreißig Millionen Dollar für dich ausgegeben. Fünfunddreißig Millionen Dollar. Welche andere Frau kann das schon von sich behaupten? Und du scheinst nicht mal groß dankbar zu sein. Das bin ich. Ich habe gekocht. Plötzlich verstand sie. Meinst du dankbar oder dankbar? Er hob beide Hände abwehrend in die Höhe. Ich. Sie presste einen Finger gegen seine Brust und sagte, ich möchte jetzt mal einige Dinge klarstellen. Das hier ist eine rein geschäftliche Angelegenheit. Deine Unterschrift hatte die Rechte an dem Konvertierungspatent eingebracht. Das ist alles. Vielleicht hast du heute viel Geld ausgegeben, aber du wirst es in ein paar Wochen wieder zurück bekommen. Sie fuchtelte mit ihrem Ringfinger vor seinem Gesicht herum. Einschließlich dem hier. Ich hoffe, du hast die Quittung aufgehoben. Ich habe gemeint, was ich dir gestern Abend gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ich dich mag. Du bist unverschämt. Du bist arrogant. Und nur weil du umwerfend aussiehst, heißt das noch lange nicht, dass jede Frau gleich mit dir ins Bett will. Frauen wollen mehr als nur ein paar ins Ohr geflüsterte Anzüglichkeiten. Sie wollen Konversation. Sie wollen ... Sein amüsierter Gesichtsausdruck ließ sie innehalten. Sie stemmte die Hände in die Hüften und sagte, Was? Was denkst du? Sag's mir. Seine blauen Augen blitzten sie verschmitzt an. Schon gut? Erzähl nur weiter. Ich höre dir zu. Als sie seiner Aufforderung nicht nachkam, fügte er hinzu. Du warst gerade dabei, mir zu erklären, was Frauen wollen. Sie schüttelte den Kopf. Ich meine es ernst. Er lächelte. Du bist ein Arschloch, sagte sie. Sein Lächeln wurde noch breiter und er machte einen Schritt auf sie zu. Aber ich bin ein umwerfendes Arschloch. Als er nach ihr greifen wollte, schmiss sie ihm einen Ofenhandschuh entgegen. Fass mich nicht an! Er tat es nicht, stand aber so nah vor ihr, dass ihr Körper unweigerlich auf ihn reagierte. Sie fuhr sich mit der Zunge über ihre plötzlich trocken gewordenen Lippen. Er beugte sich vor. Ich darf dir also keine Anzüglichkeiten mehr ins Ohr flüstern. Dich nicht berühren? Nur mit dir reden? Ist es das, was du willst? Seine Lippen waren so nah, dass sie sie beinahe schmecken konnte. Sie schluckte. Ja. Weil du jede Nacht allein in deinem kleinen Doppelbett schlafen willst? Nein. Ja. Sie zwang sich zu dieser Antwort und ignorierte, wie ihre Haut vor Sehnsucht nach seiner Berührung zu prickeln begann, wie ihr ganzer Körper sich vor Erregung zusammenzog und sie feucht wurde beim Gedanken an das, was sie sich selbst vorenthielt. Weißt du, was ich will? fragte er mit säuselnder Stimme. Oh Gott. Er trat einen Schritt zurück. Pizza, denn dieses Hühnchen werde dich bestimmt nicht essen. Könntest uns vielleicht eine bestellen? Ich muss noch ein paar Anrufe erledigen. Er drehte sich um, schnappte sich sein Jackett und fügte hinzu. Ich bin im Wohnzimmer, da ich ja kein Büro mehr habe. Dann können wir essen und reden. Er betonte das letzte Wort und ihr düsterer Blick brachte ihn zum Lachen. Sofern du keinen besseren Vorschlag hast. Keinen, Er schwang sich das Jackett über die Schulter und ging zur Tür. Oh, und ich will Schinken und Ananas nur auf einer Hälfte. Obst gehört nicht auf eine Pizza. Sobald er den Raum verlassen hatte, ließ Nicole sich auf einen Stuhl sinken. Er hat sich meine Lieblingspizza gemerkt. Würde sie jemals aus ihm schlau werden? In den nächsten Tagen redeten Stefan und Nicole. Jeden Morgen um halb acht trafen sie sich an dem kleinen Tisch in seiner Küche. Sein Koch bereitete ihnen ein leichtes Frühstück und Kaffee zu. Stefan fragte sie nach ihren Plänen für den Tag und verriet ihr dann seine eigenen. Sie nahmen den Fahrstuhl zur Lobby zusammen und verabschiedeten sich mit einem unbeholfenen Winken, das ihnen zu amüsieren schien. Zum Abendessen trafen sie sich erneut in seinem ultramodernen Esszimmer. Nachdem ihre Gespräche sich zunächst vor allem um Anekdoten von der Arbeit gedreht hatten, wandten sie sich mit der Zeit auch persönlicheren Dingen zu. Nicole erzählte Stefan, dass sie unerwarteterweise auf Widerstand gestoßen war, als sie den CEO-Posten bei Corise Limited übernommen hatte. Sie hätte nicht gedacht, sich gegen die Leute verteidigen zu müssen, die ohne sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gefeuert worden wären. Stefan hörte ihr aufmerksam zu und gab ihr einige Tipps, um die Wogen zu glätten. Seine Vorschläge zeigten Wirkung und stärkten das zarte Vertrauen, das sich langsam zwischen ihnen aufbaute. Eines Abends beim Essen sagte Nicole, Deine Mutter hat angerufen. Die Feier für deinen neuen Neffen ist am Samstag. Was hast du ihr gesagt? Dass wir kommen werden. Ich wünschte, du hättest das vorher mit mir abgesprochen. Ein schrecklicher Gedanke kam ihr. Willst du mich etwa von deiner Familie fernhalten? Nicole, was? Willst du oder nicht? Meinst du etwa, sie mögen mich nicht? Deine Mutter hat mich gefragt, ob ich früher kommen könnte, damit sie mir ein paar Rezepte beibringen kann. Meine Familie liebt dich, und genau das ist das Problem. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich zu gegebener Zeit ... Er fuhr sich frustriert mit einer Hand durchs Haar. Verstehst du es denn nicht? Jedes Mal, wenn du mit ihnen redest, lügst du sie an. Sie haben keine Ahnung, dass das alles hier nur vorgetäuscht ist. Ich werde nicht zulassen, dass Werte auf den Tisch. Sag's ruhig, Stefan. Nein, warte, ich sag's für dich. Du wirst nicht zulassen, dass ich deiner Familie noch mehr wehtue, als ich es bereits getan habe. Du machst mich immer noch dafür verantwortlich, was Dominik deinem Vater angetan hat. Ich dachte eigentlich, wir könnten wenigstens Freunde werden. Ich dachte, du weißt, dass ich für deine Familie alles getan hätte, wenn ich nur die Chance dazu gehabt hätte. Eine zornige Träne lief ihr über die Wange. Du willst mich von deiner Familie fernhalten? Dann sag du es ihnen. Erklär ihnen, dass ich nicht zur Feier für ein Baby kommen will, das ich auf die Welt gebracht habe. Mit diesen Worten verließ Nicole das Wohnzimmer und knallte die Tür ihres Schlafzimmers hinter sich zu. Stefan haute mit beiden Fäusten auf den Tisch. Na toll, jetzt weint sie auch noch. Diese Frau war unmöglich. Er hatte das alles doch nur getan, um für ein paar Wochen seinen Spaß zu haben und sie dann endgültig aus seinem Gedächtnis zu verbannen. Er hatte nicht vorgehabt, jeden Morgen eine halbe Stunde früher zu duschen, nur um ein paar Minuten länger was sie in dem Moment gerade in ihrer eigenen Firma tat. Und es war auch noch nie vorgekommen, dass er Projekte unbearbeitet auf seinem Schreibtisch liegen ließ, nur um rechtzeitig zum Abendessen zu Hause zu sein. Er las ihr jeden Wunsch von den Augen ab, hing an ihren Lippen wie ein vernarrter Dummkopf. Doch reichte ihr das? Nein, sie wollte alles. Wann hatte er so sehr die Kontrolle über die Situation verloren. Er wollte sie tatsächlich von seiner Familie fernhalten und es war sein gutes Recht, sie vor ihr zu beschützen. Je mehr Zeit sie mit ihnen verbrachte, desto mehr würden sie verletzt sein, wenn sie ging. Schließlich war sie immer noch eine Korisi. Das wusste er. Und trotzdem verfolgte ihn die Szene, die sich bei ihrem Anwalt abgespielt hatte. Er hatte echte Angst in ihrer Stimme gehört. Und er wollte es nur nicht zugeben, weil er es dann nicht länger ignorieren konnte. Nicole war nicht wie ihr Bruder. Sie konnte es nicht sein, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen ihres Vaters ihr immer noch eine solch große Loyalität entgegen brachten. Wäre sie wie Dominic, dann hätte sie nicht geholfen, Maddies Baby auf die Welt zu bringen. Und außerdem hätte sie seine Familie niemals so von sich einnehmen können. Unentschlossenheit und Bedauern waren ein Luxus, den er sich normalerweise nicht erlaubte. Doch die Fragen ließen ihn einfach nicht mehr los. Was, wenn er sich geirrt hatte? Und warum konnte er, wenn er mit Nicole zusammen war, kaum in den Spiegel schauen? Sie konnte nicht so aufrichtig und warmherzig sein, wie sie es vorgab. Denn ansonsten war er wirklich ein Arschloch. Ein absolutes unverbesserliches Arschloch. Er konnte es sich nicht erlauben, seine Entscheidungen zu hinterfragen. Er hatte ein Ziel. Und jetzt gab es kein Zurück mehr. Inzwischen war Dominics Software genauso durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Stefan musste nur noch darauf warten, dass sich alles von selbst erledigte. Wenn Dominics Server sich als nutzlos erweisen würden, wäre er finanziell erledigt. Genau in diesem Moment würde Stefan ins Spiel kommen und nicht nur seine Familieninsel zurück verlangen, sondern mit China auch einen neuen, höchst lukrativen Kunden gewinnen. Alles, wofür er so lange gearbeitet hatte, war endlich in greifbare Nähe gerückt. Er würde sich nicht bei Nicole entschuldigen, doch er wollte sie diesmal auch nicht daran hindern, seine Familie zu sehen. Dieses eine Mal. Danach wäre es für alle am besten, wenn sie sich so oft wie möglich aus dem Weg gehen würden. Am Freitagmorgen fragte sich Nicole, ob es eine gute Idee gewesen war, Maddie zuzusagen. Stefan war den ganzen Tag auf Geschäftsreise, um in Connecticut ein Problem mit seinem Vertriebsbüro zu lösen, sodass Maddie Nicole gebeten hatte, in seinem Büro vorbeizufahren und ein paar Eintrittskarten für sie abzuholen, die sie dort vergessen hatte. Damit müssen wir Stefan nicht extra belästigen, sagte sie. Maddie wusste noch genau, wo sie sie hatte liegen lassen. Ihre Vertretung hatte gezögert, Nicole in sein Büro zu lassen, hatte nach einem kurzen Blick auf den riesigen Smrak Diamanten an ihrem Finger jedoch ihre Meinung schnell geändert. Das fühlt sich alles so falsch doch es war ein wahrhaft beeindruckendes Möbelstück. Noch moderner und extravaganter als das, was sie von ihrem Vater gewohnt war. Alles war in Glas und Metall gehalten, inklusive eingebautem Touchscreen. Der Tisch hatte zweifellos noch weitere Funktionen, die man nur im eingeschalteten Zustand entdecken konnte. Hübsch? Die Dateien auf Stefans Computer waren wahrscheinlich verschlüsselt, doch die Metallschubladen unter dem Schreibtisch ließen sich ohne Probleme öffnen. Maddie hatte Stefan gebeten, Eintrittskarten für eine Vernissage für sie aufzubewahren. In der obersten Schublade lagen ausschließlich unwichtige Dinge. Doch als sie die mittlere Schublade durchwühlte, fand Nicole etwas, was ihr die Knie so weich werden ließ, dass sie sich auf Stefans Stuhl fallen lassen musste. Es war ein Foto von ihr und Stefan, geschossen von einem Fotografen am Tag Bild existierte. Sein Haar war länger, seine Kleidung zwanglos. Sie schauten sich in die Augen und lächelten dabei, als würde die Zukunft ihnen gehören. Sie hatte seine Gefühle für sie nie einschätzen können, doch so, wie er sie auf dem Foto anschaute, waren sie eindeutig. Egal, was danach passiert war, an diesem Tag waren seine Gefühle für sie echt gewesen. Unter dem Bild lag eine Einladung für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Kalifornien. Heute in einer Woche. Unter der formellen Einladung waren in maskuliner Handschrift ein paar persönliche Worte gekritzelt. Wir schließen gerade Wetten darüber ab, ob du dieses Jahr vielleicht doch kommst. Kayla sagt, du sollst deinen Hintern hierher bewegen, bevor unsere Kinder eigene Kinder haben. Mark. Mit einer Büroklammer war ein kleines Foto angehängt. Steffens alte Freunde von der Westküste. Sie sahen aufrichtig und erfolgreich aus, ganz anders, als sein Vater sie beschrieben hatte. Sie strahlten nicht die Art von Erfolg aus, für den ihre Familie so hart kämpfte, sondern besaßen nur so viel, wie man für ein angenehmes Leben brauchte. Zwei Autos, ein Boot, zwei Familienurlaube pro Jahr. Sie sahen glücklich aus, viel glücklicher, als sie es jemals gewesen war. Nicole stopfte beide Fotos und die Einladung in ihre Handtasche. In Steffens Schubladen waren keine Eintrittskarten zu finden. Maddie wollte, dass ich die Fotos finde. Warum hat Steffen ein Foto von unserem ersten Date in seinem Schreibtisch? Hatte er etwa immer noch Gefühle für sie? Durfte sie es wagen, daran zu glauben? Mit Steffens widerstrebender Erlaubnis verließ Nicole Samstagfrüh das Apartment, um Katrin und Elise beim Kochen zu helfen. In eine Schürze gewickelt, konzentrierte sie sich gerade auf die Zubereitung der Bratensauce, als Maddie mit ihrem Baby auf dem Arm die Küche betrat. Das Essen war vorübergehend vergessen. Nicole, rief Maddie und übergab Joseph ihrer Mutter, damit sie Nicole umarmen konnte. Die Andrades hatten es schnell geschafft, ihren persönlichen Sicherheitsabstand zu durchbrechen. Nicole erwiderte die herzliche Umarmung. Die vier Frauen nahmen sich ein wenig Zeit, um den Kleinen zu betoteln. Warst du in Steffens Büro? fragte Maddie. Katrin und Elise wirbelten neugierig herum. Als würden sie es wissen. Als würden sie alles wissen. Nicole nickte langsam, nicht sicher, was sie erwidern sollte. Hast du das Foto gefunden? erkundigte sich Katrin. Nicole wurde puterrot. Ihr wusstet von dem Foto? Wisst ihr etwa? Elise lachte. Nicole, wir wissen über alles Bescheid. Meine Tochter kann ein Geheimnis einfach nicht für sich behalten, nicht mal ihr eigenes. Hast du es dabei? Nicole holte das Bild aus ihrer Handtasche und zeigte es den versammelten Frauen. Katrin schüttelte traurig den Kopf. Seit diesem Tag habe ich diesen Ausdruck nicht mehr auf seinem Gesicht gesehen. Er war so glücklich. Er lächelt zwar immer noch ab und an, doch es kommt nicht von Herzen. Nicht wie hier. Elise nahm das Foto und musterte es aufmerksam. Maddie, normalerweise rate ich dir davon ab, dich in fremde Angelegenheiten einzumischen, doch schau dir diese Gesichter an. Jetzt weiß ich, warum du etwas unternehmen musstest. Maddie zuckte mit den Schultern. Das dachte ich auch mal, doch inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Heute sehen beide einfach nur noch elend aus. Hallo? Ich stehe direkt neben dir, sagte Nicole. Maddie lächelte verschmitzt. Tut mir leid, aber es stimmt doch. Ich dachte, du hättest inzwischen zumindest einen echten Heiratsantrag bekommen. Nicole band die Schürze ab. Selbst wenn es an diesem Tag echt war, wie hätte unsere Liebe all das überstehen können, was danach kam? Nichts und niemand hätte das überlebt. Du liebst meinen Sohn immer noch. Es wird schon alles gut gehen, versicherte Katrin ihr. Nicole schüttelte den Kopf und erwiderte mit belegter Stimme. Nein, ich habe den Mann geliebt, der glaubte, dass er die Welt mit seinen dummen Dokumentarfilmen retten kann. Ich habe geliebt, wie gut und ehrlich er war und wie er war, wenn er mich angeschaut hat. Er schaut mich nicht mehr so an. Er will mich sogar von euch fernhalten. und sagte etwas Schnelles und Einschneidendes auf Italienisch. Ich mache mir Sorgen um Stefan. Er war immer so idealistisch. Für ihn gab es keine Grauzonen. Er hat sich verändert, als Victor das Unternehmen an deinen Bruder verkauft hat. Stefan hat sich selbst und vor allem dich dafür verantwortlich gemacht. Er hat sich von allem abgewendet, was ihm wichtig war und hat gedacht, unseren Erwartungen entsprechen zu müssen. Als er noch jünger war, habe ich es noch geschafft, dass er sich mir gegenüber öffnet. Doch inzwischen hat er sich komplett verschlossen. Ich will ihn manchmal einfach nur schütteln und ihm sagen, dass er dieser Mann, dieser Fremde nicht sein muss. Er ist in einem schlechten Zustand, Nicole. Er glaubt, dass er dich zum zweiten Mal an deinen Bruder verloren hat. Nenn es mütterliche Intuition, aber irgendetwas ist in China passiert, über das er nicht reden will. Er braucht dich in seinem Leben. Du bist vielleicht die Einzige, die an ihn herankommt, bevor er zu weit geht. Nicole wischte sich die Tränen weg, die ihr unaufhörlich über die Wangen liefen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mann, den ich Liebe noch da ist. Das ist er, und es wird alles gut werden, war sich Maddie sicher. Oh Maddie, sind wir wirklich auf dem selben Planeten groß geworden? Das hört sich ja alles ganz wunderbar an, aber es ist nicht die Realität. Happy Ends sind Lügen, die wir unseren Kindern vorgaukeln. Schreckliche Lügen, gab Nicole zurück. Letztendlich fallen die meisten von uns abends allein ins Bett und sind froh, den Tag überlebt zu haben. Ich fange gerade erst an, selbst heraus zu finden, was mich wirklich glücklich macht. Wie sollte ich Stefan da helfen können? Katrin legte ihr die Arme um die Schultern und drückte sie an sich. In ihrer schützenden Umarmung ließ Nicole plötzlich alle Gefühle heraus, die sich so lange in ihr aufgestaut hatten. Sie weinte um ihren Vater, der sie nie geliebt hatte, ihre Mutter, die sie vor so langer Zeit verloren hatte, und um ihren Bruder, den sie genauso sehr liebte, wie sie ihn hasste. Sie weinte um den Mann, der sich auf dem Weg, die Welt zu retten, verloren hatte. Und sie hielt sich an einer Frau fest, die immer wieder vor sich hin murmelte, dass alles gut werden würde. Als sie sich ein wenig beruhigt hatte, reichte ihr Elise ein Taschentuch. Nicole schnäuzte sich lautstark die Nase. Maddie wollte etwas sagen, doch Katrin hob eine Hand und forderte sie damit zum Schweigen auf. Nach einer Weile sagte Katrin, du hast so viel durchgemacht, Nicole. Vielleicht ist es zu viel von mir verlangt, dass du schon wieder das Risiko eingehst, verletzt zu werden. Doch ich weiß, wie mein Sohn dich anschaut. Du hast allerdings recht. Ihr Leben glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Tage ist ein Mythos. Liebe ist viel mehr als das. Sie bedeutet jemanden zu mögen, selbst wenn du ihn am liebsten erwürgen würdest. Sie bedeutet jemandem zu vergeben, dass er nicht perfekt ist. Liebe bedeutet harte Arbeit. Man geht ein hohes Risiko ein und manchmal verliert man. Doch wenn du nicht an die Person glaubst, die du liebst, dann verpasst du so viel Gutes und die Chance, einen echten Partner im Leben zu haben. Ich kann dir nicht garantieren, dass mein Sohn eine zweite Chance verdient, aber ich weiß, dass du ihm etwas bedeutest. Ich weiß, dass du die Frau bist, die ihn uns zurückbringen kann. Was auch immer du entscheidest, wir werden hinter dir stehen, mischte Alice sich ein. Einem Impuls folgend zog Nicole die Einladung aus ihrer Handtasche. Ich habe das hier bei dem Foto gefunden. Es ist eine Einladung für eine Wohltätigkeits Veranstaltung in Kalifornien. Ich glaube, dass Einladung herum. Du hast recht, er hat die Einladung nicht ohne Grund aufbewahrt, mutmaßte Maddy. Kathrin stimmte zu. Er sollte unbedingt dorthin. Ihr solltet beide zusammen fliegen. Vielleicht erinnert er sich an das, was ihm einmal wichtig war, wenn er mit seinen alten Freunden zusammen ist. Wenn es nur so einfach wäre. Ich glaube nicht, dass Stefan Ja sagt, wenn ich ihn frage. Wie bitte? fragte Nicole. Die Frauen tauschten kurz Blicke aus. Maddy, kümmer dich bitte um die Soße. Kathrin und ich werden Nicole jetzt mal erklären, wie Männer ticken, sagte Elise. Nicole schaute Maddy nervös hinterher. Maddy lachte. Mach dich auf was gefasst, Nicole. Diese Predigt habe ich auch bekommen, als ich geheiratet habe. Ich bin immer noch nicht darüber hinweg. Die drei Frauen setzten sich an die Kücheninsel. Kümmer dich ums Essen, Maddy. Nun, Nicole, was wir dir jetzt sagen werden, hört sich vielleicht etwas verrückt an, doch Frauen wenden diese Techniken bei Männern schon seit Anbeginn der Zeit an. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst und weißt, dass dein Mann nur schwer zu überzeugen ist, dann musst du dir seine biologischen Schwächen zunutze machen. Amüsiert schüttelte Nicole den Kopf. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Elise zog ihren Stuhl ein wenig näher heran. Schritt eins nennt sich das Aufrütteln. Es geht darum, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Alessandro streckte den Kopf durch die Tür und rief, wie läuft's? Elise scheuchte ihn hinaus. Wir kochen, Alessandro. Geh und rede mit den Männern. Er schaute sich um. Aber raus, rief Elise. Nachdem ihr Mann widerwillig gegangen war, fuhr sie fort. Also, wo waren wir stehen geblieben? Du warst immer noch bei Schritt eins, klärte Katrin sie auf. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich hören will, sagte Nicole. Katrin nickte verständnisvoll, ließ sich jedoch nicht beirren. Nicole, die Andrades sind loyal und liebevoll, doch sie können auch ziemlich stur und rechthaberisch sein. Du musst lernen, wie man um ihr Ego herum manövriert. Es ist nur zu ihrem Besten. Jeder ist glücklich und sie sind genauso klug wie zuvor, fügte Elise hinzu. Ich will einfach nur ehrlich zu Stefan sein. Ich werde ihm sagen, wie wichtig es für uns ist, dass wir dorthin fahren, warf Nicole ein. Elise und Katrin schüttelten energisch die Köpfe. Maddie kicherte, während sie die Soße umrührte. Mit einem skeptischen Gesichtsausdruck sagte Elise, wenn du wirklich meinst, dass das funktioniert, kannst du es gerne ausprobieren. Nicole stellte sich die Szene vor ihrem inneren Auge vor und musste zugeben, dass es nicht funktionieren würde. Logische Argumente hatten bei Stefan noch nie etwas ausrichten können. Was, wenn sie in Kalifornien die Antworten auf all ihre Fragen bekäme? Vielleicht konnte eine kleine List ja doch nicht schaden. Also gut, ich bin dabei. Was ist Schritt eins? Denk dran, ich hab dich gewarnt, rief Maddie ihr vom anderen Ende der Küche zu. Elise brachte sie mit einem Kopfnicken zum Schweigen. Die männliche Physiologie, bitte, ich kann mir das nicht nochmal anhören, rief Maddie dazwischen. Elise, vielleicht solltest du diesen Teil besser auslassen. Ich bin sicher, dass Nicole die Geschichte mit den Bienen und Blümchen bereits kennt, schlug Katrin vor. Dann also zurück zu den einzelnen Schritten. Morgen, wenn Stefan von der Arbeit kommt, wirst du folgendes tun, fuhr Elise schulterzuckend Auf der Rückfahrt zu ihrem Penthouse war Stefan sehr nachdenklich. Er saß neben Nicole auf dem Rücksitz der Limousine, begann jedoch erst zu sprechen, als sie fast schon zu Hause angekommen waren. Meine Familie mag dich wirklich. Musste er so angewidert klingen? Ich mag sie auch sehr. Er wandte sich von ihr ab und schaute aus dem Fenster, während er weiterredete. Zukünftig müssen wir uns ein paar Ausreden dafür einfallen lassen, warum du nicht mehr zu ihnen kommen kannst. Ich habe es mir nicht anders überlegt. Ich möchte nicht, dass sie zu tief in die Sache verwickelt werden. Verstehe, erwiderte Nicole. Wenn du wüsstest, wie sehr sie bereits in die Sache verwickelt sind, dachte sie und biss sich auf die Unterlippe, um nicht zu lächeln. Also, hätten wir das geklärt? Er klang erleichtert und überrascht zugleich. Ja, sagte sie. Wenn du damit meinst, dass du genau das verdienst, was dich morgen erwarten wird. Nicole fühlte sich ein wenig lächerlich, nur in einem Bikini bekleidet im Apartment herumzulaufen und darauf zu warten, dass Stefan von der Arbeit nach Hause kam. Als sie das Klicken der Tür hörte, rannte sie zum Klubsessel, den sie auf die Terrasse gestellt hatte und tat so, als würde sie sich sonnen. Er trat auf den Balkon. Und sie tat so, als hätte sie ihn nicht kommen hören. Dann sagte sie beiläufig, Oh, Stefan, du bist zurück? Der Ausdruck auf seinem Gesicht war schon fast komisch. Es kann doch nicht wirklich so einfach sein. Oder doch. Schritt eins Das Aufrütteln Elise hatte ihr versprochen, dass dieser Schritt der einfachste sei, da Bikinis das Gehirn von Männern aufweichen. Bis zu diesem Moment hatte Nicole ihr das nicht geglaubt. Da sie keinerlei Kurven vorzuweisen hatte, hatte sich Nicole nie als besonders sexy empfunden. Als sie sich jedoch langsam aufrichtete, riss Stefan die Augen auf und seine Kinnlade kloppte herunter. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Wie war's bei der Arbeit? Sie versuchte, so beiläufig wie möglich zu klingen. Als er ihr nicht sofort antwortete, fuhr sie fort. Sie streckte sich, als wenn sie lange gelegen hätte und genoss den Effekt, den ihre Bewegungen auf ihn hatten. Deswegen investierten Frauen also so viel Geld in Push-up-BHs und sexy Outfits. Der Gedanke daran, dass ihr Aussehen Stephens Denkvermögen beeinträchtigte, machte sie unglaublich an. Sie verstanden nun die Männer aus ihrer Vergangenheit. Sie war immer passiv und unsicher gewesen, hatte sich über jeden Funken Zuwendung gefreut und war jedes Mal am Boden zerstört gewesen, wenn sie sie verlassen hatten. Kein Wunder, dass sie keiner wertgeschätzt hatte, wenn sie es selbst Das hatte sie nun begriffen. Sie hatte Dominic zwar gebeten, die Firma der Andrades in Ruhe zu lassen, hatte jedoch seine Entscheidung kampflos akzeptiert. Sie hatte Dominics Gleichgültigkeit gegenüber ihren Gefühlen genauso akzeptiert, wie sie sie bei ihrem Vater akzeptiert hatte, wissend, dass sie gegen die beiden mächtigen Korisi-Männer nie den Hauch einer Chance hatte. Doch jetzt war sie die Gewinnerin. Indem sie Vater als auch ihren Bruder geschlagen. Sie war nicht länger die Blume im Dornbusch. Sie musste nicht beschützt und gerettet werden. Sie war frei. Sie war stark. Und jetzt würde sie um Stephen kämpfen. Dies bedeutete ihn, nach Kalifornien zu locken, auch wenn es der letzte Ort war, an dem er sein wollte. Die Strategie war denkbar einfach, doch sie konnte sich nur schwer konzentrieren, wenn seine Augen sie so leidenschaftlich anfunkelten. Sie genoss die Hitzewelle, die durch ihren Körper fuhr. Stephen? Hörst du mir zu? Er errötete und schüttelte den Kopf, um sich zu sammeln. Sie trat einen Schritt auf ihn zu und genoss, wie sich seine Augen vor Erregung weiteten und er kurz den Atem anhielt. Das Knistern zwischen ihnen war einfach köstlich. Er wollte nach ihrer Hüfte greifen, hielt jedoch im letzten Moment inne. Änderst du etwa die Regeln, Nicole? Sie trat einen Schritt zurück. Nein, ich wollte dir nur eine Frage stellen, aber das kann ich auch später noch, wenn es dir gerade ungelegen ist. Nein, sagte er automatisch, doch dann fügte er ein wenig nervös hinzu, ja, vielleicht lieber später. Nicole drehte sich um, bückte sich, um das Handtuch vom Boden aufzuheben, das sie zuvor dort platziert hatte. Sie kicherte beinahe lautlos, als sie es sich langsam um die Schultern legte. Eine umgekehrte Striptease Einlage. Sie war so weit außerhalb ihrer Komfortzone, dass es sie nicht überrascht hätte, wenn Stefan laut aufgelacht hätte. Doch als sie ihn ansah, machte er keine Anstalten zu verbergen, welchen Effekt ihre Bewegungen auf ihn hatten. Von dem Verlangen in seinen Augen bis zur Beule in seiner Hose war es eindeutig, dass sie das Raubtier in ihm geweckt hatte. Es hatten zwar schon andere Männer Sex mit ihr gewollt, doch niemand hatte sie so sehr begehrt wie er. Niemand hatte je ein solches Verlangen in ihr ausgelöst. Ein Verlangen, das so stark war, dass sie alles anderem sich herum vergaß. Als sie noch jünger war, hatte sie sich oft vorgestellt, wie er seine Lippen gegen ihre presste. Die reife Frau, die sie jetzt war, wollte das und noch viel mehr. Konzentrier dich, es geht hier um Kalifornien, nicht darum, ihm seine Kleider vom Leib zu reißen. Noch nicht. Sie verlor beinahe die Nerven und wollte das Spiel schon beenden, doch dann erinnerte sie sich daran, wie viel auf dem Spiel stand. Irgendwo unter dieser Schale von Prahlerei und Sarkasmus war der Mann, der all die Jahre lang ihr Foto aufbewahrt hatte. Um seine Familie zu retten, hatte er nicht nur seinen eigenen Träumen, sondern auch ihr den Rücken zugekehrt. Kein Wunder, dass er ihr nicht vertraute. Bisher wollte er nur Sex von gemeinsam antreten. Nicole atmete tief durch, ging zu ihm und begann mit Schritt zwei. Die Anfrage erwarte eine Ablehnung. Maddie hat in deinem Schreibtisch eine Einladung für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Kalifornien gefunden. Wir sollten hinfliegen. Nein, erwiderte er, ohne zu zögern und in einem Ton, der keinen Raum für Diskussionen ließ. Es hört sich nach einer guten Sache an. Eine Segelregatte, um Geld für die Säuberung der kalifornischen Strände zu sammeln. Nein, und du kannst Maddie gleich sagen, dass sie nicht mehr lange für mich arbeiten wird, wenn sie noch mal in meinem Schreibtisch herumschnüffelt. Ach, vergiss es, ich werde es ihr selbst sagen. Soviel zum Thema Ablehnung. Sie konnte nun aufgeben und akzeptieren, dass er diese Reise nicht antreten wollte. Vielleicht würde sie es sogar schaffen, ihre Beziehung bis zur Auflösung ihrer Verlobung rein platonisch zu halten und sich damit vor einem gebrochenen Herzen schützen. Sie musste sich nun ein für allemal entscheiden, ob sie an Stefan glaubte oder nicht. Nicht an einen perfekten Stefan, nicht an einen Fantasie Stefan. Doch glaubte sie wirklich daran, dass er unter seiner ganzen Wut immer noch der Mann war, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte? Ja. Also war ihr Ziel klar. Liebe ist ein Risiko, das ich eingehen möchte. Kalifornien, wir kommen. Schritt 3. Die unerwünschte Alternative. Mach es ihm schmackhaft. Nicole stolzierte mit erhobenem Haupt durchs Penthouse, um sich ein Glas Wasser aus der Küche zu holen. Stefan folgte ihr. Als sie sich elegant streckte, um ein Glas vom obersten Regal zu holen, stöhnte Stefan lustvoll auf. Gut. Der Erfolg hing allein davon ab, ihm nicht genug Zeit zu lassen, um seine Optionen zu überdenken. Sie drehte sich um, lehnte mit einer Hüfte gegen die Arbeitsfläche und füllte mit einer leicht zitternden Hand ihr Glas. Also gut, dann sollten wir unbedingt deine Mutter anrufen. Sie hat mich gebeten, vorbeizukommen und mit ihr und Elise die Hochzeit zu planen. Ich habe ihr aber gesagt, dass das nicht klappt, weil wir in Kalifornien sind. Er fuhr sich frustriert mit einer Hand durchs Haar. Es wird keine Hochzeit geben. Was zum Teufel soll man da planen? Eine Lüge führte zur nächsten. Das weiß sie aber nicht. Also ist sie gesagt. Verdammt, diese Andrade-Frauen sind wirklich gut. Sie haben mir praktisch ein Drehbuch geliefert. Schritt vier. Seine Entscheidung. Verzieh keine Miene, während ihr nach einer Lösung sucht. Nicole faltete die Hände und gab vor, ernsthaft besorgt zu sein. Soll ich sie anrufen und sagen, dass wir doch hier bleiben? Stefan kam auf sie zu und blieb erst stehen, als sie mit dem Rücken gegen die Arbeitsfläche stieß. Er beugte sich vor und legte die Hände links und rechts neben ihr auf die Fläche. Diese Reaktion hatte man ihr nicht vorausgesagt. Er sollte ihr eigentlich widerwillig zustimmen. Es gab keinen Schritt fünf, keine Alternative. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass du hier ein Spielchen mit mir spielst? sagte er leise. Nicole beging den Fehler, ihm in seine himmelblauen Augen zu schauen. Das Verlangen, das sie in ihnen sah, durchströmte ihren ganzen Körper. Sie befeuchtete nervös ihre Lippen. Er glitt mit dem Daumen sanft über ihre feuchte Unterlippe. Nicole hielt den Atem an. Warum willst du nach Kalifornien, Nicole? Was springt dabei für dich heraus? Keine Ahnung, wovon du redest. Er fuhr mit dem Daumen ihren Wangenknochen entlang, bis er die empfindliche Haut hinter ihrem Ohr erreichte und die Hand dann in ihrem dichten Hafer grub. Doch das hast du. Du bist keine gute Lügnerin. Er umfasste ihren Nacken. Bereust du etwa deine Grundsatzregeln? Regeln? Nicole konnte sich kaum an ihren eigenen Namen erinnern, wenn er sie berührte. Wäre es so falsch, etwas zu tun, was sie beide so sehr wollten? Wenn das bedeuten würde, die Chance auf etwas wirklich Bedeutsames zu verlieren, dann ja. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Schritt fünf Die Wahrheit? Ich möchte mit dir zusammen sein, Stefan, aber er biss die Zähne zusammen. Nicht hier. Nicht so. Sie machte eine ausladende Handbewegung und gab ihm so zu verstehen, dass sie mehr als nur das Penthouse meinte. Er musterte ihren Gesichtsausdruck. Ein anderer Ort wird nichts daran ändern, wer wir sind. Nicole legte eine Hand auf die Arbeitsfläche. Vielleicht ist das die einzige Chance, die wir haben. In ein paar Wochen könnte ich bereits für immer aus deinem Leben verschwunden sein. Ich bitte dich doch nur um ein einziges Wochenende. Ich möchte nicht an meine oder deine Familie denken. Ich will ein Wochenende mit dir verbringen. Nur mit dir. Warum Kalifornien? Wir könnten überall hinfahren. Bitte sag einfach ja. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Nicole versuchte so beiläufig wie möglich zu klingen. Eine Segelregatte hört sich spannend an. Ich möchte mal etwas Spontanes und Verrücktes tun. Du nicht? Wann hast du zum letzten Mal etwas nur aus Spaß getan? Ein Wochenende. Keine Verpflichtungen? Keine Versprechen? Er sah sie skeptisch an. Ja, gab sie heiser zu. Und damit könntest du leben? Seine Augen wurden dunkel vor Emotionen. Ich hoffe, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ich hoffe, dass deine Familie recht hat. Nicole nickte. Er trat einen Schritt zurück. Wir fliegen Freitag Abend. Er hat Ja gesagt. Er hat einem Wochenende mit seinen alten Freunden zugesagt. Und ich habe ihm zugesagt, mit ihm zu schlafen. Oh Gott. Nächsten Montag würden die Dinge entweder besser oder noch viel schlechter laufen als bisher. Ein großer dünner Mann in Jeans und einem leichten Hemd trat aus seinem Hybrid Auto und begrüßte Stefan und Nicole, die auf der Landebahn des kleinen Privatflugplatzes die Stufen von Stefans Jet in die warme kalifornische Sonne hinunter stiegen. Er klopfte Stefan kräftig auf die Schulter. Stefan, schön, dich zu sehen. Stefan erwiderte die Umarmung, schien sich jedoch nicht sehr wohl dabei zu fühlen. Er schaute sich um und sagte, ich hatte eigentlich für das Wochenende ein Auto gemietet. Hattest du ernsthaft geglaubt, dass ich euch nicht abholen würde? fragte sein Freund lächelnd und fügte hinzu, man schickt keinen Wagen, wenn man seine Familie abholt, auch nicht, wenn sie deine Anrufe ignoriert. Der Kommentar war gut gemeint. Ich hatte viel zu tun, sagte Stefan und klang dabei rechtfertigender als Nicole es von ihm gewohnt war. Der Mann schaute an Stefan vorbei und lächelte Nicole an. Er reichte ihr die Hand und stellte sich vor. Mark Allen, du musst die berüchtigte Nicole sein. Ich habe viel von dir gehört, sehr viel. Nicole schüttelte herzlich seine Hand und mochte ihn sofort. Ach wirklich? Stefan nahm ihre beiden Koffer vom Piloten entgegen. Sei kein Arschloch, Mark, sagte er. Mark öffnete den Kofferraum seines Mittelklasse Wagens und blinzelte Nicole zu. Er war schon immer sehr besitzergreifend, wenn es um dich geht. Er sollte sich nicht so aufregen, wenn ich meinen Senf dazugebe. Ich kann einfach nicht anders. Stefan packte die beiden Koffer in den Kofferraum und schloss den Deckel. Und genau deswegen bist du aufhören musst. Nicole blickte von einem Mann zum anderen und konnte keine Familienähnlichkeit feststellen. Seid ihr wirklich miteinander verwandt? hakte sie nach. Mark schüttelte den Kopf, ging zur Beifahrertür und forderte Nicole mit einer Handbewegung auf, einzusteigen. Fühlt sich nur manchmal so an. Wir haben uns hier im College kennengelernt, uns allerdings schon lange nicht mehr gesehen. Er hob eine Augenbraue und schaute zu Stefan. Zu lange. Stefan ignorierte die Anspielung und rutschte auf den Rücksitz. Nicole setzte sich ebenfalls, sprang jedoch auf, als sie etwas Hartes unter sich spürte. Sie griff unter sich und holte ein Lego-Raumschiff hervor. Mark, der inzwischen ebenfalls eingestiegen war, sagte, oh, tut mir leid, das hab ich dahin gelegt. Er öffnete das Handschuhfach und legte das Spielzeug hinein. Ich schwöre, dass Spielsachen sich auf wundersame Weise vermehren. Egal, wie viele man aus dem Wagen räumt, man findet immer wieder neue. Er musterte Nicole einen Augenblick. Nicole war Stefans Beispiel gefolgt und hatte sich sportlich gekleidet. Es hatte etwas unglaublich Befreiendes, nicht jede Sekunde am Tag perfekt gestylt zu sein. Du kleidest dich sonst anders, oder? wollte Mark wissen. Nicole legte den Gurt über ihrer Schulter zurecht. Ja, aber ich genieße es unheimlich. Als Mark den Wagen startete, sagte Stefan, wir bleiben im Nein, konterte Mark. Maddie hat die Reservierung storniert. Wir haben dich seit Jahren nicht gesehen und die Kinder wollen endlich den mysteriösen Mann kennenlernen, der ihnen Geschenke schickt. Außerdem hat Kayla euch bereits das Gästezimmer hergerichtet. Stefan beugte sich vor und erklärte entschieden, das ist wirklich nett von dir, aber ich glaube, Nicole fühlt sich im Hotel wohler. Ja, gib mir die Schuld. Nicole schlug die Beine übereinander und lächelte Stefan süßlich an. Es macht mir nichts aus, bei deinen Freunden zu bleiben. Stefan lehnte sich mit einem frustrierten Knurren zurück. Mark lachte. Ihr habt noch den Rest eures Lebens Zeit euch in Hotelzimmern zu vergnügen. Ihr seid nur zwei Tage hier. Ihr kommt zu uns nach Hause. Das Thema war damit für ihn erledigt. Nicole wollte sich umdrehen, um Stefans Gesichtsausdruck zu sehen, hielt sich jedoch zurück. Sie musste sich erst selbst darüber klar werden, was sie von dieser Planänderung hielt. Einerseits hätte sie nie erwartet, dass Stefans Freunde sie so warmherzig empfangen würden. Die Aussicht auf einen heißen Wochenendtrip verschwand so schnell wie der Flughafen hinter ihnen. Mark blickte seinen Freund durch den Rückspiegel an. Ja, ja, die Macht der neuen Liebe. Du wirst es überleben, Stefan. Wenn ich morgen dein neues Boot in eine Sandbank ramme, wirst du schon sehen, was du davon hast, drohte Stefan. Unbeeindruckt von dieser Drohung erwiderte Mark an Nicole gerichtet, als wenn das nicht sowieso passieren würde. Gott sei Dank hat er die nötigen Mittel, um die Reparatur zu bezahlen. Weißt du eigentlich, wie viele Sachen er sich ausgeliehen und dann kaputt gemacht hat? Jedes Mal, wenn er bei uns in Palo Alto war? Alles, was du gekauft hast, war eben alt und marode, wehrte Stefan ab. Ja, weil Kayla durch ihren Recycling tick unbedingt die Welt retten wollte. Es hat lange gedauert, sie davon zu überzeugen, dass neue Dinge manchmal besser für die Umwelt sind. Mark zuckte mit den Schultern. Zumindest ist mein Segelboot neu. Ich habe die Bilder online gesehen. 15 Meter, oder? Es sieht klasse aus, sagte Stefan. Allerdings. Ich musste Kayla versprechen, dass ich jedes Jahr eine Wohltätigkeitsveranstaltung organisiere, solange ich es besitze. Mein Boot ist zwar nicht Stil. Stefan kicherte. Du hast mich nie nach einer Spende gefragt, Mark, obwohl ich natürlich weiß, dass dir das nicht wichtig ist. Wir sind dankbar, dass du unsere Projekte immer unterstützt hast, Stefan, aber wir sehen dich lieber persönlich. Ich war mir sicher, dass du dieses Jahr wieder nicht kommen würdest, sagte Mark. Ich begann Stefan. Mark unterbrach ihn. Du musst dich nicht rechtfertigen. Wir sind einfach nur froh, dass du hier bist. Und ich erst, dachte Nicole. Stefan sah um Jahre jünger aus, wenn er sich entspannte und mit seinem alten Freund lachte. Vielleicht funktioniert es ja doch. Daran könnte ich mich gewöhnen. Nicole saß auf einem Edirondack-Gartensessel hinter dem Haus der Allens und genoss die Umgebung. Das Haus war ein Traum der Mittelschicht. Eine umgebaute Ranch mit vier Zimmern, zwei Badezimmern und einem in den Boden eingelassenen Pool, der von einem riesigen Garten umgeben war. Bei ihrer Ankunft war, wie auf Zuruf, ein gelber Labrador mit einem Tennisball im Maul um die Ecke geschossen gekommen. Einen Augenblick später kamen ihnen zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge aus dem Haus entgegen gerannt. Kyle und Cara, die achtjährigen Zwillinge der Allens. Ein Traum! Kayla, Marks Frau, gesellte sich nur kurze Zeit später zu ihnen. Sie vervollständigte die Bilderbuchfamilie. Genau wie ihr Ehemann war sie zwanglos gekleidet. Jeans, T-Shirts, Sandalen. Sie machte einen selbstbewussten, ungezwungenen und erfolgreichen Eindruck. Das Paar war sowohl in Kalifornien als auch in Washington hinlänglich bekannt, auch wenn man es anhand ihres bescheidenen Lebensstils nicht hätte erahnen können. Kayla umarmte Stefan wie einen lange vermissten Bruder und begrüßte darauf Nicole mindestens genauso herzlich. Nachdem sie die Kinder vorgestellt hatte, trieb sie die Bande ins Haus. Nicole hatte sich auf die Veranda zurückgezogen, während Stefan und Mark über das neue Bootfach simpelten. Frag sie, rief eine junge Stimme. Nein, du fragst sie, antwortete eine andere. Kyle schob seine Schwester in Nicoles Richtung. Nicole verbarg ihr Grinsen. Die beiden waren bezaubernd. Braunes Haar, braune Augen und so ernst, dass es schon fast komisch war. Was wollt ihr denn wissen? Kara trat vor. Ist es wahr, dass du und Onkel Stefan super reich seid? Auf diese Frage hatte Nicole keine spontane Antwort. Warum fragst du das? Es ist für ihre dämliche Website. Sie befragt jeden, den sie trifft. Lass ja keine Bilder von dir schießen. Sie postet sie mit Kommentaren, die dir bestimmt nicht gefallen werden. Glaub mir, erklärte Kyle. Kara verschränkte die Arme und starrte ihren Bruder an. Er ist nur neidisch, weil die Leute meinen Blog lieben. Du hast einen Blog? Nicole wollte eigentlich nicht so überrascht klingen. Seit wann sind denn Kinder technisch so versiert? Klar, ändere eine Meinung und du änderst die Welt, zitierte sie. Sie setzte sich auf einen Stuhl neben Nicole. Also, bist du es? Reich, meine ich? Mein Blog braucht einen guten Aufhänger. Vielleicht war es keine gute Idee gewesen, auf die Veranda zu gehen. Sind deine Eltern damit einverstanden? wollte Nicole wissen. Kara nickte. Natürlich. Mom wollte dich eigentlich auch für ihren Blog interviewen, aber dann hat sie Dad erzählt, dass es nichts Spannendes über dich zu berichten gibt. Autsch. Kara, sei nicht so unhöflich, ermahnte Kyle sie. Das ist nicht unhöflich, das ist die Wahrheit. Mom schreibt über Leute, die Geld für Wohltätigkeitsveranstaltungen sammeln oder sich für Umweltprojekte einsetzen. Machst du sowas auch, Nicole? erkundigte Kara sich. Ähm, nein, gab Nicole widerwillig zu. Siehst du, sagte Kara. Also, kann ich dich interviewen? Nicole wich aus. Lass uns lieber morgen darüber reden. Kyle grinste. Also nein. Verzieh dich, Kyle, verlangte Kara. Kyle öffnete die Verandatür, ging zurück ins Haus und rief Nicole über die Schulter zu. Denk daran, was ich über die Fotos gesagt habe. Nicole lachte. Alles klar. Kara machte sich auf ihrem Stuhl bequem. Mom sagt, ich muss ihn lieb haben, weil er mein Bruder ist. Hast du einen Bruder, Nicole? Ja, antwortete Nicole mit ernster Miene. Nein, das kann einfach nicht sein. Ist dein Bruder etwa Dominic Corisi? Kara fiel vor Aufregung beinahe vornüber vom Stuhl. Ja, erwiderte Nicole frustriert. Kara zog ein Tablet aus einer Hülle, die sie neben die Tür gelegt hatte, und schaltete es ein. Du bist eine der Corisis? Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaub's nicht. Dein Bruder ist mein absoluter Held. Er ist auf der Titelseite jeder Zeitschrift. Wusstest du, dass er ein revolutionäres Stipendienprogramm in China auf den Weg gebracht hat? Er spricht nicht viel darüber, tut es einfach. Er macht einen Unterschied. Was kannst du mir über ihn erzählen? Ich habe über meinen Bruder nichts zu sagen, knurrte Nicole, deren Hals sich vor Emotionen zuschnürte. Dominic rief sie immer noch jeden Tag an. Sie hatte bisher noch keinen Anruf angenommen. Ihr Anwalt hatte ihn über Stephans Übernahme informiert, also wusste er, dass er mit Corisi Limited nichts mehr am Hut hatte. Warum ließ er sie nicht einfach in Ruhe? Ist das dein Ernst? Kara ließ die Hände sinken. Mein voller Ernst, bekräftigte Nicole. Kara schob ihr Tablet zurück in die Schutzhülle und verkündete. Jetzt kann ich verstehen, warum Mom dich nicht für ihren Block will. Nicole hob eine Augenbraue. Mit der brutalen Ehrlichkeit der Jugend hielt Kara ihr Tablet gegen die Brust gedrückt und erklärte, du bist eine lausige Interviewpartnerin. Damit verschwand sie im Haus. Zum Abendessen gab es vegetarische Köstlichkeiten, die die gesamte Allen-Familie gemeinsam zubereitet hatte. Kyle überreichte Stephan einen Stapel Teller und Nicole sah hoffnungsvoll dabei zu, mit welcher Leichtigkeit er die ihm zugewiesene Aufgabe erfüllte. Er und Kyle lachten laut, während sie den Tisch deckten und Nicole brach bei dem Anblick beinahe in Tränen aus. Würde er so als Vater aussehen? Nur wenn wir für immer hierbleiben könnten. Stephan diskutierte leidenschaftlich die Sinnhaftigkeit der geplanten Umweltgesetze mit den Erwachsenen und den Kindern. Kara und Kyle sagten die Wahlergebnisse von Politikern auf, wie andere Kinder Fußballergebnisse aufzählen. Als die Kinder ihn fragten, ob seine Unternehmen grün seien und wie er die Abfallentsorgung handhabt, blühte Stephan praktisch auf. Er hatte sich anscheinend nicht zu weit von seiner Überzeugung entfernt. Er hatte die Lobbyarbeit zwar aufgegeben, setzte jedoch in allen seinen Unternehmen eine strenge Umweltrichtlinie um, auch wenn die Gewinnspanne darunter litt. Vermisst du es, Filme mit meinem Dad zu drehen? wollte Kyle wissen. Stephan lehnte sich zurück. Jeden Tag. Warum hast du dann damit aufgehört? fragte Kyle. Ich hatte ein paar wichtige Dinge zu erledigen. Wichtigere Dinge als die Erderwärmung? hakte Kyle nach. Das habe ich damals zumindest geglaubt. In Stephens Gesichtsausdruck war ein Schimmer von Bedauern zu erkennen, den er verzweifelt zu verbergen versuchte. Kommst du uns deswegen nicht mehr besuchen? Weil es dich traurig macht, daran erinnert zu werden? Und das aus dem Mund eines Kindes. Kyle, das reicht, mischte Mark sich ein. Lass ihn seine Fragen stellen, Mark. Er ist nicht unhöflich, konterte Kayla. Zumindest frage ich, weil ich es wirklich wissen will und nicht für irgendeinen dämlichen Block, erklärte Kyle. Mom, hast du das gehört? jammerte Kara. Kyle, du weißt doch, wie empfindlich deine Schwester ist, wenn, sagte Kayla. Stephan unterbrach sie. Um deine Frage zu beantworten, Kyle. Ja, das war genau der Grund dafür, dass ich euch nicht mehr besucht habe. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Dann würdet ihr beiden wenigstens nicht mehr die Wirkung strategischer Prozesse zur Umsetzung von Umweltgesetzen anzweifeln. Ich hätte das schon viel früher ansprechen sollen. Verdammt gut, dass du wieder da bist. Du weißt, dass wir einige Projekte planen, an denen du dich gerne beteiligen kannst, sagte Mark. Stephan schüttelte den Kopf. Ich habe leider keine Zeit, um in der Wildnis zu zelten und Daten zu erheben. Es passiert gerade ziemlich viel. Kayla stapelte die leeren Teller übereinander. Wir machen auch nicht mehr viel Laufarbeit. Wir produzieren die Filme und nutzen sie, um Veränderungen zu bewirken. Du hattest schon immer einen Riecher dafür, wie man die Botschaft am besten übermittelt. Wusstest du, dass deine alten Filme immer noch dazu benutzt werden, um Änderungen auf bundesstaatlicher Ebene durchzusetzen? Stell dir nur den Einfluss vor, den du heutzutage ausüben könntest. Sie hat recht, fügte Mark hinzu. Dein Engagement für den Umweltschutz in Verbindung mit deinem unfassbaren Erfolg in der Computerbranche würde dir eine Stimme verleihen, auf die man auf der ganzen Welt hören würde. Ich weiß nicht, wie, sagte Stephan. Mark unterbrach ihn. Denk einfach drüber nach. Warum bin ich nur hergekommen, fragte Stephan sich, während er mit Nicole das Gästezimmer betrat, das Kayla für sie hergerichtet hatte. Es war stilvoll in neutralen Farben gehalten und mit Kunstwerken versehen, die die Kinder gemalt und Mark professionell hatte rahmen lassen. Ein warmer, gastfreundlicher Raum. Perfekt für jede Nacht. Außer dieser. Er und Nicole standen nebeneinander vor dem Fußende des schmalen Doppelbetts und sprachen kein Wort. Als Nicole schließlich etwas sagte, zitterte ihre Stimme. Als ich vorhin zugestimmt habe, war mir das noch nicht so peinlich. Die Tür lässt sich nicht abschließen. Ich habe es geprüft, als ich die Koffer hierher gebracht habe, fügte Stephan vage hinzu. Ich glaube, ich kann sogar die Kinder nebenan hören, sagte Nicole und schaute auf die Wand direkt neben dem Bett. Nicht gerade ein Stimmungsmacher, oder? Nein, stimmte Nicole halbherzig lächelnd hinzu. Bist du enttäuscht? Verdammt und wie! Stephan hätte seine Gedanken beinahe laut ausgesprochen, hielt sich jedoch zurück, als er Nicoles Gesichtsausdruck bemerkte. Sie sah verletzlich und hoffnungsvoll aus. Er griff nach ihrer Hand. Natürlich bin ich enttäuscht, aber ich werde es wohl noch eine Nacht überleben. Sind wir nicht für zwei Nächte hier? fragte Nicole überrascht. Nur wenn wir das wollen, erwiderte er anzüglich. Seine Augen wurden dunkel vor Verlangen. Er zog sie an sich und fuhr mit der Hand sanft über ihren Rücken. Wenn sie ihn weiter so ansah, dann würde er jede Höflichkeit über Bord werfen und sie sofort ins nächste Hotel entführen. Er presste sie an sich. Sie warf den Kopf in den Nacken und schaute ihn so sehnsüchtig an, dass er nicht länger widerstehen konnte. Seine Lippen berührten ihre. Erst nur ein kurzes Herantasten. Doch als ihre Lippen reagierten, vertiefte er seinen Kuss. Nicole schlang ihm die Arme um den Rücken und hielt ihn fest. Seine Zunge drang in ihren Mund ein und forderte sie damit auf, sich ihm ganz zu öffnen. Sie tat es, hieß ihn willkommen und ihr leises Stöhnen ließ ihn fast seinen Verstand verlieren. Es war so einfach zu vergessen, wo sie waren. Er unterbrach den Kuss und ihr gemeinsames, abgehacktes Atmen ließ für einen Moment alle anderen Geräusche verstummen. Wenn wir heute Nacht hierbleiben, sollten wir damit aufhören, sagte er. Du hast recht, stürmte Nicole zu und legte die Stirn auf seine Brust. Er streichelte sanft ihre Arme und genoss das Gefühl ihrer weichen Haut. Wir können jetzt nicht mehr in ein Hotel fahren. Das würden sie nicht verstehen. Mark und Kayla vielleicht, aber die Kids nicht. Du hast recht. Wir sollten die Kids nicht enttäuschen, fügte Nicole atemlos hinzu. Sie machte es ihm nicht gerade leicht. Sie schaute ihn an und ihre Augen brannten so sehr vor Verlangen, dass er sich nicht länger zurückhalten konnte. Er küsste sie erneut. Dann hob er sie hoch, trug sie zum Bett und legte sich mit ihr auf die Bettdecke. Ihre neu entdeckte Liebe für luftige Kleider ließ viel Haut frei, doch das reichte ihm nicht. Er hasste jeden Zentimeter ihres Körpers, der noch bedeckt war und wollte verzweifelt das haben, was ihm so lange verwehrt geblieben war. Sie knüpfte ihm das Hemd auf und erkundete mit den Händen, was darunter war. Eine Hand fuhr seinen Rücken bis unter den Gürtel hinunter. Er erstarrte, als er merkte, was sie vorhatte. Sie strich mit der Hand über seine Hüfte und er hielt den Atem an. Nicht länger in der Lage, zu denken, geschweige denn, sich zu bewegen. Mom, Kyle hat schon wieder meinen Blog kommentiert. Caras Stimme ertönte durch den Flur, gefolgt von wütenden Schritten in Richtung des Schlafzimmers ihrer Eltern. Nicole lachte leise an Stephens Brust und zog ihre Hand zurück. Stephen drehte sich auf den Rücken und zog sie auf sich. Sie lag halb auf ihm, ihre Haare über sein Gesicht und seine nackte Brust gebreitet. Sie hatte noch nie schöner ausgesehen. Findest du das etwa witzig? knurrte er ihr ins Ohr. Sie lächelte ihn an und nickte, die Augen glänzend vor unterdrücktem Lachen. Ich wette, Cara kommt jeden Moment zur Tür herein. Wir werden in ihrem nächsten Blogartikel landen. Gedanken verloren fuhr er Nicole mit einer Hand durch das Haar. Sein Körper hatte sich längst nicht so schnell abgekühlt wie sein Kopf. Er pulsierte und quälte ihn. Du wirst nicht gleich sterben, schallt er sich. Er konnte sich vage an dieses Gefühl erinnern. Auf der Highschool war er noch fest davon überzeugt gewesen, dass dieser Zustand lebensgefährlich war. Doch diese Art von Frustration hatte er in seinem Erwachsenenleben nicht mehr erlebt. Als ob sie seine Gedanken lesen konnte, zog sich Nicole zurück. Stefan hielt sie fest. Bleib. Ich habe mich unter Kontrolle. Nicole neigte den Kopf zur Seite, schenkte ihm ein verführerisches Lächeln und sagte, um dich mache ich mir keine Sorgen. Er stöhnte. Sie will mich quälen, mit voller Absicht. Sie lagen nebeneinander auf dem Bett, reglos, schweigend, zitternd vor Verlangen. Stefan? Ja. Ich weiß, dass wir uns den Abend anders vorgestellt haben, aber ich bin trotzdem froh, dass wir hier sind. Deine Freunde sind sehr nett. Stefans Herz schlug laut in seiner Brust. Seine eigenen Gefühle über das Wochenende waren so verwirrend, dass er sie nicht äußern konnte. Er wollte nicht froh darüber sein, dass sie seine Freunde mochte, doch er war es. Er hatte umsonst gehofft, dass seine Freunde sie als dreiste Schwindlerin entlarven würden. Sie hatten ihn sogar beiseite genommen, um ihm zu sagen, wie wundervoll sie war. Warum musste sie so verdammt perfekt für ihn sein? Ja, das sind sie, bestätigte er Gedanken verloren. Und die Kinder sind einfach unglaublich. So intelligent. Nicole will also reden. Also gut, dann reden wir eben. Mark und Kayla glauben fest daran, dass Wissen Macht bedeutet. Anscheinend haben sie diese Überzeugung an die nächste Generation weitergegeben. Die Zeit mit den Erlens war für Stephen bitter und süß zugleich. Sie lebten das Leben, das er sich immer gewünscht hatte. Eine gesunde Ehe, gemeinsame Träume, wundervolle Kinder. Sie hatten einfach alles. Und was habe ich? Nur dieses Wochenende. Selbst ein Weltuntergang würde ihn nicht davon abhalten, Nicole nach der Regatta am nächsten Tag in ein Hotel zu entführen. Er würde sie endlich ganz spüren können. Obwohl sein Blut bei diesem Gedanken in seinen Adern pulsierte, verspürte er kein Triumphgefühl. Sie gehörte ihm nur für dieses Wochenende. Vielleicht für die nächsten paar Wochen. Und dann? Kalifornien machte ihn verrückt. Und dann? Dann ist es vorbei. Das war von Anfang an der Plan gewesen. Alles andere war unrealistisch und gefährlich. Nicole klopfte sanft mit einem Finger auf seine Brust, als wüsste sie, dass er mit den Gedanken an einem anderen Ort war. Cara hat mich gefragt, ob ich mich für wohltätige Zwecke einsetze. Typisch, Cara. Was hast du ihr gesagt? Nicole blies sich eine Strähne aus dem Gesicht. Dass ich es nicht tue und noch nie getan habe. Was für eine schreckliche Person bin ich eigentlich, dass ich bis heute noch nicht mal darüber nachgedacht habe? Warum hasste er sich mit jedem ihrer Worte nur noch mehr? Sei nicht zu hart zu dir selbst, Nicole. Du bist nicht gerade vom großzügigsten Mann der Welt großgezogen worden. Aber ich bin fast dreißig, Stefan. Wie lange will ich Ausgänglichkeiten verantwortlich machen? Wann übernehme ich endlich Selbstverantwortung? Nicole schüttelte den Kopf und widersprach damit seinen Worten, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich meine es ernst. Mich selbst durch Caras Augen zu sehen, war sehr aufschlussreich, um es milde auszudrücken. Ich habe zu viel Zeit damit verschwendet, mich selbst zu bemitleiden und nur an mich selbst zu denken. Das Brennen in seinem Magen war schlimmer als seine unerfüllte Leidenschaft. Er wollte es nicht benennen. Manche Dinge gibt man sich selbst gegenüber am besten gar nicht erst zu. Du hast für die Vorstandsmitglieder von Corise Limited gekämpft. Weil ich sie nicht verlieren wollte. Es ging eigentlich nur um mich. Sie drehte sich auf die Seite und legte den Kopf auf ihren angewinkelten Arm. Was hältst du davon, wenn ich das Haus meines Vaters und alles, was drin steht versteigere und die Einnahmen an ein Heim für misshandelte Kinderspende? Er drehte sich ebenfalls auf die Seite und stützte seinen Kopf auf einem Ellbogen ab. Ich würde dich fragen, was zum Teufel in diesem Haus geschehen ist. Nicole schloss die Augen. Stefan strich ihr mit einem Finger über die Wange. Erzähl's mir. Als sie die Augen wieder öffnete, war Stefans Körper starr vor Vorahnung und Wut. Irgendjemand hatte diese Frau schwer verletzt. Er hatte diesen Ausdruck noch nie in ihren Augen gesehen. Wahrscheinlich, weil sie ihn noch nie hinter ihre Schutzmauer hatte blicken lassen. Das war die Nicole, die sie vor der Welt zu verstecken versuchte. Er wusste nicht, ob er sie zu sich ziehen und trösten oder schnellstens verschwinden sollte, bevor es zu spät war. Stattdessen hielt er den Atem an und wartete. Sie blickte ihm direkt in die Augen. Mein Vater war ein gewalttätiger Mensch. Seine Laune konnte sich wegen jeder Kleinigkeit ändern. Als wir noch klein waren, hat er nur meine Mutter geschlagen. Dominik und ich sind in die hinterste Ecke des Hauses gerannt, wenn wir seine wütende Stimme gehört haben. Wir wussten genau, was passieren würde. Als wir älter wurden, hat Dominik sich geweigert, sich zu verstecken, sodass mein Vater seine Wut auch an ihm ausgelassen hat. Nicole schaute an Stefan vorbei auf die Wand, als würde sie diese Zeit ihres Lebens noch einmal genau vor Augen haben. Ich war 13, als meine Mutter verschwand. Die Polizei kam für einige Zeit jeden Tag in unser Haus. Sie haben uns erklärt, dass sie unsere Familie verlassen hat. Doch Dominik hat sich nie damit abgefunden. Er konnte einfach nicht loslassen. Er hat meinen Vater aufgefordert, ihm zu sagen, was mit ihr passiert war. Dad hat versucht, ihn einzuschüchtern und hat ihm die Wahl gelassen. Entweder er hört auf, sie zu suchen, oder er wird alles verlieren. Dominik hat noch in derselben Nacht das Haus verlassen. Er sagte, dass er nicht zurückkommen werde, bevor er unsere Mutter gefunden hätte. Zum ersten Mal spürte Stefan eine Art Bewunderung Mann, den er so lange gehasst hatte. Dominik hatte seinem grausamen Vater die Stirn geboten. Einem Mann, den viele fürchteten und auf sein Erbe verzichtet, um nach seiner Mutter zu suchen. Er wollte nichts Gutes über Dominik erfahren. Trotzdem spürte er ihm gegenüber Respekt. Was ist passiert, nachdem Dominik gegangen war? wollte Stefan wissen. Sein Herz klopfte schmerzhaft in seiner Brust. Bitte sagt mir, dass es besser wurde. Wie soll ich mit so viel Wut gegenüber einem Mann leben, der leider schon tot ist? Unser Familienanwalt Thomas kam zu zu uns schmerz hat. Er versprach ihm, dass er sich ohne Vorwarnung an ihm rächen würde, wenn er nicht auf seine Worte hörte. Aber er hat dich dort gelassen? Stefan bemühte sich, trotz seiner Wut, die Einzelheiten zu verstehen. Ja, flüsterte sie. Du musst so viel Angst gehabt haben, sagte er mit belegter Stimme. Er zog sie an sich und atmete schwer in ihr Haar. Sie war zu sehr in ihren Gedanken verloren, um sich zu wehren. Zunächst schon, doch mein Vater hat danach nie wieder seine Stimme gegen mich erhoben. Irgendetwas in ihm ist in diesem Jahr gestorben. Es gab keine schlechten Zeiten mehr, jedoch auch keine guten. Ich habe sogar einmal versucht, seinen Zorn auf mich zu ziehen. Ich dachte, wenn er mich schlagen würde, dann würde er mich dabei wenigstens ansehen. Doch er hat mich einfach ignoriert. Ich wollte so sehr, dass er mich sieht. Stefan schob ihren Kopf unter sein Kinn und spürte ihre Tränen durch den dünnen Stoff seines Hemdes. Ich wünschte. Er stöhnte und vergrub sein Gesicht in ihren Haaren. Wenn er das gewusst hätte, wäre er netter zu ihr gewesen, als sie zu ihm gekommen war, um ihn um Hilfe zu bitten. Er hätte sie vor sieben Jahren auch nicht gleich als Schwindlerin abgestempelt. Das wusste ich nicht, Nicole. Hätte ich das gewusst? Nicole hob den Kopf und legte ihm tröstend eine Hand auf die Wange. Ihr Gesicht war tränen nass und ihre Augen dunkel vor Emotionen. Es hätte nichts geändert. Ich hätte meinen auch geliebt. Als das Gerücht umging, dass meine Mutter gestorben war, wurde Dominik besessen davon, alles zu zerstören, was mein Vater aufgebaut hatte. Aufgrund seiner ständigen Attacken auf unseren Vater habe ich Dad immer mehr in Schutz genommen. Verrückt, oder? Ich habe ihn gehasst, aber ich dachte, dass er mich brauchen würde. Dominik hätte eigentlich mein Held sein sollen, weil er ihm nur getan. Weil er dann Vater war. Nicole schüttelte traurig den Kopf. Ich bin nicht traurig, dass er tot ist. Also kann man mich nicht gerade als liebevolle Tochter bezeichnen. Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Vielleicht kann ich jetzt ein neues Leben beginnen. Ich habe es so satt, wütend oder verängstigt zu sein. Ich will meine Zeit mit aufrichtigen, warmherzigen Menschen verbringen. Meine Kindheit kann ich nicht ändern, aber ich kann bestimmen, wer heute Teil meines Lebens ist. Sie streichelte Gedanken verloren seine Wange. Menschen wie du und deine Familie. Gute Menschen. Ihre Worte trafen ihn bis ins Mark. Bestimmt nicht wie ich. Vielleicht war er früher einmal der Mann gewesen, den sie in ihm sah, doch das war lange vorbei. Er ließ sie los. Es ist spät, Nicole. Lass uns schlafen. Nicole runzelte besorgt die Stirn. Habe ich was Falsches gesagt? Stefan schaltete das Licht auf seinem Nachttisch aus. Nein, ich bin einfach nur müde. Er drehte sich auf die Seite, das Gesicht von ihr abgewandt. Okay, sagte sie langsam und mit gekränkter Stimme. Sie drehte sich auf ihre Seite des Bettes. Stefan wartete, bis ihr Atem gleichmäßig war und sie offensichtlich schlief. Dann stand er auf und setzte sich auf einen Sessel in einer Ecke des Raums. Er beobachtete sie und ein Gefühl der Schuld legte sich schwer auf seine Schultern. Er hatte nicht das Recht, mit ihr zu schlafen, wenn sie so offen und ehrlich zu ihm war. Nicht, wenn er genau wusste, dass sie ihm niemals verzeihen würde, was er ins Rollen gebracht hatte. Sie hatte so viel ausgehalten und erlebt. Es war ein Fehler gewesen, mit ihr nach Kalifornien zu kommen. Nicole den Rest des Wochenendes etwas vorzumachen, würde ein noch größerer Fehler sein. Morgen früh würde er sagen, dass er einen Anruf aus New York erhalten hatte und wegen eines Notfalls in der Firma sofort zurückfliegen müsste. Bei ihrer Rückkehr würde Stefan Corise Limited sofort zurück an Nicole überschreiben und bekannt geben, dass sie ihre Verlobung aufgelöst hätten. Je schneller er sie aus seinem Leben verbannte, desto besser war es für sie beide. Ein perfekter Plan mit nur einem einzigen Fehler. Stefan lehnte sich im Sessel zurück und schloss resigniert die Augen. Ich liebe sie. Am Sonntagmorgen saß Nicole allein an Stephens Küchentisch. Gestern waren sie unerwartet nach New York zurückgeflogen, damit er sich um einen Notfall in der obersten Führungsebene kümmern konnte. Er hatte sie mit seiner Limousine ins Penthouse bringen lassen und war dann direkt ins Büro gefahren. Bis nach Mitternacht hatte sie auf ihn gewartet. Doch er war nicht zurückgekehrt. Jetzt saß sie allein am Frühstückstisch, den sie für sie beide gedeckt hatte. Ihr Fahrer rief sie von unten an, doch anstatt herunter zu gehen, bat sie ihn herauf. Als er durch die Tür trat, blickte er ungläubig auf ihren Schlafanzug und sagte, heute geht's also nicht vor die Tür? Nein. Boykottieren sie die Dusche auch? Vielleicht. Möchten sie einen Kaffee? Sie zeigte auf die Tasse, die unberührt auf Stephans Platz stand. So schlimm? fragte Jeff und setzte sich zu ihr an den Tisch. Nicole zog beide Füße auf den Stuhl und umschlang ihre Beine. Ich hab's in Kalifornien ordentlich vermasselt. Jeff nahm eine Gabel und stocherte damit einen Moment in Stephans Rührei herum, bevor er sie sich in den Mund steckte. Was heißt vermasselt? Alles lief so gut. Seine Freunde waren toll. Wir haben uns wieder angenähert. Wir haben uns geküsst. Es war der beste Kuss, den ich jemals hatte. Ich hatte schon vorher Sex, aber das... Jeff unterbrach sie. Erzählen Sie mir einfach, wie Sie es vermasselt haben, okay? Ich habe ihm von meiner Familie erzählt. Und? Und er hat auf dem Rückflug kaum mit mir geredet. Er ist gestern Abend nicht nach Haus gekommen. Ich wollte ihn nicht anrufen, weil er mir gesagt hat, dass er Probleme auf der Arbeit habe. Aber? Aber das glaube ich ihm nicht. Er sah gestern wirklich elend aus. Er war wirklich betroffen, als ich ihm meine Geschichte erzählt habe. Doch danach hat er mir nicht mehr in die Augen schauen können. Keine Ahnung, was das bedeutet. Jeff trank einen Schluck vom das ist entweder ein gutes Zeichen oder ein ziemlich schlechtes. Nicole lächelte beinahe. Wow, Sie sind mir eine wahre Hilfe. Jeff schob seinen Stuhl zurück und stand auf. Ich bin kein Hellseher, wenn es das ist, was sie sich erhofft haben. Wenn sie unbedingt wissen wollen, was er denkt, dann gibt es nur einen Weg, es heraus zu finden. Nicole stand auf. Ich bin so verzweifelt, dass ich fast alles tun würde. Ja? Fragen Sie ihn. Ich warte unten, wenn Sie mich brauchen. Er schloss leise die Tür hinter sich. Eine Stunde später, in Leggings, T-Shirt und Turnschuhen, trat Nicole aus dem Haupteingang des Apartmentgebäudes. An der nächsten Straßenecke war ein kleines Café. Die Sonne schien. Vielleicht komme ich bei einem Spaziergang auf klare Gedanken. Anstatt das Thema ständig zu umgehen, um Steffen nicht zu verärgern, sollte sie ihn einfach fragen. Liebe ist nur möglich, wenn du bereit bist, dafür zu kämpfen, hatte Maddy es nicht genauso gesagt. Warum akzeptiere ich ihn zu verärgern? Steffen ist nicht mein Vater. Er würde mir nie wehtun. Nach ein paar Metern kam eine Frau, die ihr irgendwie bekannt vorkam, direkt auf sie zu. Gedanken verloren ging Nicole an ihr vorbei. Nicole? Entschuldigen Sie, kennen wir uns? Mein Name ist Abby Dartley. Wir haben uns schon mal gesehen, bei der Testamentseröffnung. Nicole hielt den Atem an. Ach ja, Sie sind die neue Verlobte meines Bruders. Herzlichen Glückwunsch, wenn man das so sagen kann. Die Frau trug eine schlichte, jedoch sündhaft teure Hose und dazu eine konservativ geschnittene Bluse. Zwei Männer, die neben einer Limousine auf der anderen Straßenseite standen, beobachteten jeden ihrer Schritte. Abby schien ihre Anwesenheit nicht zu stören. Es hatte anscheinend nicht lange gedauert, bis sie können wir irgendwo hingehen und reden, fragte die Frau. Nicole schaute auf ihre Uhr. Warum eigentlich nicht? Der Tag kann unmöglich noch schlimmer werden. Ich wollte mir gerade einen Kaffee holen. Sie können mich begleiten, wenn sie wollen. Abby ging neben ihr her. Dominic hat versucht, sie anzurufen. Ich weiß. Als sie im Café waren, schwiegen sie, bis sie ihren Kaffee in den Händen hielten und sich, vor neugierigen Augen und Ohren geschützt, an einen Ecktisch gesetzt hatten. Abby schien es nicht eilig zu haben, die peinliche Stille zwischen ihnen zu brechen. Schließlich sagte Nicole, nun sagen sie schon, warum sie hier sind. Was will Dominic von mir? Abby ließ sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, wie Nicole es erwartet hatte. Ihr Bruder macht sich wirklich Sorgen um sie. Nicole schaute auf ihren Kaffee. Sagen sie ihm, dass das nicht nötig ist. Er liebt sie Nicole. Vielleicht kann er es nicht so gut zeigen, aber Nicole blickte Abby scharf in die Augen. Wie lange kennen sie ihn? Einen Monat? Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben lang. Er sorgt sich nur um eine Sache, nämlich um sich selbst. Das stimmt nicht. Er hat sie im Stich gelassen. Er weiß das und er würde alles dafür geben, wenn er es wieder gut machen könnte. Das hat er ihnen gesagt? Dass er mich im Stich gelassen hat? Glaubt er etwa, dass eine Entschuldigung seine Taten einfach so ungeschehen macht? Erst hat er mich verlassen, genau wie meine Mutter, und als ich dachte, dass ich eine Familie gefunden habe, die sich um mich sorgt, hat er mir die auch noch genommen. Ich wette, diesen Part hat er ihnen nicht erzählt. Nicole spuckte die Worte förmlich aus. Abby zuckte jedoch nicht zurück. Ihre Stimme war leise und hatte einen beruhigenden Unterton, gegen den sich Nicole verzweifelt wehrte. Doch hat er, und er ist auf beides nicht gerade stolz. Er war erst siebzehn, als ihre Mutter sie verlassen hat. Sie können ihn nicht für eine Entscheidung hassen, die er vor fünfzehn Jahren getroffen hat. Und was ist mit der Andrade-Familie? Musste er unbedingt ihr Unternehmen schlucken? Ihnen die Insel stehlen? Musste er dieses Monstrum von einer Villa darauf bauen und das Erbe der Familie mit Füßen treten? Hat er das etwa aus Liebe zu mir getan? Nein, sagte Abby traurig. Ich wette, er weiß nicht einmal selbst, warum er das getan hat. Er hat aus Eifersucht gehandelt und einen großen Fehler gemacht. Er ist stur und stolz, aber er würde ihnen nie absichtlich wehtun. Geben sie ihm wenigstens die Gelegenheit, sich bei ihnen zu entschuldigen. Er hatte fünfzehn Jahre Zeit dazu. Es ist ein wenig spät, meinen ich will das alles endlich hinter mir lassen. Nicole stand auf. Abby stand ebenfalls auf und sah so aus, als würde sie Nicole umarmen wollen. Es ist nur verständlich, dass sie so fühlen, Nicole. Aber Dominic ist für sie da, wenn sie ihn brauchen. Wir beide sind für sie da. Ein Anruf und sie werden sehen, dass er alles für sie tun würde. Nicole schmist ihren halbvollen Kaffeebecher in den Abfalleimer. Ihr Magen schmerzte von Nervosität. Auch wenn ich es goldig finde, dass sie hergekommen sind, um für ihn zu kämpfen, ich habe kein Verlangen danach, ihn jemals wiederzusehen. Sie können ihm ausrichten, dass ich ihn von jeder Schuld freispreche, die er aus unserer Kindheit mit sich herumträgt. Ich hasse ihn nicht mehr, aber ich brauche ihn auch nicht in meinem Leben. Verstehe, wir werden trotzdem hier in New York bleiben. Wir werden nirgendwo hingehen. Sie überreichte Nicole einen Zettel mit einer Telefonnummer. Rufen Sie mich an, wenn Sie Ihre Meinung ändern sollten. Nicole nahm den Zettel. Warum ist Ihnen das so wichtig? Was springt für Sie dabei heraus? Abys Augen füllten sich mit Tränen. Hoffentlich eine zweite Schwester. Mit diesen Worten verließ sie das Café. Am Sonntagabend blieb Nicole auf, um auf Stefan zu warten. Sie mussten reden. Sie hatte ein paar Entscheidungen getroffen, die sie beide betrafen. Nachdem sie das Café verlassen hatte, hatte Nicole einen langen Spaziergang durch den Central Park gemacht. Die frische Luft und die Sonne hatte sie kaum bemerkt, als sie sich durch die Menschenmengen gedrängelt hatte, die den warmen Sommertag ebenfalls genießen wollten. Bevor sie zurückgegangen war, hatte sie am Belvedere Castle angehalten, um auf den Turtle Pond zu schauen. Sie und Dominic waren als Kinder oft hierher gekommen. Jedes Mal, wenn ihr Vater geschäftlich in der Stadt zu tun hatte, hatte ihre Mutter sie mit an diesen Ort genommen. Die Korisis hatten ebenfalls keine Kindermädchen gehabt, auch wenn dies weniger noble Gründe hatte, als bei den Andrades. Selbst die Putzfrauen wurden stets so ins Haus bestellt, dass sie die Familie nicht zu Gesicht bekamen. Kindermädchen hätten einfach zu viel gesehen. Nicole hatte als Kind auf den Felsen hinter dem Schloss gespielt und vorgegeben, dass sie eine Prinzessin war, die von einem bösen Drachen in einem Verlies gefangen gehalten wurde. In ihrer gemeinsamen Fantasiewelt hatte Dominique den Drachen jedes Mal getötet und sie gerettet. Ist es das, was ich ihm vorhalte? Dass er letztendlich kein Held war, sondern nur ein Mann und die einzige Familie, die mir noch bleibt. Sie hatte George und die anderen gern und sie war froh, dass sie ihre Zuneigung erwiderten, aber sie waren nicht ihre Familie. Die Andrades bedeuteten für sie das Idealbild einer Familie, doch sie gehörte nicht dazu. Noch nicht, vielleicht nie. Egal, was zwischen ihnen passiert war, Dominique war immer noch ihr Bruder. Abby hatte ihr gesagt, dass er sie liebte und Nicole begann langsam daran zu glauben. Er hatte sie nach der Testamentsverlesung jeden Tag angerufen und nicht aufgegeben, obwohl sie ihn beharrlich ignoriert hatte. Was, wenn Abby recht hatte und er alles zutiefst bereute? Konnten sie den Schmerz hinter sich lassen und ihre Familie wieder vereinen? Oder war es dafür zu spät? Nicole sprang auf, als sie die Tür hörte. Stefan war zu Hause. Er würde nicht mögen, was sie ihm zu sagen hatte, aber vielleicht war es genau das, was er brauchte. Komplette Aufrichtigkeit. Sie wollte ihn nicht mehr zu irgendetwas überlisten, was er vielleicht gar nicht wollte. Sie wollte nicht länger vor ihm verbergen, was sie empfand. Wenn wenn nicht reden konnten, wirklich reden, dann hatten sie nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Sie trat ihm im Flur entgegen, während er das Jackett auszog und die Krawatte löste. Er sah aus, als hätte er seit ihrer letzten Begegnung nicht mehr geschlafen. Du bist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen, sagte sie und versuchte so neutral wie möglich zu klingen. Ja. Er fuhr sich mit einer Hand durch das zerzauste Haar. Tut mir leid, ich musste ein paar Dinge erledigen. Wirklich? fragte sie und folgte ihm ins Wohnzimmer. Das glaube ich dir nicht. Er drehte ihr immer noch den Rücken zu. Dräng mich nicht, Nicole. Sie trat vor ihn und schaute ihm direkt in die Augen. Doch, ich werde dich drängen. Ich habe das Recht zu erfahren, was passiert ist. Ich dachte, wir wären Freunde gewesen, bevor wir nach Kalifornien geflogen sind. Wir sind uns im Haus der Allans näher gekommen, nicht nur körperlich. Was ist also passiert? Warum schaust du mich nicht mehr an? Warum kannst du es nicht einfach gut sein lassen? Seine Stimme wurde mit jedem Wort lauter. Nicoles Körper erstarrte, doch die Angst stellte sich nicht ein. Das war nicht ihr Vater. Sie hatte nichts zu befürchten. Trotzdem musste sie erkennen, dass sie selbst dafür verantwortlich war, wie man sie behandelte. Erhebt deine Stimme nicht gegen mich, Stefan. Ich lasse mich nicht anschreien. Seine Hände ballten sich zu Fäusten. Ich würde dich nie schlagen, Nicole. Ich weiß, sagte Nicole sanft. Sie glaubte ihm. Seine Familie war laut, aber nicht gewalttätig. Sie ging einen Schritt auf ihn zu. Ich vertraue dir, Stefan. Er trat zurück. Bitte nicht. Ich bin nicht der Mann, für den du mich hältst, Nicole. Ich wünschte, es wäre so. Ich wollte nur Sex mit dir. Das ist alles. Das ist alles, was je zwischen uns sein kann. Seine Hände waren so verkrampft und seine Augen so voller Emotionen, dass Nicole ihm kein Wort glaubte. Wenn er die Wahrheit sagte und sie ihm wirklich nichts bedeutete, warum sah er dann so gepeinigt aus? Ich habe in Kalifornien gemerkt, dass wir es bei einer reingeschäftlichen Angelegenheit belassen sollten, Nicole. Sex würde die Sache nur unnötig verkomplizieren. Nicole ging erneut auf ihn zu. So muss es aber nicht sein, Steffen. Seine blauen Augen blitzten vor Wut auf etwas, was er ihr nicht sagen wollte oder konnte. Doch das muss es. Warum schaust du mich nicht an? Es gab zu diesem Thema nichts mehr zu sagen, sodass ihr das Thema wechselte. Ich habe meinen Bruder angerufen. Steffens Kopf fuhr hoch. Warum? Ich muss das tun, auch wenn ich dich jetzt zum zweiten Mal verlieren werde. Nicole faltete die Hände vor dem Bauch. Ich werde ihn morgen im Haus meines Vaters treffen. Ich kann nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, ihn dafür zu hassen, was er unserer Familie angetan hat. Steffen schwieg und schüttelte fast unmerklich den Kopf. Keine Angst, das wird nichts in unserer dass wir nicht wirklich verlobt sind. Du wirst dein Patent bekommen. Ich will das Patent nicht, entgegnete er scharf und wandte sich erneut von ihr ab. Aber dafür hast du doch das alles hier getan, oder? Natürlich auch, weil ich Maddie geholfen habe, aber vor allem wolltest du doch von dem Konvertierungsprogramm profitieren. Sie legte eine Hand auf seinen Rücken und forderte ihn damit wortlos auf, sich umzudrehen. Seine Muskeln zuckten unter ihrer Berührung. Geh und triff deinen Bruder Nicole, sagte er und ging ein paar Schritte weg von ihr. Bevor sie ihm weitere Fragen stellen konnte, zog er sich in sein Zimmer zurück und schloss die Tür hinter sich. Am Montagmorgen frühstückte Nicole erneut allein, bevor sie Jeff anrief und den Bad, sie zum Haus ihres Vaters zu bringen. Sie hatte mehrere Orte in Erwägung gezogen, an denen sie sich mit ihrem Bruder treffen könnte. Schließlich hatte sie sich dazu entschlossen, dorthin zurückzukehren, wo alles begonnen hatte. Nicole hatte gerade die Eingangstür zur riesigen Eingangshalle der Villa geöffnet, als Dominics Limousine die Zufahrt heraufkam und hinter ihrer parkte. Sie sah, wie er ausstieg und Abby seinen Arm anbot. Er sagte etwas zu ihr, was sie wohl auf das, was nun passieren würde, vorbereiten sollte, und beugte sich sanft zu ihr, um sie zu küssen. Er liebt sie. Er liebt sie wirklich. Nicole trat ins Haus und wartete im Foyer auf sie. Nach einem langen Moment unerträglicher Stille sagte Nicole, Danke, dass du gekommen bist. Hast du etwa gedacht, ich würde den Schwanz einziehen? fragte Dominic grob. Abby schlüpfte unter seinen Arm und umarmte ihn. Sie war ein willkommener Stoßdämpfer. Nicole und Dominic waren noch nie gut darin gewesen, Smalltalk zu führen. Nicole bot ihm einen Waffenstillstand an. Ich hätteste nicht verübeln können. Abby schaute auf die Kisten, die sich in den angrenzenden Zimmern stapelten. Siehst du aus? Ja. Ich habe mich dazu entschlossen, das Haus und seinen gesamten Inhalt zu versteigern. Wenn du also irgendetwas willst, Dominic, dann solltest du es dir nehmen. Das Auktionshaus schickt jemanden vorbei, um die Sachen schätzen und katalogisieren zu lassen. Sie wollen wissen, ob wirklich alles weg soll. Dominic machte ein finsteres Gesicht. Es gibt hier nichts, was ich haben einen Moment und fügte dann hinzu, ich werde die Einnahmen einer Einrichtung für misshandelte Kinder spenden. Das ist eine wundervolle Idee, sagte Abby. Es schien mir angemessen. Ich habe mich dazu entschlossen, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Dominic, der starke, skrupellose Dominic, wurde rot und schaute sie mit glänzenden Augen an. Er trat auf Nicole zu, schien sich dann jedoch eines Besseren zu besinnen und blieb stehen. Es tut mir so leid, Nicole. So leid, dass ich dir nicht der Bruder war, den du gebraucht hast. Nicole klatschte in die Hände und versuchte verzweifelt die Fassung zu wahren. Er hat uns beiden Schaden zugefügt, Dominic. Dominic, der noch nie guterin gewesen war, Schwäche zu zeigen, erklärte, ich möchte es wieder gut machen, ich muss es wieder gut machen. Nicole verstand langsam. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, Dominic, aber vielleicht können wir beide heilen, wenn ich genau das akzeptiere. Die Vergangenheit liegt hinter uns, wir sollten sie zusammen mit Dad begraben. Und was wird dann aus uns? fragte er, fast demütig. Keine Ahnung, ich miteinander reden würden. Es war zu früh für eine Umarmung. Sie schauten sich lediglich in die Augen und akzeptierten, dass sie beide und gleichzeitig keiner von ihnen für die Situation verantwortlich waren. Ich hätte zu dir zurückkommen sollen, Nicole. Die Worte fielen ihm schwer. Und ich hätte gehen sollen, sobald ich alt genug war. Wir können die Fehler nicht ändern, die wir begangen haben. Jemanden zu lieben bedeutete, demjenigen zu vergeben, dass er nicht perfekt war. Doch Nicole erkannte, dass es auch bedeutete, sich selbst zu vergeben. Dominic machte mit entschlossenem Gesichtsausdruck einen weiteren Schritt auf Nicole zu. Nein, aber wir können verdammt nochmal dafür sorgen, dass wir diese Fehler nicht wiederholen. Nicole, du darfst Stefan nicht heiraten. Wumms. Die Tür, die sich gerade erst zwischen ihnen geöffnet hatte, war mit einem Schlag wieder zugeschmissen worden. Nicole wandte sich ab. Lass Stefan aus dem Spiel. Dominic stellte sich vor sie. Ich weiß, dass du das nicht hören willst, aber was auch immer er dir gesagt hat, wie auch immer er dich davon überzeugt hat, seinen Antrag anzunehmen, er benutzt dich nur. Ich weiß nicht, was er sich davon verspricht, aber er lügt. Dominic, das wissen wir nicht genau, mischte Abby sich ein. Dominic knurrte. Du vielleicht nicht, ich aber schon. Er benutzt sie, um an mich heranzukommen. Der Funken Wut in ihrem Magen wurde zu einem lodernden Feuer. Nicole trat direkt vor ihren Bruder. Ihre Stimme zitterte vor Emotionen. Bei meiner Beziehung zu ihm geht es also nur um dich, Dominic? Es ist unmöglich, dass es mal um mich geht, nicht wahr? Er kann mich gar nicht lieben? Alles muss sich immer um den großen Dominic Corisi drehen? Das habe ich nicht gesagt, Nicole. Ich will einfach nur nicht, dass er dir wehtut. Mir wehtut? Stefan hat mich gerettet. Und weißt du was? Unsere Verlobung ist noch nicht einmal echt. Er hat mir lediglich einen Gefallen getan. Stell dir nur vor. Er mag mich so sehr, dass er mir nicht nur geholfen, sondern auch sein ganzes Geld und sein Ansehen aufs Spiel gesetzt hat. Für mich. Und was hat er als Gegenleistung erwartet? Nichts. Weil er anders ist als du, Dominic. Er spielt nicht nach deinen Regeln. Er ist ein guter Mann, ein anständiger Mann. Tränende Wut liefen ihr über die Wangen. Ich Dominics Gesicht wurde rot vor Zorn. Ja, weil du ihn nach deinen Standards beurteilst. Aber er ist nicht wie du. Er steht zu seiner Familie und seinen Freunden. Nach all dem, was du ihm angetan hast, uns angetan hast, hat er mir geholfen, als ich ihn darum gebeten habe. Also untersteh dich, über ihn zu richten. Dominics Handy klingelte. Er hob ab und sagte Was ist so viel für mich? Nichts. Darum können wir uns ein andermal kümmern. Noch mehr Lügen? Wie sollen wir die Vergangenheit hinter uns lassen, wenn wir immer noch nicht ehrlich zueinander sein können? Abby stellte sich nun zwischen Nicole und die Tür. Ich muss Dominic diesmal recht geben, Nicole. Nicht heute. Ein roter Schleier nahm ihr Wer zum Teufel ist in der Limo? Wer Dominic? Nicole drängte sich an Abby und Dominic vorbei und rannte die Steinstufen zu den Fahrzeugen hinunter. Vor Dominics Limousine blieb sie stehen. Die Lügen haben heute ein Ende. Sie öffnete die Tür und schlug sie genauso schnell wieder zu. Bring mich sofort von hier weg, Jeff, sagte Nicole, als sie endlich in ihrer eigenen Limousine saß. Er gab Gas und drückte auf den Türöffner für das Eingangstor. Obwohl er vorwärts fuhr, blieb sein Blick im Rückspiegel auf der Szene haften, die sich hinter ihnen abspielte. Sind sie sicher? Denn da laufen gerade mehrere Leute hinter uns her, sogar eine ältere Frau. Nicole hielt beide Hände auf ihren Bauch gepresst. Absolut sicher. Diese Frau ist meine längst verstorbene Mutter. Wenn sie nicht wollen, dass ich vollkommen den Verstand verliere, dann beeilen sie sich gefährlichst. Er trat erneut aufs Gas. Sind sie sicher, dass das ihre Mutter und keine Cousine oder ein Zwilling war? Nein, das war meine Mutter. Das weiß ich einfach. Oh Gott, meine Mutter lebt noch. Ich sollte eigentlich froh sein, oder? Ich meine, sie ist nicht herausgefunden, dass sie vor mehr als zehn Jahren in Italien gestorben sei. Warum sollte er mich anlügen? Jeff unterbrach sie im vernünftigen Ton. Die Antwort darauf würden wir bekommen, wenn wir umdrehen und sie fragen. Nicole brach in ein wütendes Gelächter aus. Meine Mutter ist nicht tot. Meine Mutter ist nicht tot. Sie wiederholte die Worte immer wieder in ihrem Kopf, bis sie plötzlich etwas anderes realisierte. Und sie hat mich im Stich gelassen. Ich habe sie mehr gemocht, als sie noch tot war. Sie fuhren vom Gelände und Jeff beeilte sich, um eventuelle Verfolger abzuschütteln. Doch niemand folgte ihnen. Wo soll ich hinfahren? Es gab nur einen Ort. Bringen Sie mich zu Stephans Bürogebäude. Jeff blickte sie im Rückspiegel Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Die kalte Wut in ihrem Magen ließ keinen Widerspruch zu. Sie musste es wissen. Dominic behauptet, dass Stefan einen anderen Grund dafür hatte, mir zu helfen. Einen Grund, der nichts mit mir, sondern nur mit seiner Rache an Dominic zu tun hat. Und Sie glauben, dass er es ihnen einfach so sagen wird? Nicole verschränkte aus diesem Mistkerl herausprügeln muss. Nicole muss ziemlich gut im Bett sein, denn du, mein Freund, scheinst langsam den Verstand zu verlieren. Lass Nicole daraus, laffte Stefan. Kannst du den Virus entfernen? Es ist mir egal, wie viel es kostet. Ist der Prozess reversibel? Ich glaube, du hast mich nicht ganz verstanden. Ich will ihn nicht entfernen. Ich habe dieses System infiziert, um in der Welt der anonymen Hacker. Ich habe keine Lust, den Spott der Leute auf mich zu ziehen, wenn ich mich erneut in das System hacker und alles wieder rückgängig mache. Das ist kein Spiel. Es gibt hier keinen Ausschalter. Die Dinge haben sich geändert. Ich kann das nicht mehr durchziehen. Für mich hat sich nichts geändert. Wenn Dominik nächsten Monat seine Software hochlädt, ausgesorgt haben. Das kann ich nicht zulassen. Es ist zu spät, Stefan. Die Sache ist durch und ich werde nicht scheitern, nur weil dein Schwanz dein schlechtes Gewissen ausgegraben hat. Wenn ich erwischt werde, wirst du dafür bezahlen. Ich bin nur ein kleiner Fisch in diesem Drama. Auf wen wird sich die Presse deiner Meinung nach wohl stürzen? Auf irgendeinen Computerfreak, den keiner Behörde enden und Software Schwachstellen suchen, während du im Gefängnis verrottest. Ruf mich nicht nochmal an. Dann war die Leitung tot. Stefan schaute in den Spiegel, der an der gegenüberliegenden Wand hing, und hasste, was er sah. Wie hatte er es nur so weit kommen lassen können? Wann hatte sich sein Engagement für die Umwelt und für seine Familie in dieses Horrorszenario verwandelt? Er war genau zu dem Mann geworden, den er zerstören wollte. Wenn Nicole sich doch nur als so durchtrieben und verachtenswert herausgestellt hätte, wie er es gedacht hatte, dann hätte er ihr nach der Geschichte einfach den Rücken kehren können. Aber nein, sie musste ja eine Frau sein, die ein Mann unbedingt beschützen wollte, sogar vor sich selbst. Sie hasste ihren Bruder nicht wirklich. Und das machte alles nur noch schlimmer. Nicole hatte von den ganzen Lügen die Schnauze voll, von den ewigen Spielchen. Entweder er liebte sie, oder er liebte sie nicht. Dazwischen gab es nichts. Sie stürmte in sein Büro. Ich liebe dich, sagte sie trotzig. Ich liebe dich, seit du mich vor sieben Jahren dazu gedrängt hast, mit dir auszugehen. Ich habe dich sogar geliebt, als ich dachte, dass du mich hasst. Und die letzten drei aber ich muss wissen, ob du mich anlügst, Stefan. Ist das hier nur ein krankes Spiel für dich? Liebst du mich? Oder willst du dich nur an meinen Bruder rächen? Ich muss die Wahrheit wissen. Ich verdiene die Wahrheit. Dominic glaubt, dass es nur um ihn geht. Sag mir, dass er Unrecht hat. Sie stand vor seinem Schreibtisch, atmete tief aus und wartete. Nicole und blickte sie voller Schuld in den Augen an. Du Arschloch, wann wolltest du es mir sagen? Er hob leicht die Schultern. Am Anfang waren dir meine Motive doch auch egal. Du hast mich genauso sehr benutzt wie ich dich. Und was hat unsere Verlobung dir gebracht? Er wollte gerade etwas erwidern, doch sie unterbrach ihn. Nein, ich meinen Bruder hat den ganzen Lügen. Ich kann diese ganzen Lügen nicht mehr ertragen. Nicole ich Was? Willst du mir jetzt etwas sagen, dass du mich auch liebst? Sie lachte auf. Warum eigentlich nicht? Sag es! Egal, wenn es nur gelogen ist. Anscheinend kenne ich niemanden, der mir die Wahrheit sagt. Sie machte auf dem Absatz Kehrt, um zu gehen. Er überholte sie und versperrte ihr den Weg. Wohin willst du? fragte er. Keine Ahnung und tu bitte nicht so, als ob es dich interessiert. Als er seine Hand nach ihr ausstreckte, wich sie ihm aus und blaffte, fass mich nicht an, fass mich nie wieder an. Ohne eine Träne zu vergießen, ging Nicole aus seinem Büro, fuhr mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und rannte aus dem Gebäude, wo Jeff und die Limousine auf sie warteten. Sie hatte genug geweint. Wohin? fragte Jeff. Wollen Sie mich nicht fragen, wie es war? sagte sie müde. Jeff fuhr auf die Straße und schüttelte den Kopf. Nicht wirklich, nein. Nicole schlug mit der Hand auf den Sitz neben sich. Dominic hatte Recht. Es ging die ganze Zeit nur um ihren verdammten Konkurrenzkampf. Stefan hat mich nie geliebt. Ich bezweifle sogar, dass er mich überhaupt mag. Für die beiden ist das alles nur ein Spiel. Deswegen hat Dominic mich wahrscheinlich auch die ganze Zeit angerufen. Er wollte gewinnen. Und diesmal war ich der Preis. Je mehr sie darüber nachdachte, desto wütender wurde sie. Sie glauben doch, sie wissen alles, nicht wahr? War das alles wirklich nur ein Wettkampf zwischen zwei aufgeblasenen Egos? Na, haben sie mir nichts zu sagen, Jeff? Wo bleibt ihr guter Rat? Jeff ließ die Schultern sinken. Tut mir leid, dass es so gekommen ist, Nicole. Das ist alles. Es tut mir einfach nur leid, dass sie das durchmachen müssen. Nicole lehnte sich zurück. Es war nicht seine Schuld. Mir auch, Jeff. Mir auch. Wo ist mein Vater? fragte Stefan seinen Onkel, der ihm entgegen geeilt kam, nachdem das Personal ihn angekündigt hatte. Alessandros Lächeln wich einem besorgten Blick. Er hielt sich jedoch mit Fragen zurück. Victor liest in meinem Arbeitszimmer seine Zeitung. Stefan wollte an ihm vorbei, doch die Stimme seines Onkels hielt ihn auf. Stefan, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Als wenn ich seine Unterstützung verdienen würde. Ich weiß, danke, sagte Stefan, ohne sich umzudrehen. Victor lehnte sich in seinem Ledersessel zurück und faltete seine Zeitung zusammen, als er Stefans Schritte im Flur hörte. Sein Vater fühlte sich in Alessandros Haus genauso wohl wie in seiner Villa in Italien und war stolz darauf, dass sein Bruder sich ebenfalls in beiden Heimen wie zu Hause fühlte. Stefan blieb schüchtern vor dem Sessel seines Vaters stehen, unfähig ihm in die Augen zu schauen. So hatte er seit seiner Kindheit nicht mehr vor seinem Vater gestanden. Nicht seit er damals das Autofenster eines Gastes mit einem Ball zerschmettert hatte. Doch das hier war schlimmer. Viel schlimmer. Dad, ich muss mit dir reden. Er musste seinem Vater nicht sagen, wie ernst die Sache war. Was ist los? Nicole, habt ihr euch gestritten? Stefan schaute seinem Vater in die Augen und schüttelte traurig den Kopf. Ich wünschte, es wäre nur das, Dad. Ich werde dir jetzt etwas sagen, was deine Meinung über mich grundlegend ändern wird. Ist du sicher, dass du es mir sagen musst? Victor legte seine Zeitung neben dem Sessel auf den Boden. Ich muss es jemandem sagen. Victor stand auf und legte eine beruhigende Hand auf Stefans Schulter. Es ist nie so schlimm, wie man zunächst glaubt. Oh doch, diesmal schon. Ich habe einen Hacker beauftragt, einen Virus auf Dominic Corizis Server in China hochzuladen. Ich habe meine Beziehungen spielen lassen, um seine Zugriffscodes zu bekommen. Victor lehnte sich geräuschvoll im Sessel zurück, sein Gesicht plötzlich verkniffen und blass. Ja, das habe ich mir gedacht. Es gab keine Entschuldigung für das, was er getan hatte, nur eine Erklärung. Ich war wütend, weil ich den Auftrag verloren habe und habe geglaubt, dass er es verdient hat. Sobald Dominic seine Software online stellt, wird er alles verlieren. Stefan, er hatte noch nie so viel Enttäuschung in der Stimme seines Vaters gehört, und es versetzte ihm einen Stich ins Herz. Wie konntest du das nur tun? Diese Frage habe ich mir auch schon tausend Mal gestellt. Stefan ging zum Fenster und schaute hinaus, hatte jedoch nur den enttäuschten Gesichtsausdruck seines Vaters vor Augen, der ihn für immer verfolgen würde. Ich weiß es nicht, Dad. Ich habe mich so aufs Gewinnen versteift, dass ich etwas getan habe, was absolut falsch ist. Weiß Nicole davon? Stefan versuchte gar nicht erst zu lügen. Sie weiß, dass ich sie benutzt habe, um mich an ihrem Bruder zu rächen, aber sie weiß nicht wie. Niemand weiß davon. Man wird die Sache nicht auf mich zurück führen können. Warum erzählst du dann davon Stefan? Er hatte erwartet, dass sein Vater wütend werden würde. Er hatte sich darauf vorbereitet. Doch er wusste nicht, wie er mit dem Bedauern in Viktors Stimme umgehen sollte, die immer noch die unerschütterliche Liebe zu seinem Sohn in sich trug. Weil ich gewonnen habe. Ich habe Dominik endlich geschlagen. Aber sein Vater kannte ihn zu gut. Ich kann nicht mit dem Wissen leben, dass ich Nicole damit verletzt habe. Sie musste schon so viele Lügen ertragen. Sie ist heute in mein Büro gestürmt und hat mir gesagt, dass sie mich liebt. Sie wollte wissen, ob ich sie verraten habe. Ich wollte ihr so gerne sagen, dass das nicht stimmt. Doch es stimmt. Ich habe versucht, die Sache rückgängig zu machen. Doch es ist zu spät. Ich bin nicht viel besser als der Rest ihrer Familie. Sie hat mich um Hilfe gebeten und ich habe sie ausgenutzt. Stefan drehte sich um und schaute seinem Vater in die Augen. So standen sich die beiden schweigend gegenüber, bis es Stefan nicht mehr aushielt. Sag etwas, Dad, irgendetwas, bat er. Der alte Mann rieb gedankenverloren sein Kinn, als wollte er einen alten Schmerz lindern. Ich wünschte, ich wüsste, was zu sagen ist. Ich wünschte, dass es nicht meine Schuld wäre. Stefan warf bei diesen Worten erschrocken den Kopf in den Nacken. Deine Schuld? Du trägst keine Schuld, du bist der Mann, der ich gerne sein würde. Sein stolzer Vater schüttelte traurig den Kopf. Nein, Stefan, wir haben alle unsere Fehler. Meine werden mir mit dem Alter immer klarer. Was redest du da, Dad? Du warst dein guter Sohn, Stefan. Als du noch jünger warst, hast du immer getan, was ich dir gesagt habe. Ich dachte, du würdest die Firma übernehmen, doch nach dem College bist du immer häufiger in Kalifornien geblieben. Weg von mir, der Familie, dem Geschäft. Dich haben nur deine Filme interessiert, die du mit deinen Freunden gedreht hast. Und ich habe darin keine Zukunft gesehen. Das ist schon okay, Dad. Das ist lange her, ist nicht mehr wichtig. Das Gesicht seines Vaters verzog sich vor Wut. Doch ist es. Ich hätte dich die Person sein lassen sollen, die du sein wolltest. Du warst glücklich mit deinem Leben. Vielleicht wärst du mit Nicole längst verheiratet, wenn ich mich nicht eingemischt hätte. Was meinst du damit? Die Wirtschaft ging immer mehr den Bach hinunter und ich war müde. Ich wollte in den Ruhestand gehen und dir war das Familienunternehmen egal. Also habe ich mich an Dominic gewandt. Andrade Solutions schrieb damals bereits rote Zahlen. Es lief nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Unsere halbe Familie hat für mich gearbeitet. Nicht wie heute, wo Alessandro sein eigenes Unternehmen leitet. Ich musste alle überreden, mich nach Amerika zu begleiten und ein ganz neues Leben anzufangen. Ich musste allen genug Geld geben, um diesen Neuanfang zu finanzieren. Das war ich meiner Familie schuldig. Also habe ich die Isola Santos mit in den Vertrag aufgenommen. Dominic hat sie uns nicht gestohlen. Ich habe sie ihm verkauft und den Erlös zwischen den Familien aufgeteilt. Stefan fuhr schockiert zurück. Warum Dad? Warum musstest du ausgerechnet zu Dominic gehen? Er konnte sich mein Unternehmen leisten und ich war wütend auf dich. Du hast dein Leben verschwendet. Du hast eine Frau gefunden, die die Familie vergötterte und sie behandelt wie ein billiges Flittchen. Ich wusste, dass es euer Ende bedeuten würde, wenn ich Dominic mit ins Spiel bringe. Er schaute zur Seite. Ich wollte, dass du endlich erwachsen wirst. Und ich habe die ganze Zeit Dominic dafür verantwortlich gemacht. Sein Vater schien plötzlich gealtert zu sein. Ich weiß. Ich dachte am Anfang, dass ein Widersacher dir gut tun würde. Und das klappte ja auch. Du bist zurück nach New York gezogen und hast innerhalb von wenigen Wochen deine eigene Computerfirma gegründet. Ich wusste damals noch nicht, wie sehr du und Dominic aneinander geraten würdet. Und als ich merkte, dass Nicole dir zu spät. Stefan wankte. Das änderte alles. Er war sieben Jahre von etwas besessen gewesen, was gar nicht existiert hatte. Dominic hatte ihm nichts gestohlen. Und was noch wichtiger war, Nicole war unschuldig. Was habe ich nur getan? Es tut mir leid, mein Sohn. Das ist alles meine Schuld. Nein, sagte Stefan. Er war ein besserer Mann, seit er mit Nicole zusammenlebte. Er konnte ihre Stimme in seinem Kopf hören. Du bist 31 Jahre alt, Stefan. Es wird Zeit, die Verantwortung für deine eigenen Fehler zu übernehmen. Du hast den Stein vielleicht ins Rollen gebracht. Aber ich hätte Nicole damals zuhören sollen, anstatt sie mit meinen Beschuldigungen vor den Kopf zu stoßen. Ich hätte diese verdammte Besessenheit Es ist meine Schuld. Ich habe es zu weit getrieben. Du liebst Nicole, nicht wahr? Die Wahrheit war der Situation angemessen, auch wenn sie wehtat. Ja, aber unsere Verlobung war nur vorgetäuscht der. Ich weiß, Alessandro hat es mir verraten. Woher wusste er es? Maddie, wenn ihr es alle wusstet, warum habt ihr dann mitgespielt? Es machte alles keinen Sinn. Nicole ist die Frau, die wir uns für dich wünschen. Sie hat ein Herz so groß wie Italien und jeder, der mit euch zusammen war, kann bestätigen, dass ihr beiden verrückt nacheinander seid. Stefan ließ resigniert die Schultern sinken. Sie ist weg, Dad. Ich habe versagt und sie verloren. Victor legte erneut eine Hand auf seine Schulter. Das hört sich nicht nach meinem Sohn an. Du hast noch nie etwas aufgegeben, was dir wirklich etwas bedeutet. Ihre Blicke trafen sich. Eine einfache Entschuldigung wird diesmal nicht reichen, Dad. Sein Vater nickte. Du hast recht. Wie viel willst du riskieren, um sie zurück zu gewinnen? Alles. Alles. Ich könnte für diese Tat im Gefängnis landen, Dad. Das ist wahr. Und deswegen kann ich dir auch keinen Rat geben. Ich werde dein Geheimnis nicht verraten, egal, wie du dich entscheidest. Stefan hielt seine Frage zurück. Die Antwort würde sowieso nichts ändern. Victor sah den verzweifelten Gesichtsausdruck seines Sohnes und fragte, was willst du wissen, Stefan? Warum schreist du mich nicht an? Warum sagst du mir nicht, dass ich alles vermasselt habe? Wir werden die Isola Santas nie zurückbekommen. Glaubst du wirklich, dass unser Familienerbe ein kleiner Fels im Ozean ist? Wie wir unsere Frauen, unsere Kinder, ja selbst unsere Feinde behandeln, Das ist unser Erbe. Du hast etwas getan, was du nicht hättest tun sollen. Doch du hast noch genug Zeit, es wieder gut zu machen. Ich will dich nicht hinter Gittern sehen, Stefan. Aber ich mache mir Sorgen um das, was aus dir werden könnte, wenn du das nicht wieder in Ordnung bringst. Stefan richtete sich auf. Ich muss verhindern, dass der Virus Dominics Server zerstört. Sein Vater nickte langsam. Stefan umarmte seinen Vater innig. Er hatte noch nie mehr Respekt vor ihm gehabt, als in diesem Moment. Alles Gute, was in Stefan noch geblieben war, verdankte er der Stärke und der Integrität des Mannes, ihn groß gezogen hatte. Wenn er diese Situation je überstand, dann würde er den Rest seines Lebens damit verbringen, seinem Beispiel zu folgen. Wo willst du hin? fragte sein Vater, als Stefan sich umdrehte. Stefan blieb im Türrahmen stehen, drehte sich jedoch nicht mehr um. Zu Dominik. Er ist der Einzige, der die Sache noch aufhalten kann. Als er den Raum verließ, hörte er, wie sein Vater sagte, das ist mein Sohn. Nicole saß im alten Lederstuhl hinter dem riesigen Mahagoni Schreibtisch ihres Vaters. Wie konnte es nur so weit kommen? Irgendwann muss ich doch mal glücklich gewesen sein. Sie erinnerte sich an die Zeit, bevor ihre Mutter sie verlassen hatte. Momente zwischen den Wutausbrüchen ihres Vaters, in denen sie ihn hier mit ihrer Mutter besucht hatte. Sie war so stolz auf ihren starken Vater gewesen. Er hatte seine Mitarbeiter herumkommandiert wie ein König, und dieser Stuhl war sein Thron gewesen, auf den er sie hatte hinaufklettern lassen, um über die Gegensprechanlage bei seiner Sekretärin ein Glas Milch zu bestellen. Nein, sie war nicht immer unglücklich gewesen. Doch diese Erkenntnis gab ihr nicht die Antworten, nach denen sie sich so verzweifelt sehnte. Warum war ihre Mutter zurückgekommen? Und wo war sie die ganze Zeit gewesen? Hatte Dominik es ernst gemeint, als er ihr sagte, dass er wieder Teil ihres Lebens sein wollte? Wie konnte ich mich in Steffen nur so täuschen? Nicole fuhr mit der Hand über die glatte Oberfläche des Schreibtischs, als eine neue Frage in ihr aufkam. Ist das das, was ich wirklich will? Sie hatte zwei Wochen lang das Unternehmen ihres Vaters geführt und gewartet, dass sich eine Art Euphorie einstellte. Doch es passierte nichts. Selbst bei der Aushandlung neuer Verträge und der Erarbeitung neuer Strategien konnte sie keine Genugtuung empfinden. Computer und Software Entwicklung interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Wie konnte ich mir nur so lange etwas vormachen? Nicole blickte sich im Büro ihres Vaters um und sah das Unternehmen plötzlich aus einer anderen Perspektive. Das hier war der Traum ihres Vaters nicht ihrer. Ich war so sehr damit beschäftigt den Erwartungen anderer gerecht zu werden dass ich mich nie gefragt habe was ich eigentlich will. Am Anfang hatte sie sich das Wissen über Computer angeeignet um die Liebe ihres Vaters zu gewinnen. Die Rettung des Unternehmens hatte sie aus Angst in Angriff genommen die wenigen Menschen nicht zu verlieren die ihr nahe standen nicht aus wirklichem Interesse für das Unternehmen. Sie nahm den Hörer ab und rief jemanden an dem sie vertrauen konnte jemanden der ihr immer zur Seite gestanden hatte. George was hältst du davon wenn wir einen neuen CEO wählen? Nein ich nehme keinen Urlaub ich wechsle den Beruf. Er schien nicht überrascht zu sein und hatte nur eine Frage. Was ich tun werde? Sie dachte an die Einrichtung für misshandelte Kinder und sagte Keine Ahnung aber es wird irgendwas gemeinnütziges sein. Dominic war nicht allein in seinem Büro. Der allgegenwärtige Jake war in ein Buch vertieft nah genug um dem Gespräch zu lauschen weit genug entfernt um sich daran zu beteiligen. Stefan trat mit der Entschlossenheit eines Mannes ein der nicht gehen würde bevor er die Sache in Ordnung gebracht hatte. Überraschenderweise hatte Dominic seine Verlobte zu dem Meeting eingeladen. Sie stand an seiner Seite und hielt seine Hand was wahrscheinlich der Grund dafür war dass er sich noch nicht an Stephans Hals zu schaffen machte. Stefan sagte Dominic kühl ich würde dich gerne bitten Platz zu nehmen aber ich will nicht dass das hier länger dauert als nötig du hast Informationen für mich Informationen die du mir nicht per Telefon übermitteln kannst. Stefan bereitete sich was ich dir jetzt sagen werde wird dir nicht gerade gefallen dein chinesischer server wurde gehackt und ich bin verantwortlich dafür stell ihn nicht online bevor du den Virus nicht beseitigt und umfassende Tests durchgeführt hast Dominics Gesicht wurde erst rot und dann leichen blass er machte einen bedrohlichen Schritt auf Stefan zu der jedoch nicht zurück wich ich bringe dich um Abby stellte sich zwischen die beiden und legte jeweils eine Hand auf ihre Brust Dominic wenn du ihn schlägst wirst du das Problem nicht lösen ich werde ihn nicht einfach nur schlagen ich lassen sie ihn ich habe es verdient gab Stefan zu ja das hast du bekräftigte Dominic Jake gesellte sich zu ihnen warum sind sie hier Stefan warum sagen sie es uns hast du es vermasselt hat es jemand herausgefunden glaubst du dass es leichter für dich wird wenn du die Sache vorher beichtest lafte Dominic Stefan rührte sich nicht die Hände tief in den Hosentaschen vergraben nein es hat alles perfekt funktioniert niemand wird es je auf mich zurückführen können zumindest niemand der davon einen Vorteil hätte warum gestehst du es dann geht es um erpressung hast du den Code um es rückgängig zu machen drängte Jake ihn nein ich wünschte ich hätte ihn ich bin mir nicht mal sicher ob man es überhaupt rückgängig machen kann du willst also einfach nur jung sterben Dominic spuckte die Worte regelrecht aus Abby ließ die Hände sinken und fragte geht's um Nicole wenn das stimmt dann bist du ein Narr du wirst so lange im Gefängnis sitzen dass sie längst im Pflegeheim sitzt wenn du wieder raus kommst sagte Dominic Stefan ließ die Schultern sinken er hatte es verdient ich kann verstehen wenn du die Polizei einschaltest Dominic ich würde das gleiche tun wenn ich an deiner Stelle wäre Stefan wo ist sie fragte Abby besorgt nach alles oder nichts ich habe sie seit gestern nicht mehr gesehen sie hat mir gesagt dass sie mich liebt und mich gefragt ob ich einen anderen Grund hatte ihr zu helfen ich wollte erst verneinen doch ich habe mich mit ihr verlobt um Dominic abzulenken damit er keine weiteren Software Tests durchführt und es hat funktioniert ich wusste nur nicht dass sie sich in sie verlieben beendete Abby den Satz für ihn genau hör zu ich weiß dass sie mich nie wiedersehen will sagte Stefan gut denn die Chancen dafür stehen in etwa so gut wie die Chancen dass du nach dieser Aktion noch einen einzigen Cent besitzen wirst knurrte Dominic Dom warte denk darüber nach mischte Jake sich ein wollen wir wirklich dass jemand von dem Virus erfährt willst du dass China nervös wird und sich von dem Deal zurück zieht wenn wir die Sache geheim halten können wir sie vielleicht wieder in Ordnung bringen Dominic machte noch einen Schritt auf Stefan zu wer weiß noch davon Stefan wich nicht zurück er hasste Dominic zwar nicht mehr doch er würde auch nicht vor ihm den Schwanz ein ziehen niemand Dominic ballte die Fäuste glaub nicht dass du so einfach davon kommst du wirst dafür bezahlen wenn schon nicht vor Gericht dann Abby trat erneut zwischen sie und hob flehend die Hände es reicht schluss jetzt was ist nur los mit euch beiden ihr seid wie zwei kleine Kinder die sich um ein Spielzeug streiten jetzt wo wir wissen dass der Virus existiert können wir ihn bekämpfen doch die wichtigere Frage ist wo ist Nicole gestern hat sie erfahren dass ihre angeblich tote Mutter noch lebt und dass der Mann den ihre Mutter lebt und du wusstest das fragte Stefan Dominic wankte einen Moment bevor er sich zusammen riss und Stefan in die Augen blickte sie ist auch meine Mutter ich weiß es auch erst seit ein paar Wochen wir haben die passende Gelegenheit abgewartet um es Nicole zu sagen das war ein Witz du eine passende Gelegenheit abwarten wenn du ihr wehtust dann Stefan stemmte die Hände in die Hüften Dominic nahm die gleiche aggressive Stellung ein du bist der letzte der Nicole in Schutz nehmen sollte jetzt blieb nur noch die Frage wer zuerst zuschlagen würde Abby schaute zwischen den beiden hin und her und sagte mit oberleerer Stimme ernsthaft hört sofort auf ihr beiden es geht hier nicht um euch es geht um Nicole wo könnte sie sein Dominic atmete tief durch und schaute seiner Verlobten in die Augen ich werde Thomas anrufen vielleicht hat sie sich bei ihm gemeldet er klang ungewohnt sanft Abby wandte sich an Stefan wissen sie vielleicht wo sie hingegangen sein könnte Stefan atmete geräuschvoll aus nicht wirklich aber ich weiß wer es wissen könnte danke dass sie gekommen sind Jeff sagte Stefan Jeff stand neben der Fahrertür der Limousine ich dachte ich hätte mich verhört als sie mir die Adresse genannt haben wissen sie wo Nicole ist Jeff vielleicht vielleicht das hängt davon ab was hier eigentlich los ist er zeigte auf Dominic Abby und Jake die hinter Stefan standen wir wollen nur sicher gehen dass es ihr gut geht sagte Stefan ich muss wissen ob es ihr gut geht ich bin mir nicht sicher ob jemand von ihnen das recht hat dies zu erfahren wer zum Teufel glauben sie eigentlich wer sie sind fauchte Stefan Braucht sie doch zumindest ihre Familie. Und sie wissen das.« Jeff nickte und schien zufrieden mit dem zu sein, was er gehört hatte. »Aber rennen Sie nicht alle gleichzeitig hin. Sie ist immer noch verstört, aber es geht ihr gut. Wenn Sie sie wirklich lieben, dann werde ich Ihnen sagen, wo sie ist. Doch wenn es hier nur wieder um den Konkurrenzkampf zwischen Ihnen und Dominic geht, dann tun Sie ihr den Gefallen und halten Sie sich verdammt nochmal von ihr fern.« Stefan wünschte sich nichts sehnlicher, als zu Nicole zu gehen und sie um Verzeihung zu bitten. Doch so verrückt es auch klang, Nicoles Fahrer hatte recht. Je mehr er sich eingestand, dass er sie liebte, desto mehr erkannte er, dass es heute nicht um ihn ging. Nicole brauchte ihren Bruder, und er konnte ihr dabei helfen. Er drehte sich zu Dominic um. »Geh du, sie braucht dich.« Dominic runzelte die Stirn und schaute zu Abby, die ihn anlächelte und nickte. Seine Stimme war nicht gerade warmherzig, doch auch nicht unbedingt bedrohlich. »Du kannst mit uns fahren, Stefan. Sie wird dich sehen wollen.« Keiner von ihnen rührte sich vom Fleck. »Abby hat recht. Es geht hier um Nicole«, gab Dominic zu. Als sich immer noch niemand rührte, knurrte Dominic. »Ich hab's verstanden. Ich habe genauso Schuld an der Sache wie du. Ich hätte deine Insel nicht gekauft, wenn ich gewusst hätte, wie wichtig sie deiner Familie ist. Und ich hätte auch nicht das Unternehmen deines Vaters geschluckt, wenn ich gewusst hätte, wie gute Nicole behandelt hast. »Ich würde dich am liebsten umbringen. Werde es aber nicht tun, wenn meine Schwester dich liebt. So, können wir jetzt in die Limo steigen?« Für Dominics Verhältnisse war das eine eindeutige Entschuldigung. »Wir machen alle Fehler.« »Ich hätte deinen Server nicht sabotiert, wenn ich gewusst hätte, dass wir eines Tages zusammen in einer Limousine fahren«, erwiderte Stefan. Sein Witz löste ein wenig die Spannung zwischen ihnen. Jake klopfte beiden auf die Schulter. »Also los. Alle einsteigen.« Er scheuchte sie in das Fahrzeug und setzte sich diplomatisch dazwischen, obwohl sie mindestens einen Meter entfernt voneinander saßen. Während der Fahrt starrte Jake auf das geschlossene Trennfenster hinter dem Fahrer. Er ließ es herunterfahren und fragte. »Jeff, richtig?« »Ja.« »Sie sind eigentlich nicht Nicoles Chauffeur, oder?« »Nein. Ich springe den Sommer über nur für meinen Vater ein.« »Sie haben die Situation vorhin ziemlich souverän gemeistert.« Er übergab ihm seine Visitenkarte. »Wenn Sie es einmal in der IT-Branche versuchen wollen, dann melden Sie sich bei meiner Sekretärin. Wir haben gerade ein paar Stellen für Berufseinsteiger frei.« Jeff lachte und gab ihm die Karte zurück. »Ich weiß Ihr Angebot wirklich zu schätzen, aber ich mache gerade meinen Doktor in Psychologie. Ich war mir nicht sicher, auf welchen Fachbereich ich mich spezialisieren sollte, doch inzwischen tendiere ich zur Familienberatung. Es ist wirklich viel faszinierender, als es sich in den Büchern anhört. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde mich als Chauffeur zu Tode langweilen, doch meine Dissertation schreibt sich hier praktisch von selbst.« Dominik beugte sich vor und sagte mit eiskalter Stimme, »Wenn ich Nicoles Namen oder irgendetwas sehe, was sie Ihnen anvertraut hat.« »Du müsstest dich um nichts kümmern, Dominik. Er wird bereits tot sein, wenn ich mit ihm fertig bin,« fügte Stefan seine Drohung hinzu. Abby drückte auf den Knopf für das Fenster. »Verzeihen Sie, Jeff. Machen Sie sich nichts draus. Ich werde die Typen hier schon bändigen.« Jeff ließ noch einen Satz fallen, bevor sich das Fenster schloss. »Vielleicht sollten Sie mit jemandem über all das reden. Ich könnte Ihnen einen Gruppenrabatt anbieten.« »Und genau das ist das Problem mit der nächsten Generation. Sie hat absolut keinen Respekt,« meinte Dominik. Abby kicherte kurz und brach dann vollkommen in Gelächter aus. Jake fiel ein. Selbst Stefan grinste, als Dominik, ein Mann, der für den Titel »Übellaunigster Milliardär der Welt« kandidierte, resignierend lächelnd seinen Kopf schüttelte. »Ich mag ihn,« sagte Abby und legte eine Hand auf Dominiks Oberschenkel. Dominik verdrehte die Augen und zog sie an sich. »Ach ja?« Abby stieß einen Ellbogen in Dominiks Seite. »Komm schon. Gruppenrabatt? Das war saukomisch.« Dominiks düsterer Gesichtsausdruck verschwand, als er in Abbys lächelndes Gesicht blickte. »Auf welcher Seite stehst du eigentlich?« Sie küsste ihn sanft auf die Lippen. »Auf deiner, Dominik.« Dann fügte sie hinzu, »Das macht es aber nicht weniger komisch.« Dominik flüsterte ihr etwas ins Ohr. Stefan schaute gedankenverloren aus dem Fenster. Hatte er die Chance vertan, eine solche Art von Glück zu erleben? Er würde es Nicole nicht verübeln, wenn sie ihn nie mehr wiedersehen wollte. Doch wenn es irgendeine Möglichkeit gab, dass sie ihm verziehe, würde er verdammt nochmal dafür sorgen, dass er sich ihrer als würdig erweisen würde. Nicole öffnete die Tür ihrer Hotelsuite in Erwartung des Zimmerservices, den sie bestellt hatte. Stattdessen stand ihr Bruder im Türrahmen. »Kann ich reinkommen?« Fragte er schroff. Sie hielt die Tür mit der linken Hand fest. »Ich bin noch nicht so weit, Dominik.« Er drängte sie nicht. Und für einen Mann wie Dominik war das der eindeutige Beweis, dass es ihm wirklich leid tat. »Ich wollte nur schauen, ob es dir gut geht. Nach gestern.« »Hast du etwa Angst, dass ich mir etwas antue?« Sie wurde blass beim Anblick seines Gesichtsausdrucks. »Mir geht es gut, Dominik. Keine Sorge.« Sein Gesicht wurde immer blasser und er ließ die Schultern hängen. Er sah aus, als hätte er seit Tagen nicht mehr geschlafen. »Ich kann dich nicht schon wieder verlieren, Nicole.« Nicole trat einen Schritt zurück und öffnete die Tür ein bisschen weiter. »Komm rein.« Sie setzten sich jeweils ans entgegengesetzte Ende des Sofas. Nicole rutschte unruhig hin und her, während Dominik nervös die Hände zwischen die Knie klemmte. »Wo hast du Mutter gefunden?«, wollte Nicole wissen. Er musterte sie einen Moment und sagte dann sanft, »Sie hat mich gefunden, als ich Abby zur Insel gebracht habe. Sie hatte Angst, dass ich wie unser Vater werde, und wollte mich vor mir selbst retten.« »Wo war sie die ganze Zeit?«, fragte sie flüsternd. Thomas hat ihr geholfen, in das Dorf in Italien zu fliehen, wo sie aufgewachsen ist. Dann hat sie ihren Tod vorgetäuscht, ihren Namen geändert und so lange im Verborgenen gelebt, bis unser Vater starb. »Hatte sie so viel Angst vor ihm?« »Ja.« »Also hat sie es nicht getan, weil sie uns nicht liebte?« Nicole biss sich auf die Unterlippe, um nicht in Tränen auszubrechen. »Sie hat uns geliebt, Nicole.« »Sie liebt uns immer noch. Sie hatte große Angst um ihr Leben, wahrscheinlich zu Recht.« »Aber sie will dich unbedingt sehen. Sie will dich für alles um Verzeihung bitten.« Nicole schüttelte den Kopf. »Ich will sie nicht sehen. Noch nicht.« Dominique nickte. »Das wollte ich erst auch nicht. Ich habe nicht gedacht, dass ich ihr jemals verzeihen könnte. Doch sie ist unsere Familie, Nicole. Und sie ist die einzige Mutter, die wir haben.« Nicole führte eine zitternde Hand an den Mund. »Ich bin immer noch so wütend auf dich, Dominique.« »Ich weiß.« Er lehnte sich zurück. »Du hattest Recht mit Stefan.« »Er hat mich nie geliebt.« Ihre Augen waren voller ungeweinter Tränen. Dominique stand auf und setzte sich neben sie. Er berührte sanft ihren Arm. »Nein, Nicole. Ich hatte Unrecht. Ich kann ihn auf den Tod nicht ausstehen.« Er hielt abrupt inne und begann von vorn. »Erst hat er morgen zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass er eure Verlobung ausgenutzt hat, um mich abzulenken, damit er meinen neuen Server für das chinesische Internet sabotieren kann.« Sie schluchzte auf. »Siehst du, er hat mich nur benutzt.« Aber er hätte es mir nicht beichten müssen. Er hätte in Ruhe abwarten und sich den Auftrag an Land ziehen können, sobald China mich zum Teufel gejagt hätte. Soweit ich weiß, hätte es niemand zu ihm zurückverfolgen können. »Warum hat er es dir dann erzählt?« »Deinetwegen.« Nicole sprang auf. »Das hat er gesagt?« Dominique verzog angewidert den Mund. »Hat er.« »Du hättest ihn hinter Gitter bringen können.« »Das wäre noch sein geringstes Problem gewesen.« »Er hätte sein Unternehmen, sein Ansehen und sogar sein Leben verloren, wenn Abby nicht dazwischengegangen wäre,« sagte Dominique, sich an seine Wut erinnernd. »Er liebt mich.« »Er liebt mich.« Dominique gab ein tiefes Knurren von sich. »Ja.« »Ich liebe ihn.« Dominique knurrte erneut. »Ich weiß.« Sie schaute sich nervös um. »Ich muss ihn finden.« »Er ist unten in der Lobby,« gab Dominique widerwillig zu. Nicoles Kinnlade fiel herunter. »Du hast ihn mitgebracht?« »Er ist mit uns in der Limousine gefahren.« Dominique wurde rot. Nicole beugte sich vor und nahm Dominique fest in den Arm. Ihre erste Umarmung seit 15 Jahren. »Ich kann nicht glauben, dass du ihn mitgebracht hast.« Sie lehnte sich zurück und schaute ihren großen Bruder an. »Du hast das für mich getan.« Trotz seiner Wut gegenüber Stefan hatte er ihre Bedürfnisse vor seiner eigenen gestellt. »Du liebst mich also doch?« »Wer hätte gedacht, dass du unter deiner rauen Schale so ein Softie bist?« Er lächelte sie an und erwiderte ihre Umarmung so fest, dass sie kaum atmen konnte. »Sag es bloß keinem.« »Seit ich Abby getroffen habe, ist es auch so schon schwer genug, den Leuten Respekt einzuflößen.« Nicole entzog sich seiner Umarmung. »Ich bin so froh, dass du sie hast.« »Ihretwegen bin ich ein besserer Mensch.« Nicole nickte. »Genauso fühle ich mich, wenn ich mit Stefan und seiner Familie zusammen bin.« »Ich habe das Gefühl, dass mir nichts etwas anhaben kann. Ich bin die Person, die ich schon immer sein wollte.« Dominique nahm ihre Hand. »Ich hätte mich nie zwischen dich und die Andrades stellen dürfen. Ich hatte solche Angst.« Nicole blinzelte überrascht. »Angst? Du?« Dominique schaute ihr in die Augen. Er war nicht gerade stolz auf das, was er getan hatte, aber er wollte es auch nicht vor ihr verbergen. Seine Stimme klang distanziert, doch sie erkannte nun, dass er nur überleben konnte, weil er sich von dem Schmerz distanziert hatte. »Ich wollte dich zu mir holen, sobald ich stark genug war, um dich gegen unseren Vater zu verteidigen.« »Aus einem Jahr wurden drei, dann vier.« »Du hast dich geweigert, mit mir zu reden.« »Ich habe immer geglaubt, dass sich alles ändern würde, sobald ich Mom gefunden hätte.« »Als ich hörte, dass sie gestorben war, bin ich verrückt geworden.« »Ich war wütend auf unseren Vater, auf unsere tote Mutter und auf dich, weil du anscheinend alles so einfach akzeptiert hattest.« »Dann hast du die Andrades gefunden und so getan, als wären sie deine neue Familie.« »Doch du hattest bereits eine Familie. Du hattest mich.« »Ich wusste, dass ich einen Keil zwischen dich und sie treibe, wenn ich ihr Unternehmen aufkaufe. Ich wusste es. Und ich habe mir eingeredet, dass es das Beste für alle wäre.« Nicole drückte die Hand ihres Bruders. »Wir beide sind aufgrund unserer Trennungsangst ganz schön gestört.« Dominik öffnete seinen Mund, um etwas zu erwidern, doch Nicole fuhr dazwischen. »Schon gut, Dominik. Was zählt, ist die Gegenwart.« Ihr kam ein Gedanke, und sie fügte hinzu, »Aber schick mir bitte keine Bodyguards auf den Hals, jetzt, wo wir wieder miteinander reden. Du übertreibst damit immer ein wenig.« »Ich schütze nur, was mir gehört.« »Du bist mein Bruder, Dominik. Nichts wird je daran etwas ändern. Aber ich liebe auch die Andrades. Das musst du respektieren. Und ich werde mich nie wieder von der Welt abschirmen. Wenn du Teil meines Lebens sein willst, dann musst du mir vertrauen, dass ich auf mich selbst aufpassen kann.« »Das werde ich. Ich vertraue dir.« Er wurde rot und versprach, »Ich versuch's.« »Wo wir gerade bei den Andrades sind. Wo, sagtest du, ist Stefan jetzt?« Ohne eine Antwort abzuwarten, stürmte Nicole aus der Tür in Richtung Aufzug. Stefan blieb vor Schreck stehen, als er Nicole aus dem Fahrstuhl kommen sah. Er hielt den Atem an und wartete. »War dies das Ende oder der Anfang?« Sie kam direkt auf ihn zu. »Werdammt! Er sollte ihr entgegenstürmen. Doch ihr Gesichtsausdruck war einfach nicht zu deuten. Und er konnte seine Füße nicht dazu bringen, sich von der Stelle zu rühren.« Sie baute sich vor ihm auf. »Du hast mich angelogen.« Er schluckte schwer. »Ja.« »Und du hast mich benutzt.« »Es gab keinen Grund mehr zu lügen.« »Ja.« »Und du hast wirklich Dominics Server sabotiert?« Er nickte nur, wartend. »Warum feierst du dann nicht deinen Sieg? Warum hast du alles gebeichtet?« Sie wusste es. Sie kannte den Grund. Er räusperte sich. »Weil ich dich liebe.« Sie beugte sich vor, legte eine Hand an ihr Ohr und schaute ihn mit ihren stechenden grauen Augen an. »Entschuldige bitte. Wie war das nochmal? Ich habe dich nicht ganz verstanden.« Er zog sie an sich, verschränkte seine Hände hinter ihrem Rücken und dankte Gott zum unzähligsten Mal, dass sie ihre Hosenanzüge gegen dünne Sommerkleider eingetauscht hatte. »Du hast mich schon verstanden.« Noch nicht bereit, ihn vom Haken zu lassen, schüttelte sie mit gespielter Traurigkeit den Kopf. »Wie soll ich dir bitte glauben, wenn du dich noch nicht mal traust, es in aller Öffentlichkeit zuzugeben?« Stephen trat einen Schritt zurück und ging zu einem der Tische im Foyer. Er kletterte hinauf und rief, »Alle mal bitte herhören!« Seine Stimme klang so autoritär, dass alle Köpfe im Foyer herumwirbelten. Er zeigte auf Nicole. »Ich liebe diese Frau. Wenn sie mir ihr Ja-Wort gibt, dann werden wir ein riesiges Haus mit Unmengen von Kindern füllen, und ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, ihr zu beweisen, dass sie mir nicht umsonst verziehen hat.« Nicole wurde rot. »Alle schauen uns an, Stephen.« Er reichte ihr die Hand und zog sie zu sich auf den Tisch. »Na dann ist das doch der perfekte Zeitpunkt, um dich zu fragen.« Er ging vor ihr auf die Knie. »Willst du mich heiraten?« Sie schaute auf ihre linke Hand, an die er letzte Woche noch sein Ring gesteckt hatte. »Woher soll ich wissen, dass du es ernst meinst?« »Woher soll ich wissen, dass es nicht wieder nur ein Spiel ist?« Er griff in seine Manteltasche und holte einen Ring mit einem kleinen Stein hervor, der in einer antiken Fassung steckte. Das war der Ring meiner Großmutter. Meine Mutter trug ihn, als sie mit meinem Vater verlobt war, und eines Tages wird ihn vielleicht unsere Tochter tragen. Ich habe es satt, Spielchen zu spielen. Heirate mich, Nicole, und ich werde es dir beweisen. Sie ließ ihn noch einen kurzen Moment zappeln und sagte dann, »Ja, ja, ich will dich heiraten.« Sie reichte ihm die Hand und er steckte ihr den Ring an den Finger. Dann verloren sie sich in einem innigen Kuss, während die Leute um sie herum ihnen begeistert zujubelten. Als sie wieder auf der Erde angekommen waren, stieg Stefan mit einem großen Lächeln vom Tisch. Er reichte Nicole eine Hand, um ihr herunterzuhelfen. »Sieht so aus, als ob sie sich zusammengerauft hätten, Dominic«, meinte Abby. »Das sehe ich«, knurrte Dominic. »Du wirst ihm vergeben müssen«, sagte Jake. Dominic ließ einen bedrohlichen Laut hören. Stefan gesellte sich zu ihnen. Egal, was in der Vergangenheit passiert war, dies war Nicoles Bruder. Stefan reichte ihm die Hand. »Es tut mir leid, Dominic. Ich habe einen großen Fehler gemacht und mich zu einer moralisch verwerflichen Tat hinreißen lassen, weil ich dich falsch eingeschätzt habe. Ich hoffe, wir können das irgendwie hinter uns lassen.« Als Dominic sich nicht rührte, stieß Abby ihn mit dem Ellbogen an. Er schaute auf sie herab. »Wie soll ich jemals wieder jemanden einschüchtern, wenn du das ständig mit mir tust?« Abby lächelte ihn an. Stefan lachte. »Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen.« Dominic blieb ernst. »Wenn du meine Schwester gut behandelst, wirst du nichts von mir befürchten müssen.« »Siehst du, Dom? Solche Sprüche sorgen dafür, dass die Leute an deiner Integrität zweifeln. Kannst du ihm nicht einfach die Hand schütteln und seine Entschuldigung akzeptieren?« mischte Jake sich ein. Dominic schüttelte Stefans Hand tatsächlich. Und die beiden Männer kamen in diesem Moment zu einem unausgesprochenen Einverständnis. Für Nicole. Später, als sie ihr Penthouse betraten, schlüpfte Nicole aus ihren Schuhen. Stefan schloss die Tür hinter sich und zog sie an sich. Sie schlang ihm die Arme um den Hals und lächelte unentwegt vor sich hin. Er küsste ihre Wange. »Endlich sind wir allein und haben den ganzen Mist hinter uns gelassen. Weißt du, was das heißt?« Er bedeckte ihren Hals mit Küssen. Sie wusste genau, was das hieß, doch sie wollte noch ein wenig Spaß haben. »Dass ich für dich kochen soll?« Er schubste sie auf die Couch und zog sein Jackett aus. Er schüttelte den Kopf und ein raubtierhaftes Lächeln breitete sich in seinem Gesicht aus. »Dass wir die Sendung gucken, die du für uns aufgenommen hast?« fragte sie schelmisch. Er löste seine Krawatte und schmiss sie auf den Boden. Ohne den Blick von ihr zu wenden, knöpfte er langsam sein Hemd auf. Nicoles Mund wurde trocken und ihr ganzer Körper zitterte von Nervosität. Er ließ sein Hemd auf den Boden gleiten und stand groß und stolz vor ihr, vollkommen bewusst, welchen Effekt sein muskulöser Oberkörper auf ihren Blutdruck hatte. Nicole krallte sich am Kissen fest, das neben ihr lag. »Gott, er ist wunderschön!« Langsam, so langsam, dass sie aufspringen und es selbst tun wollte, löste Stefan seinen Ledergürtel und knöpfte seine Hose auf. Dann zog er genüsslich den Reißverschluss herunter und stieg lächelnd aus seiner Hose. Seine dunkelblauen Boxershorts konnten seine Erregung kaum verbergen. Nicoles Körper zuckte bei jeder seiner Bewegungen zusammen. Er beugte sich vor und kniete sich neben sie auf die Couch. Sein heißer Atem, direkt an ihrem Ohr. Sie zitterte erneut, rührte sich jedoch nicht. Ganz sanft flüsterte er. »Schritt eins, das Aufrütteln. Würdest du sagen, dass ich deine volle Aufmerksamkeit habe?« Nicole warf lachend den Kopf in den Nacken. »Du wusstest davon?« »Erzähle es nicht den Frauen, aber die Andrade-Männer wussten es schon die ganze Zeit.« Er schob den Träger ihres Kleides zur Seite und machte sich mit seinen fordernden Lippen an ihrer nackten Schulter zu schaffen. Mein Vater hat mich immer vor dem Trick mit dem Bikini gewarnt, aber ich hätte nie gedacht, dass mir das tatsächlich mal passieren würde. Er küßte ihr Schlüsselbein und machte es Nicole damit fast unmöglich, sich auf seine Worte zu konzentrieren. Als sie sich jedoch an den Tag erinnerte, knuffte sie ihm in die Seite. »Du hättest ruhig was sagen können.« »Und mir den ganzen Spaß entgehen lassen? Ich musste doch wissen, wovor ich unsere Söhne warnen muss.« Er schob den anderen Träger von ihrer Schulter und fuhr mit seinen Liebkosungen fort. Nicole schloss die Augen und warf lustvoll den Kopf nach hinten. Dann hob er sie mit einer starken, selbstbewussten Hand hoch, während er mit der anderen ihren Slip herunterzog. Sie riss die Augen weit auf und ihr Blick traf seinen. Gott, wie sexy er war! Er zog ihr das Kleid über den Kopf und legte sie, nackt und ihm ausgeliefert, auf die Couch. Er fuhr mit einem Finger über ihre Lippen, ihren Hals und schließlich zwischen ihren Brüsten entlang bis zu ihrem Bauch. »Sag mir, was du magst!« Kaum in der Lage zu atmen, gab Nicole zu. »Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht so genau.« Er ließ von ihr ab und sie glaubte, den Moment ruiniert zu haben. Doch bevor sie sich rechtfertigen konnte, sagte er, »Dann fangen wir am besten damit an.« Er legte sich neben sie auf die Couch, sodass sie sich direkt gegenüber lagen. Er strich ihr mit der Hand über die Hüfte. »Küss mich!« Nicole berührte mit den Lippen seinen Mund und vergaß sofort, warum sie sich geschämt hatte. Seine Lippen liebkosten und verehrten sie. Seine Zunge war quälend und fordernd zugleich. Sie ließ sich von ihm führen, bis sie beide endlich die Leidenschaft spürten, die sie so lange verdrängt hatten. Er fuhr mit dem Mund ihren Hals entlang und Nicoles Körper erwachte an jeder Stelle, die er berührte, zum Leben. Seine Hände waren fordernd und sanft zugleich. Immer wenn sie glaubte, dass sie es nicht mehr länger aushalten konnte, hielt er inne und wartete, damit sie seinen Körper erkunden konnte. Ungeduldig zog sie ihm die Boxershorts aus und entblößte sein hartes Glied, das in ihrer Hand pulsierte. Sie umfasste und streichelte es und war erstaunt, wie sein Körper auf ihre Berührung reagierte. Sein ungehemmtes Verlangen gab ihr das Selbstvertrauen, sich gehen zu lassen und den Moment zu genießen. Einfach nur genießen. Seine Hände fanden ihre feuchte Mitte. Sein Daumen strich rhythmisch über ihre Klitoris, sodass sie es bis in die Fußspitzen spürte. Ein geschickter Finger drang in sie ein und bewegte sich im Gleichklang mit seinem Daumen, bis sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Sie wandte sich vor Lust unter seiner Hand, drängte sich ihm entgegen. Als sie ihn anflehte, nicht aufzuhören, ersetzte er seine Hand durch den Mund. Eine Hitzewelle durchfuhr sie und ließ sie zitternd und ihm vollkommen ausgeliefert zurück. Als er sie schelmisch anlächelte, wusste sie, dass das nicht das Ende, sondern erst der Anfang gewesen war. Vorsichtig rollte er sie auf den Bauch, schob ihre Haare beiseite und malte mit einem Finger einen imaginären Pfad über ihren Rücken, dem er dann mit dem Mund folgte. Er liebkoste jeden Zentimeter ihres Körpers, liebevoll, leidenschaftlich, bis sie es nicht mehr aushielt, ihm den Rücken zuzukehren. Seine Hände streichelten sie unaufhörlich, erweckten jeden Punkt ihres Körpers zum Leben. Als sie es nicht mehr aushalten konnte, drehte sie sich herum und beide fielen von der Couch. Seine starken Arme federten den Sturz ab. Er hob sie auf sein erregtes Glied, berührte sie leicht mit seiner Spitze und wartete darauf, dass sie ihn in sich aufnahm. Zeig mir, was du magst, Nicole. Nicole ließ sich auf ihn sinken und genoss jeden Zentimeter, den er in sie eindrang. Zunächst bewegte sie sich zögernd, wie eine Tänzerin, die noch nie die Führung übernommen hat. Doch als sie die Geheimnisse ihrer Lust nach und nach entdeckte, wurde sie etwas forscher und genoss, wie er auf jede ihrer Bewegungen reagierte. Mit Stefan war sie frei, selbst beim Sex. Frei, genau die Person zu sein, die sie schon immer sein wollte. Sie überließ sich vollkommen dem Rhythmus, den sie beide gefunden hatten. Als sie gleichzeitig zum Höhepunkt kamen, fühlten sie sich ausgelaugt und gleichzeitig unzertränlich miteinander verbunden, sich fest im Arm haltend, bis ihr Atem sich langsam wieder beruhigt hatte. Nicole hob leicht den Kopf und küsste Stefan sanft auf den Mund. Das alles kannst du schon mal auf die Liste der Dinge setzen, die ich mag. Er lächelte. Ich bin schon gespannt, was sonst noch dazu kommt. Nicole spannte ihre Muskeln an und spürte, wie er in ihr steif wurde. Ich auch, sagte sie. Ich auch. Er nahm ihren Hintern in beide Hände und bewegte ihre Hüften kreisförmig auf seinem Schoß. Kurz danach erreichten sie erneut den Gipfel höchster Lust. Am nächsten Morgen nahmen Nicole und Stefan ihr Ritual wieder auf, gemeinsam zu frühstücken. Nicoles Augen glänzten vor Freude. Jenseits ihrer Leidenschaft, ihrer Liebe zueinander, waren sie immer noch Freunde. Und das gab Nicole das Selbstvertrauen, dass sie es wirklich schaffen könnten. Stefan kaute an seinem Toast und fragte Nicole mit einer Beiläufigkeit, als würde er übers Wetter sprechen. Was hältst du davon, wenn wir ein Haus in Kalifornien kaufen und einen Teil des Jahres dort leben? Das wäre großartig, sprudelte es aus ihr heraus. Willst du etwa wieder Dokumentationen drehen? Stefan nickte. Mark hat mich ganz schön in die Mangel genommen und einige gute Argumente auf Lager gehabt. Ich könnte sogar noch mehr erreichen und ein paar meiner Konkurrenten dazu bringen, sich mehr für die Umwelt einzusetzen. So schwer es mir auch fällt, das zuzugeben, aber dein Bruder ist mit seiner Stiftung mit gutem Beispiel vorangegangen. Inzwischen tun es ihm selbst große Unternehmen nach, sowohl hier als auch in China. Unzählige Konzerne wollen sich für gute Zwecke einsetzen. Ich könnte ihnen einige Vorschläge unterbreiten. Wo wir gerade bei meinem Bruder sind, Nicole wusste nicht, wie Stefan auf ihre Idee reagieren würde, aber sie wollte ihren Plan unbedingt in die Tat umsetzen. Ich würde Dominic und Abby Sonntag gerne zusammen mit deiner Familie einladen. Stefan drückte sanft ihre Hand. Dein Bruder wird meine Familie nicht unbedingt so lieben wie du. Doch, wird er, versicherte Nicole. Seit wann bist du so optimistisch? fragte Stefan lächelnd. Seit ich an Happy Ends glaube. Stefan hob eine Augenbraue, unsicher, was sie damit meinte. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Ich habe es nie zuvor richtig gefeiert und ich möchte, dass wir dieses Jahr alle zusammen sind. Das wird nur klappen, wenn sie sich vorher kennenlernen. Wenn du Dominic anrufst und ihn einlädst, wird er kommen. Er schaute sie immer noch zweifelnd an, sodass sie hinzufügte, bitte. Stefan kratzte sich grübelnd am Kinn. Vielleicht solltest du mich das noch mal fragen, wenn du diesen hübschen, roten Bikini trägst. Nicole lachte und warf mit einer Serviette nach ihm. Du bist ein Arschloch. Er grinste. Ja, aber ich bin ein Arschloch, das deinen Bruder aus Liebe zu dir anrufen wird. Nicole ging um den kleinen Tisch herum, setzte sich auf Stefans Schoß und gab ihm einen Kuss, der dafür sorgen würde, dass er zu spät zur Arbeit erschien. Einige Stunden später, als Stefan das Apartment verlassen hatte, erledigte Nicole einige Anrufe, bevor sie Jeff eine Nachricht schrieb, dass er sie abholen und zum Haus ihres Vaters bringen sollte. Sie eilte an Jeff vorbei und rutschte auf den Rücksitz. Sie war zu spät und sie war nie zu spät. Sie wurde jedes Mal rot, wenn sie an den Grund dafür dachte. Überschäumend vor Glück ließ Nicole das Trennfenster herunter und rief, »Jeff, Sie hatten so recht mit allem. Ich bin froh, dass ich so lange gewartet habe, bevor ich Sex mit Stefan hatte. Letzte Nacht haben sich all meine Träume erfüllt und ich muss Ihnen dafür danken.« Unsicher, welche Antwort sie auf dieses Geständnis erwartete, wurde Nicole wieder rot, als Jeffs Vater Arnold sie im Rückspiegel ansah. »Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen, Miss Corisi«, sagte er in professionellem Ton. Nicole schüttelte den Kopf, um sich zu sammeln und redete, bevor sie es geschafft hatte. »Oh, na, dann sagen Sie Jeff bitte danke von mir.« Arnold starrte sie nur an und schwieg. »Oder vielleicht lieber nicht.« Nicole verbarg ihr Gesicht in einer Hand und unterdrückte ein Lächeln. »Armer Arnold.« »Vielleicht können wir einfach so tun, als wäre dieser Moment nie passiert?« Arnold ließ den Motor an. »Ja, Miss Corisi«, antwortete er und klang ein wenig erleichtert. »Möchten Sie direkt zum Haus?« »Nein. Ich habe Maddy und Abby versprochen, sie abzuholen. Sie helfen mir dabei, die Sachen meines Vaters zu sortieren.« Sie gab ihm die beiden Adressen. »Schön, dass Sie das nicht alleine tun müssen«, sagte Arnold, und brach damit ihre fast 20 Jahre unausgesprochene Regel, kein persönliches Wort zu verlieren. Nicole dachte über seinen Kommentar nach und grinste bis über beide Ohren. Selbst wenn es ihm peinlich war, sie musste ihm einfach sagen, wie sehr sich ihr Leben zum Guten gewendet hatte, während er weggewesen war. Ihre Stimme war belegt vor Dankbarkeit. »Ich bin nicht mehr allein, Arnold. Ich habe jetzt eine Familie. Arnold schaute zur Seite, doch sie konnte sehen, dass sein Blick verschleiert war. Das ist gut, Nicole.« Ein Gedanke durchfuhr sie. »Wissen Sie, was noch gut ist?« Er drehte sich um, bevor er auf die Straße einbog. »Eine Gehaltserhöhung. Eine dicke Gehaltserhöhung, damit Sie jedes Jahr mit Ihrer Frau eine solche Reise machen können.« »Das müssen Sie nicht tun, Nicole.« »Nein, muss ich nicht.« »Will ich aber.« »Ach, Arnold.« »Sie werden es sich hart verdienen.« »Warten Sie ab, bis Sie Stephens Neffen sehen,« neckte sie ihn. »Teufelsbraten?« fragte er mit freundlichem Lächeln. »Und vor allem schnell.« Arnold überraschte sie erneut, als er erklärte. »Sie verdienen es, glücklich zu sein, Nicole.« Nicole streckte ihren Arm aus und drückte herzlich seine Schulter. »Ich weiß nicht, ob ich es verdiene, aber ich bin es, Arnold. Endlich bin ich glücklich.« Nicole hätte schwören können, dass er ein wenig errötete. Sie lehnte sich mit einem glücklichen Lächeln zurück. »Ich werde die Trennscheibe wieder hochfahren, damit Sie wieder Ihre Ruhe haben, Arnold.« »Danke, Miss Corisi«, sagte er gewohnt förmlich. Bevor sie die ungewohnt vertraute Unterhaltung endgültig beendete, musste Nicole doch noch etwas hinzufügen. »Danke, dass Sie mich nie verlassen haben, Arnold.« Er sagte nichts. Aber Nicole konnte im Rückspiegel ein kurzes Lächeln sehen, bevor er hinter der Trennscheibe verschwand. »Ich habe mich immer so allein gefühlt. Dabei war ich es eigentlich gar nicht. Und Arnold würde ab sofort der bestbezahlte Chauffeur von New York City werden.« Richard, Maddys Ehemann, war tief in den Vorbereitungen des Festschmauses für den Andrade-Clan versunken und drohte jedem, der es wagte, einen der unzähligen Topfdeckel anzuheben. Abby nickte dankbar an ihrem Kaffee, den Katrin ihr kurz zuvor angeboten hatte. »Als Sie mich zum Kochen eingeladen haben, dachte ich eigentlich, dass wir, naja, kochen würden.« Elise zeigte auf den Mann im Hintergrund, der auf Französisch über seine Kreationen fluchte und sagte, »Heute ist Richard dran. Ich habe Sie nur in die Küche gelockt, damit wir in Ruhe reden können.« Nicole tauschte einen wissenden Blick mit Abby aus. »Ich kann Dich gut verstehen. Das Gleiche habe ich auch gedacht, als Sie mich eingeladen haben. Ich fand es erst ein wenig sexistisch, dass alle Frauen in der Küche sind, während die Männer im Wohnzimmer sitzen. Aber glaub mir, hier passieren die wirklich wichtigen Dinge.« Maddie legte Joseph zurück in die Wiege. »Ich habe es nie anders kennengelernt. Doch als Teenager habe ich jedes Mal gedacht, ich verpasse etwas, wenn ich nicht hier war. Erinnerst Du Dich daran, Mom?« Elise lächelte. »Oh ja, sehr genau sogar. Gott sei Dank hast Du schnell begriffen, dass alle wichtigen Entscheidungen von uns Frauen getroffen werden.« »Wissen die Männer das?« fragte Nicole lachend. »Aber ihr seid aus freien Stücken hier, nicht wahr? Ich meine, die Männer würden Euch mitreden lassen, wenn Ihr das wolltet, oder?« wollte Abby wissen. Elise nickte beruhigend. »Oh, keine Sorge. Du kannst Dir so viel Gerede über Mikrochips und Marketingstrategien anhören, wie Du willst. Aber lass mich bitte hier in der Küche.« Abys überraschter Blick zauberte ein Lächeln auf das Gesicht der älteren Frau. »Abby, wir sind für Gleichberechtigung, damit wir frei wählen können, wo wir sein wollen und nicht, um alle Softwareentwickler zu werden. Ich bringe zwar kein Einkommen mehr nach Hause, aber ich sitze im Aufsichtsrat mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen und bezeichne meine Familie als Vollzeitjob. Alessandro würde mich zwar unterstützen, wenn ich in das Unternehmen einsteigen wollte, doch ich habe keinerlei Interesse daran. Das Gute am Älterwerden ist, dass man niemanden mehr beeindrucken muss. Ich bin glücklich mit dem, was ich habe und tue.« »Dem kann ich nur zustimmen,« fügte Katrin hinzu. »Victor und ich haben hart für den Erfolg von Andrade Solutions gearbeitet. Er hat immer behauptet, dass ich einer Fliege ihre eigenen Flügel verkaufen könnte, wenn es sein müsste. Und manchmal war genau das nötig, um neue Anbieter zu finden. Wir haben nicht jedes Jahr nur Gewinne eingefahren. Wir haben hart gearbeitet, weil wir keine andere Wahl hatten. Doch ihr Ladies habt das Glück, eure Träume verwirklichen zu können.« Abby richtete sich auf. »Ich muss zugeben, dass ich noch nicht genau weiß, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe mir meinen Lebensunterhalt immer selbst verdient, manchmal sogar mit zwei Jobs gleichzeitig. Ich kann unmöglich wieder als Lehrerin in eine städtische Schule zurückkehren. Dominic würde mir gleich mehrere SWAT-Einheiten auf den Hals hetzen. Wie schafft man es neben einem Mann wie Dominic bloß, sich nicht selbst zu verlieren?« Elise legte behutsam ihre Hand auf Abys. Man steht ihnen zur Seite und geht trotzdem seinen eigenen Weg. Reichtum hat seinen Preis, doch er schenkt einem auch viele Freiheiten. »Als Lehrerin hast du Hunderten von Menschen geholfen. Jetzt könntest du das Gleiche für Millionen tun, wenn du es wolltest. Das Gute an unseren Männern ist, dass sie dir helfen werden, genau das zu schaffen. Dominic scheint genauso zu denken.« Nicole, die sich inzwischen sicher in der Gruppe von Frauen fühlte, denen sie wirklich etwas bedeutete, sagte, »Bis ich Stefan getroffen habe, habe ich Geld immer als großes Übel angesehen. Ich habe es gehasst, wie viel Bedeutung die Menschen ihrem Besitz und ihrem Aussehen beigemessen haben. Ich glaube, ich war noch nie dankbar für das, was ich besaß. Stefan hingegen glaubt daran, dass alles miteinander verbunden ist, sei es durch die Umwelt oder durch das Geld. Und deswegen musst du mehr Verantwortung zeigen, je mehr Geld du besitzt. Wenn man die Welt so betrachtet, möchte man sich am liebsten an jeder guten Sache beteiligen. »Ich will mich zukünftig um misshandelte Frauen kümmern und ihnen helfen, wieder ein normales Leben zu führen. Nach dem, was du uns erzählt hast, wirst du dich vielleicht eher auf Bildung und Reformen konzentrieren, Abby. Es muss Gesetze und Vorschriften gegeben haben, gegen die du als einfache Lehrerin nichts ausrichten konntest. Doch jetzt hast du eine Stimme. Maddy seufzte. »Ich liebe Happy Ends.« Wie ein sehr weiser Chauffeur mir mal sagte, endet die Geschichte nicht, wenn das Buch zu Ende ist. Das hier ist erst der Anfang für uns. Für uns alle, sagte Nicole. Abby blickte zur Tür. »Wo wir gerade dabei sind, meint ihr, dass die Männer da draußen sich gut verstehen?« Katrin machte sich keine Sorgen. »Die Jungs werden sich schon vertragen. Alessandro und Victor sind schließlich bei ihnen.« Nicole lachte. »Und spielen Babysitter für die beiden größten Egos auf diesem Planeten.« »Was meinst du wohl, woher Stefan sein Ego hat?« Victor war ein ganz schönes Ekel, als ich ihn traf. Doch mehr als 40 Ehejahre haben ihn einigermaßen gezähmt,« erwiderte Katrin und lächelte. Ihre Worte lösten etwas in Abby aus. »Kannst du mir verraten, wie man es so lange miteinander aushält?« fragte sie. »Ehrlichkeit, Respekt, Vergebung,« sagte Katrin. »Und ein kleiner roter Bikini,« setzte Elise hinzu. Nicole richtete sich auf. »Oh«, rief sie und senkte dann ihre Stimme. »Sie wissen übrigens über den roten Bikini Bescheid. Die vier Schritte sind kein Geheimnis mehr.« Elise und Katrin wirbelten gleichzeitig herum und blickten Richard vorwurfsvoll an, doch er schaute stur auf seine Soße. Dann riefen sie gleichzeitig. »Maddy!« Ein verlegenes Lächeln breitete sich auf dem Gesicht der jungen Frau aus. Sie zuckte mit den Schultern. Nicole schüttelte lachend den Kopf. »Du bist unmöglich!« Maddy hob ihre Augenbrauen. »Du wirst es mir schon nicht übel nehmen. Immerhin bist du nur wieder mit Steffen zusammen, weil ich mich eingemischt habe.« Abby lehnte sich lächelnd auf ihrem Stuhl zurück. »Nicole, ich kann gut verstehen, warum du diese Familie so sehr liebst.« Sie wandte sich an Elise und sagte, »Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich meine Schwester Lil mal zum Abendessen mitbringe? Sie braucht genau das.« Nicole hatte Abby in den letzten Tagen näher kennengelernt und wusste, wie sehr sie ihre Schwester liebte und sich um sie sorgte. »Wie geht es ihr? Hat sie sich seit dem Vorfall auf der Insel mal wieder mit Jake getroffen? Hast du mir nicht gesagt, dass die beiden sich ziemlich gut verstanden haben? Vielleicht kannst du ihn gleich mit einladen. Wäre das in Ordnung?« Nicole schaute zu den beiden älteren Frauen am Tisch. »Abby, deine Familie ist unsere Familie. Lad sie ruhig ein. «, erklärte Katrin. »Jake! Jake!« Elise wiederholte den Namen, als wollte sie sich sein Gesicht wieder in Erinnerung rufen. »Ist er nicht Dominics Partner?« Nicole und Abby nickten. Elise klatschte in die Hände. »Er ist attraktiv und reich. Wie wunderbar wäre es, wenn er und deine Schwester heiraten würden!« Abby riss die Augen auf und war sich nicht sicher, ob sie einen zu großen Stein ins Rollen gebracht hatte. »Vielen Dank, Katrin. Ich werde Lil beim nächsten Mal mitbringen. Ich weiß allerdings nicht, was mit Jake ist. Er und Lil haben keinen Kontakt mehr, soweit ich weiß. Vielleicht sollten wir sie ihr eigenes Ding machen lassen.« Maddy warf die Hände in die Luft. »Ich habe die perfekte Idee, wie wir sie zusammenbringen könnten.« »Nein!« riefen alle im Chor. Maddy stemmte eine Hand in die Hüfte. »Wann werdet ihr endlich meine Genialität anerkennen?« Nicole nickte widerwillig. »Ich muss zugeben, dass ich mit dem Ergebnis deines letzten Kurs zufrieden bin. Seht ihr? Manchmal passiert die Liebe einfach so, aber manchmal braucht sie halt einen kleinen Schubser.« »Was häckst du nun schon wieder in deinem hellen Köpfchen aus?« fragte Elise ihre Tochter. Maddy wandte sich an Abby. »Meinst du, dass man Dominik vertrauen kann?« Ein schalkhaftes Lächeln huschte über Abys süßes Gesicht. »Wenn es darum geht, Jake eins auszuwischen, dann ganz bestimmt.« »Das wird einfach großartig!« war Maddy überzeugt. »Maddy?« Katrin blickte sie streng an und nahm ihr damit ein wenig den Wind aus den Segeln. Maddy ließ die Arme sinken und wandte sich resigniert ihrer Tante zu. Doch schon nach einem kurzen Augenblick hatte Katrin es sich anders überlegt. Sie umarmte ihre Nichte. »Bleib ja genauso, wie du bist!« Maddy dachte kurz über Katrins Worte nach und hatte schon nach wenigen Sekunden ihren Enthusiasmus wiedergefunden. »Okay, wir werden Folgendes tun.« Zu Steffens Überraschung war Dominik selbst zu ihrem Haus gefahren. Kein Flügelmann, kein Sicherheitsteam, nur Abby. Jeder andere Mann wäre nervös geworden, zahlenmäßig so unterlegen zu sein. Doch Dominik hatte das Haus der Andrades mit erhobenem Kopf betreten. Er schüttelte Victors und Alessandros Hand, ohne zu zögern. Dann hielt er einen Moment inne und schüttelte schließlich auch Stefan die Hand. Alessandro führte sie durch das Haus und bat das Personal, ihnen Kaffee nach draußen zu bringen. Drei Andrade-Männer und ein Korisi saßen auf der Veranda, die mehrere Hektar frisch gemähtes Gras überblickte. Als sie sich gesetzt hatten, sagte Victor, »Nicole ist schon fast wie eine Tochter für mich. Ich bin froh, dass sie unserer Einladung gefolgt sind.« Dominik nickte freundlich und blickte dann zu Steffen. »Abby hat mir gesagt, dass du geglaubt hast, dass ich deinen Vater um sein Unternehmen und die Isola Santos betrogen habe.« Steffen schaute seinem zukünftigen Schwager direkt in die Augen. »Das ist wahr. Doch jetzt kennst du die Wahrheit,« sagte Dominik. Steffen bejahte diese Aussage mit einem leichten Kopfnicken. Keiner der Männer blinzelte. »Wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, dann hätte ich genau das Gleiche getan. Und du hast mich beinahe geschlagen. Nicht viele Leute können das von sich behaupten,« erwiderte Dominik. Für einen Augenblick war die Atmosphäre zum Zerreißen gespannt. »Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe,« sagte Steffen. »Das wäre ein guter Titel für meine Memoiren,« meinte Dominik reuevoll. Dann fügte er etwas ernsthafter hinzu. »Abby hat recht. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir müssen sie auch nicht wiederholen. Sei gut zu meiner Schwester, Steffen. Das verspreche ich dir,« erklärte Steffen und begriff in diesem Moment zum ersten Mal, wie sehr Dominik seine Schwester liebte. Dominik griff in seine Tasche und holte einen Umschlag hervor. Elba gab ihn Victor. »Das ist die Besitzurkunde für die Isola Santos. Ich möchte, dass Sie sie zurückbekommen.« Victor schaute auf die beiden stolzen Männer, die vor ihm saßen. »Warum schenken Sie sie Steffen und Nicole nicht zur Hochzeit? Dann wird unser Erbe zum Symbol für die Verbindung unserer Familien.« Dominik steckte die Urkunde wieder in seine Tasche und räusperte sich. »Das ist eine gute Idee.« »Haben Sie Ihren Server eigentlich schon säubern können?« wollte Alessandro wissen. Victor schüttelte missbilligend den Kopf. »Wir sind jetzt eine Familie, oder?« »Wie sollen wir ihm helfen, wenn wir nicht darüber reden?« konterte Alessandro. Familie. Das Wort klang für Dominik immer noch fremd. »Dominik, du kannst gerne die Software verwenden, die ich China anbieten wollte,« bot Steffen an. Dominik schüttelte den Kopf. »Das ist keine Option. Sie ist so anders als meine, dass Sie es sofort bemerken würden. Außerdem wusste ein Hacker leider genau, was er tat, Steffen. Niemand konnte den Fehler beseitigen, egal wie viel Schweigegeld ich bezahlen wollte. Der Virus hat sich in fast jede Codezeile hineingefressen. Victor blickte zu seinem Sohn. »Steffen, du hast doch so viele Verbindungen. Kennst du denn niemanden, der helfen könnte?« »Der Einzige, der das könnte, ist der Mann, der den Virus erschaffen hat. Und der lässt sich nicht umstimmen,« erwiderte Steffen. »Ich kenne Leute, die selbst Gott defragmentieren könnten, wenn sie wollten. Doch ich glaube nicht, dass sie uns helfen würden,« war Dominic überzeugt. Steffen stand auf. »Was brauchst du, Dominic? Wenn es um Geld geht? Nein, Geld ist denen scheißegal. Jeder hat seinen Preis. Was ist ihnen wichtig?« fragte Steffen. »Jake,« antwortete Dominic. Victor stand ebenfalls auf. »Wollen Sie damit behaupten, dass Jake einer Der Waltons ist?« »Wovon redest du, Dad?« wollte Steffen wissen. In den späten 80ern haben zwei hochangesehene Entwickler behauptet, dass ihre Software von der amerikanischen Regierung zu militärischen Zwecken gestohlen wurde. Es war ein Riesenskandal in den Medien, und er endete so abrupt, dass die Leute schon glaubten, dass sie entweder gekauft oder brutal zum Schweigen gebracht wurden. So oder so, es war ein großer Verlust. Die Quantenverschlüsselungssoftware, an der Sie damals gearbeitet hatten, war so weit fortgeschritten, dass wir Ihre Notizen heute noch als Orientierungshilfe nutzen. Wenn Sie noch leben und immer noch als Entwickler arbeiten, möchte ich Sie unbedingt kennenlernen. Sie glauben also, dass Jake Ihr Sohn ist?« Dominic rutschte auf seinem Stuhl hin und her, als wäre er dabei erwischt worden, ein Geheimnis auszuplaudern. Er hat es nie zugegeben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ist. Victor gesellte sich zu Stefan, der am Geländer der Veranda lehnte. »Das müssen wir unbedingt herausfinden.« »Dominic, wie viel Zeit bleibt uns, bevor der Server online geht?« »Ungefähr einen Monat«, sagte Dominic. »Das ist nicht viel Zeit«, meinte Stefan. Alessandro klopfte seinem Neffen auf die Schulter. »Ich kenne ein paar Leute, die uns vielleicht helfen könnten, sie auswendig zu machen. Wenn sie noch leben, dann werden wir sie innerhalb einer Woche gefunden haben.« Verschwitzt und immer noch mit der Schürze um die Hüfte öffnete Richard mit einem breiten Lächeln die Verandatür und rief, »Dominic, Sie werden in der Küche verlangt.« Dominic blickte sich in der Runde der Männer um, die allesamt verdächtig lächelten. Alessandro kam auf ihn zu und klopfte ihn beruhigend auf den Rücken. »Das ist niemals ein gutes Zeichen.« »Vielleicht haben Sie noch eine Schürze übrig«, scherzte Victor. Dominic warf Stefan einen hilflosen Blick zu. Stefan jedoch zeigte keinerlei Sympathie und lächelte ihn nur fräfelhaft an. »Der mächtige Dominic Corisi hat Angst vor einer Küche voller Frauen?« Ohne die Anschuldigung zu leugnen, knurrte Dominic, »Wenn du meinst, dass das so witzig ist, kannst du ja selbst gehen.« Stefan setzte sich mit einem Schwung auf das Geländer und versuchte gar nicht erst, seine Belustigung zu verbergen. »Sie haben nach dir gefragt.« Dominic ging zur Tür und warf Stefan einen letzten Blick über die Schulter zu. »Das werde ich dir nicht vergessen, Stefan.« Stefan wandte sich an seinen Vater und seinen Onkel. »Warum wollen sie ihn sehen?« Alessandro zog damit den Schultern. »Ich werde Maddy später fragen.« Stefan schüttelte amüsiert den Kopf, bis ihm plötzlich ein Gedanke kam. »Dad, es gibt noch etwas, was ich dir brichten muss.« Die beiden älteren Männer wurden sofort still und Stefan wünschte, dass er seine Worte etwas vorsichtiger gewählt hätte. Er hoffte, nie wieder etwas so Ernstes beichten zu müssen wie seinen unentschuldbaren Fehltritt. »Ich habe Nicole erzählt, dass wir über die Sache mit dem roten Bikini Bescheid wissen.« »Jetzt wird deine Mutter ihren also nicht mehr tragen,« stellte Victor traurig fest. »Dad!« Stefan sprang vom Geländer und versuchte, das Bild in seinem Kopf zu vertreiben, das sein Vater gerade ausgelöst hatte. »Vielleicht werden sie sich jetzt noch was Besseres ausdenken. Obwohl ich es vermissen werde, dass Elise mich auf diese Weise begrüßt,« fügte Alessandro gewohnt optimistisch hinzu. »Zeit zu gehen.« »Ich werde mal nachschauen, ob Dominic meine Hilfe braucht.« Stefan blieb im Türrahmen zur Küche stehen und starrte auf die Szene, die sich vor ihm abspielte. Richard war an seinen Herd zurückgekehrt und Maddy versuchte, Dominic mit großem Enthusiasmus irgendeinen wilden Plan zu erklären. Dominics gesamtes Auftreten war hier unter den Frauen bedeutend sanftmütiger. Dominic schaute zu Abby, lachte laut auf und nickte zustimmend, als Elise etwas zu ihm sagte. Ein Monat. Sie hatten einen Monat Zeit, um Dominics Server zu retten. »Ich werde es schaffen,« dachte er. »Ich muss es einfach schaffen.« Nicole erblickte ihn und kam auf ihn zu. Sie umarmte ihn und eine riesige Last fiel ihm von den Schultern. Der Rest der Familie wird gleich hier sein. Wie läuft es dort draußen? Ihr seid beide noch am Leben und lächelt, also kann es nicht ganz so schlimm gewesen sein. Mein Vater mag ihn und Onkel Alessandro wird jemanden ausfindig machen, der ihm dabei hilft, den Virus zu entfernen. Nicole legte ihre Wange auf Stephans Hemd und spürte, wie er zusammenzuckte. Er schob sie ein wenig von sich weg, um ihr in die Augen blicken zu können. Was ist los, Nicole? Ich dachte, du wärst glücklich. Mit den Tränen kämpfend erwiderte sie, ich bin glücklich. Ich bin so glücklich, dass es mir Angst macht. Ist das wirklich mein Leben? Was, wenn ich morgen aufwache und nichts von alledem ist wirklich passiert? Er steckte eine widerspenstige Locke hinter ihr Ohr. Dann komm einfach in mein Büro in Manhattan. Ich warte dort auf dich, mit unserem Foto in meiner Schreibtischschublade. Dann küsste er sie so intensiv, dass ihr überfürsorglicher Bruder laut knurrte und ihre verrückte Tante entzückt Beifall klatschte. Sie hörten Das Erbe des Milliardärs von Ruth Cadello gelesen von Sabina Godetz zu Tante Hü Tante Hü Hü Vielen Dank.